das machen und gott sagt und dass über die schrift dass der mensch dass als mensch auf erde wandeln wird und er macht das wer bist du das kommt sagt gott hat es nicht bist du größer als gott stellst du dich über gott zu sagen dass er das nicht kann ich sag nicht dass er es nicht kann aber ich sag nicht er macht das gemacht hat aber er sagt dass das gemacht hat er sagt es aber wir sind uns davon einig dass der gott mächtig ist und nicht als mensch inkarniert als mensch kommen warum nicht doch warum nicht aber das sagst du warum er hat gefragt wo das steht im alttestament ich will das nicht mal vorlesen er sagt du hast recht er sagt nie direkt aber er hatte auch eine absicht warum man nicht direkt sagt dass er gott ist ja aber ich will dir sagen warum man nicht direkt gesagt hat aber er hat sehr oft in den worten wie der gott im alttestament auch im neuen gesagt als jesus ja warum hat das nicht direkt gesagt weil damit hätte sich so auf einem sag ich mal hohen ross gestellt und das wollte er nicht auf erden weil er uns ein vorbild sein wollten wie wir zu leben haben somit ging er in demut und redet er redete auch symbolisch wie im alttestament in gleichnissen und wir springen mal ganz zurück zu mose schon heißt es so lasst uns mensch machen ja den menschen dass ein nach unserem bild also der uns gleich ist ja da muss über dieses uns nachdenken zu wem man das sprach in erst mose und wir gehen dann zu jesaja steht zum beispiel drin jesaja 9 5 denn uns ist ein kind geboren ein sohn ist uns geschenkt die herrschaft liegt auf seiner schulter man nennt ihn wunderbarer ratgeber starker gott vater in ewigkeit fürst des friedens seine herrschaft ist groß und der friede hat kein ende du musst denken ihr sah ja ein richtiger prophet ja nicht so wie in manch anderen büchern der hat das 700 jahre bevor jesus kam das ist das aber nicht die rede von jesus warte 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 darf ich sagen darf ich dir sagen wo er das gesagt hat schon wir haben sonst warte 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 jungs warte 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 ja schon jungs jungs was da die rede hallo hallo ihr wollt doch wissen ob heim gottes oder ja da verursacht ist ja okay pass auf erst erst 1. Johannes 17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jesus ist gestorben und drei Tage von dem Toten wieder auferwacht. Wer denn wieder auferwacht? Ja, Moment. Ich glaube, bei meinem Testament bleib, Leute. Leute, ich glaube, bei meinem Testament bleib. Hat er sich selbst wieder auferwacht oder Gott? Wer war das? Er selber. Er selber. Gott ist Gott. Natürlich. Er ist Gott. Deswegen verstehst du es nicht. Weil du die Trinität nicht verstehst. Er hat gerade mir ein Fest aus dem Alten Testament vorgelegt. Neues, neues. Ich bring dir noch ein. Hör mal zu. Weil du es gefragt hast, steht der neben. Glaubst du auch ein Alten Testament? Natürlich. Okay, erst bei euch zwei, das bleibt rein. Deswegen haben die Juden das ja rausgenommen. Weil die Angst hat. Warte, erst bei euch den Schweine, das bleibt rein. Die Juden wollten das nicht verloren. Natürlich. Ich dachte ja doch, wieso. Nicht das, was rein... Aber wenn ich... Nicht das, was in den Mund... Hör bitte kurz zu. Nicht das, was in den Mund reinkommt, ist unrein. Sondern das, was aus dem Mund rauskommt, ist unrein. Weil das, was du sprichst, kommt von Herzen. Ganz einfach. Das kommt aus dem Alten Testament. Das Alte Testament gilt aber für uns nicht. Wir leben in einem neuen Bund. Aber du sagst, du glaubst auch in den Alten Testament. Und ganz einfach. Das war kein Argument, Bruder. Das war... Ich will das erklären, damit du das verstehst, warum es einen neuen Bund geben musste. Und Gott hat es nicht verändert. Das ist so nicht gemeint. Also der neue Bund ist gekommen, weil im Alten Testament sehen wir, dass keiner den Bund mit Mose erhalten konnte. Keiner konnte das Gesetz halten. Dann hat er es für uns getan. Sozusagen kurz gefasst. Verstehst du? Dass wir dadurch Glauben errettet sind. Und Aris oder Aris, sorry, dass ich reinplatze. Einen wunderschönen Tag. Danke, dass du mich hochholst. Hat Jesu diesen Bund, oder besser gesagt, ist Jesu dem Alten, weil er hat ja nach dem Alten Bund gelebt. Hat er den Alten Bund als Mensch oder als Gott erfüllt? Wenn er ihn als Gott erfüllt hat, dann macht es ja keinen Sinn, weil Gott kann alles. Wenn er ihn als Mensch erfüllt hat, wie kann er ihn als Mensch erfüllen, wo er doch ein Mensch ist? Und du hast ja gerade gesagt, man kann ihn als Mensch erfüllen. Weil er der perfekte Mensch war. Und er hat ihn als Mensch erfüllt und als Gott. Ganz einfach. Weil er war 100% Mensch. Und er hat ihn als Mensch erfüllt. Ich habe das beim ersten Mal verstanden. Alles in Ordnung. Das heißt, Jesu hat eine menschliche Natur, die übermenschlich ist? Er war schon immer. Pass auf, in Hebräer 1, 2 haben wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, der er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also der Sohn war er schon immer. Und auch im Koran heißt es. Auch im Koran heißt es. Aber ich falle dir ungern ins Worten und bitte schau, dass ich dir dann auch folgen kann. Also lass uns bitte erstmal bei der Quelle bleiben, aus der wir schöpfen, wer Jesu war, was seine Botschaft ist. Und ich möchte dir eine Frage stellen und bitte, also versuch mir zu helfen. Ich werde mir Mühe geben, sehr, sehr verständlich die Frage zu formulieren. Und zwar, also bedenkend, dass der Kreuztod necessary, also notwendig ist und ohne einen Kreuztod keine Auferstehung, ohne eine Auferstehung, keine Erlösung, ohne eine Erlösung, ewiges Höllenfeuer. Das müssen wir bedenken. Jetzt Achtung. Will Gott angebetet werden? Ja. Gibt es irgendeine Sekunde, in der Gott nicht angebetet werden möchte? Nein, Gott will immer angebetet werden. Will Gott nun vor 2000 Jahren auf die Welt kommen? Ja, will er. Will er auf dieser Erde angebetet werden? Ja. Will er von seiner Schöpfung als ihr Schöpfer erkannt und anerkannt und angebetet werden? Ja, will er. Will er zeitgleich, jetzt ist die Frage, will er zeitgleich von seiner Schöpfung als ein Gotteshetzer, also könnt ihr bitte aufs Sturm gehen, diese Nebengeräusche sind unerträglich. Ich mache es auch nicht bei euch. Dankeschön. Also meine Frage ist sehr einfach. Will Gott sowohl angebetet werden, als auch hingerichtet werden am Kreuz, damit die Menschen Erlösung erfahren können und er mit ihnen eine Gemeinschaft haben kann? Bitteschön. Okay. Also in Johannes sehen wir öfters und auch in Lukas, dass die Menschen damals erkannt haben, dass er Gott ist und ihn angebetet haben. Er hat ihre Anbetung auch angenommen. Ja, er hat nicht gesagt, nicht mich. Ja, aber warum das Kreuzwerk? Ihr müsst euch vorstellen, dass im Alten Testament haben die Leute immer Tieropfer gebracht von makellosen Tieren, die sie geliebt haben, drei Jahre alt. Und diese haben sie dann die Sünden. Ja, also ein echtes Opfer für Gott, dass ihre Sünden auch reingewaschen werden. Und das mussten die so machen, weil sie die Gebote eben nie halten konnten. Und Gott ist ja heilig. Man kann halt nicht vor einen heiligen Gott treten voller Sünde. Aber ich würde gerne was vorlesen. Johannes, als er ihn sah, sagte er, siehe das Lamm Gottes. Er hat Jesus direkt, von dem er prophezeit hatte. Aber ich würde gerne was vorlesen. Ich würde gerne was vorlesen. Das ein für mal geschlachtete Lamm. Ich finde die jahre, die Lamm. Hey, GC, ganz kurz, du kannst gleich bei der Ende kommen, das vorlesen. Ganz kurz. Ich wiederhole nochmal die Frage, dann scheinbar hat man gar nichts gefragt. Also nicht verstanden, was ich überhaupt hier frage. Danny, kannst du auch fragen, dass du das Werk bist, ne? Noch einmal. Also die Frage ist eine sehr, sehr simple Frage. Und zwar, will der Schöpfer auf der Erde von seiner Schöpfung als ihr Schöpfer anerkannt werden, angebetet werden, zeitgleich aber auch ans Kreuz geschlagen werden. Das nennt sich Konfliktsiel aus der Perspektive seiner Schöpfung. Was soll seine Schöpfer nun tun? Sollte den ersten Willen erfüllen, ihn als Schöpfer anerkennen, anbeten oder den zweiten Willen, nämlich ihn kreuzigen, damit sie Erlösung erlangen? Bitteschön. So, jetzt pass auf. Ich würde gerne die Bibel sprechen lassen, okay? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war, der also in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub hielt, gottgleich zu sein, sondern entdeutet es sich selbst, nahm die Gestalt des eines Knechtes an und wurde Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott auch über alle Maßen erhöht und in einen Namen verliehen. Mit dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Und alle Zugang bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und Ehre Gottes des Vaters. Da steht alles drin, was du gerade eben gefragt hast. Er war Mensch und er wird angebetet. Ganz einfach. Und er hat sich im deutschen Stärz auch freiwillig geopfert im Kreuz. Jungs, kommt runter. Jungs, kommt runter. Alle deine Fragen beantwortet. Alles, ey, entspannt euch. Was ist denn? Warum ist denn? Wir sagen ja gar nicht. Okay, ich habe jetzt das Wort. Wir haben jetzt Duga, was ihr vorgelesen habt. Jetzt frage ich euch noch einmal. Welcher Wille wurde hier erfüllt, indem was du vorgelesen hast? Wurde der Wille erfüllt, dass Jesus... Jungs, lasst mich bitte sprechen. Das ist unfassbar. Woher diese Unsicherheit? Entspannt euch. Wurde der zweite Wille erfüllt, Jesu ans Kreuz zu schlagen, um Erlösung zu erlangen? Oder wurde der erste Wille erfüllt, Gott als Gott anzuerkennen und ihn logischerweise anzubeten und nicht zu kreuzigen? Also A oder B? Warum nicht zu kreuzigen? Der kam doch mit dem neuen Bund, die kreuzigen müsste sein. Diko, lest das noch einmal ab und Newton denkt nach. Du verstehst das nicht. Lied das noch einmal vor, bitte. Lied das noch einmal vor. Aber das ist so dunkel, deswegen darf das nicht richtig lesen. Aber da steht alles drin, was er gerade fragt. Ich verstehe das nicht, warum wir denn überhaupt noch darüber reden. Weil da steht alles drin. Die Bibel spricht da eindeutig. Ich weiß nicht, warum wir darüber reden. Okay, also haben Sie Ihren eigenen Gott erkannt als Gott und hingerichtet als Mensch? Haben die Apostel ihn als Gott erkannt oder nicht? Ich frage dich. Haben die Apostel ihn erkannt als Gott oder nicht? Okay, ganz kurz. Wer hat Jesu nicht erkannt als Gott? Ja, die Juden. Die Pharisäer. Die Juden. Die Pharisäer. Die haben ihn nicht angenommen. Okay, Jungs, Jungs, einer muss reden, nicht Hunderte, einer. Okay, lasst mich kurz. Okay, Aris, danke schön. Ich finde, dich sowieso etwas sprachlich etwas gehoben hat. Danke schön. Also noch einmal. Wir haben hier zwei Willenserklärungen. Gott segne dich für deine Friffelei. Okay, danke schön. Wir haben hier zwei Willenserklärungen. Man nennt das Konfliktziel. Nämlich, das erste Ziel von Gott ist es, auf die Erde zu kommen und von den Menschen als ihr Schöpfer erkannt und angebetet zu werden. Das zweite Ziel ist aber, von diesen Menschen als Gotteslästerer erkannt zu werden und hierfür gekreuzigt zu werden. Das heißt, aus der Perspektive der Geschöpfe der Menschen, welches Ziel Gottes sollen sie nun tun? Welchen Willen sollen sie nun tun? Der eine Wille widerspricht dem anderen. Wenn sie Gott als ihren Gott erkennen und ihn hinrichten wollen, werden sie logischerweise Ungläubige. Wenn sie Jesu aber nicht hinrichten und hierfür müssen sie ihn als Gott nicht erkennen, das heißt, fehlgehen ihn zu erkennen, dann erlangen sie ewiges Leben. Das ist ein Konfliktsziel, Aris. Bitte schön. Ja, womöglich für dich, aber dafür ist die Bibel da, weil das ist ein roter Faden, damit man das versteht. Du wirst Gottes Wille erkennen, wenn du die alttestamentlichen Bücher kennst und das führt alles auf die Kreuzigung hin und weshalb sie sein musste. Also jetzt so kurz Ja und Nein zu antworten, ist eigentlich sehr schwer, muss ich dir ehrlich sagen, weil dafür braucht es eben dieses Verständnis, warum es sein musste. Und wir haben hier den Vers, ja, Jesus hat uns das Leben vorgelebt, wie wir sein sollten. Das perfekte Beispiel, sündenfrei, dass wir dann auch durch Gnade, ja, das ist ein Geschenk an die Menschheit, weil er muss ja richten und er kann nicht einfach jeden in den Himmel lassen, dann wäre er nicht gerecht. Und er hat gesagt, ich werde selbst für euch aus Liebe gehen. Er hat für uns gelitten und das gemacht, was jeder von uns verdient hätte in unseren täglichen Sünden. Ja, aber er hat das Leben perfekt gelebt, ohne Sünde. Somit hat er gerecht gehandelt und liebend. Das ist der Gott in der Bibel. Arasch, habe ich es zur Kenntnis genommen? Gar kein Problem. Lieber Bruder in Adam, schau doch mal bitte ganz kurz in den Kommentar. Schau mal, was ich kurz kommentiere, dass du da bitte mitkommst. Also ich habe im Kommentar hier die Frage nochmal schriftlich festgehalten. Wollte Gott zeitgleich angebetet und gekreuzigt werden? Wollte Gott zeitgleich angebetet und gekreuzigt werden, damit wir Erlösung erlangen können? Wenn Gott von seinen Menschen, die er erschaffen hat, zugleich wollte, dass sie ihn als ihren Gott, ihren Schöpfer erkennen, dann würde niemand sagen, lass mich doch bitte zu Ende kommen. Ja, das wiederholst du zum dritten Mal. Aber noch einmal, ja, aber deswegen ja, weil du es ja scheinbar nicht wirklich aufgenommen hast. Ja, aber kennst du das Leben Jesu, wie er gelebt hat? Ich bin dir nicht ins Wort gefallen. Arasch, bitte, sei doch bitte in der Liebe, sei doch gerecht. Jesu ruft dazu auf, dass man gerecht ist. Ich bin dir nicht ins Wort gefallen, ich bin zuerst umgegangen. Dankeschön. Aber wenn du dich wiederholst, ist ja... Bitte, noch einmal, bitte, wenn Gott auf die Erde kommt, von den Menschen, die an ihn glauben, will, dass sie ihn als Gott weiterhin erkennen und anbeten und zeitgleich will von ihnen gekreuzigt werden. Okay, wir haben die Frage verstanden. Kennst du Jesu Leben? Wollte er sich, ist er gekommen, dass er sich anbeten lässt? Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist deine Gerechtigkeit? Ich bin dir nicht ins Wort gefallen. Ja, dann wiederhole dich nicht. Das ertritt keiner mehr langsam. Du unterbrichst mich, weil du merkst, das Konfliktziel wird den Zuschauern immer bewusster gemerkt. Nein, überhaupt nicht. Ey, du verstehst du das? Nein, du bist in der Schatten, man ist in der Schatten. Wir haben deine Frage. Du bist in der Schallplatte, die sich ständig wiederholt, obwohl er seine Antwort bekommt, und es ist immer noch da drin. Und versucht, die Leute zu verdrehen hier. Warte mal, Leute, soll ich diesen Showtime machen? Jeder hat zufrieden. Ja, weil du immer mit der gleichen Schallplatte kommst. Ja, so werden die aggressiv. Warum? Wir sind nicht aggressiv. Wir bleiben doch einfach gerecht. Gar nicht. Du sagst, du behauptest als Sachen, die nicht wahr sind. Ich falle euch nicht vor. Aber du kannst doch nicht 30 Minuten alleine reden, du musst in der Priegericht oder was machst du. Ich bin ja bewusst. Zeig uns doch mal, wie du wirklich bist. Ich hab dich schon in anderen Streets gesehen. Zeig uns mal, wie du wirklich bist. Nicht so eloquent, wie du das jetzt gerade machst. Zeig mal, wie du wirklich bist. Ich kenn dich aus Facebook. Also lass mich jetzt bitte meinen Satz Ende sagen. Und Aris, sei bitte so gerecht, wie Jesu in der Bergpredigt, die Menschen dazu aufruft, gerecht zu sein. Ich bin gerecht durch sein Werk. Dann geh bitte auf Sturm. Ich hab das auch bei dir gemacht. So höfisch kann es ja wohl sein. Also noch einmal. Ich werde meinen Kommentar nochmal hier reinschreiben. So. Jetzt passt auf. Die Fragestellung lautet die folgt. Wollte Gott zeitgleich, jetzt sagen wir mal, auf der Erde angebetet und gekreuzigt werden, damit wir Erlösung erlangen können? Erlösung bedeutet für die Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Jesu ist nun auf die Welt gekommen. Sie sollen ihn weiterhin erkennen als ihren Schöpfer und anerkennen und anbeten. Zeitgleich sollen sie ihn aber auch erkennen als einen Gotteslästerer, weswegen sie ihn dann zu Recht vor Gott beschuldigen können, ans Kreuz schlagen können. Denn nur so erlangen sie ewiges Leben. Ohne Kreuztod keine Erlösung. Das ist ein Konfliktszen. Ihr kommt aus dem Dilemma nicht mehr heraus, Arisch. Geh bitte auf die Punkte ein. Dankeschön. Du hast das Wort. Jesus rede über seine Vollmacht. Jesus aber sagte zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was der Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut ihm gleicherweise der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke wird ihm zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater den Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wenn er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn überlassen. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also hier spricht Jesus schon, er wusste seine Mission, er wusste, was kommt. Aber ich lese dir noch ein vor, damit du es vielleicht so verstehst. Ja, wir haben hier von Johannes 39, 36. Der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm, du siehst ihn vor dir. Er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Also Gott oder Jesus war nicht ein Ja, er bittet mich an. Sondern er war in Demut und hat es in Gleichnissen und Symbolischen, wie er eben so geredet hat, rätselhaft ausgedrückt. Und er war kein Gott, der sich auf einen hohen Rost stellt. Sondern er hat auch in Demut. In Ordnung. Ich habe das jetzt alles aufgenommen, alles in Ordnung. Jetzt würde ich gerne das Wort haben. Es wurde nicht auf meinen Punkt eingegangen. Der Punkt ist nämlich wie folgt. Es gibt hier zwei Absichten. Wir könnten auch sagen, zwei Missionen. Hatte Jesu eine Mission oder hatte er zwei Missionen? Wenn Jesu zwei Missionen hatte, weil er die erste Mission, als Gott angebetet zu werden, nicht aufgeben kann, weil Gott, wie du gesagt hast, will immer angebetet werden, dann muss er dieser Mission, diesem Willen, diesem Ziel, treu bleiben. Wenn er sich nun eine zweite Mission zur Aufgabe nimmt, auf die Erde zu kommen, als Gotteslästerer erkannt zu werden und hierfür ans Kreuz genagelt zu werden, dann haben wir zwei Missionen. Jetzt die Frage, aus der Perspektive seiner Geschöpfe, welche Mission sollen diese Menschen nun erfüllen? Sollen sie die erste Mission erfüllen, die Gott beabsichtigt zu erfüllen, dass sie ihn als Schöpfer anerkennen und weiter anbeten? Oder sollen sie seine zweite Mission erkennen, dass er gekommen ist auf diese Welt, in diese Welt, um für uns zu sterben? Die Menschen können ja nicht beides tun. Wir können ja nicht bewusst Gott kreuzigen. Welcher Wahnsinnige würde Gott als Gott anerkennen und ihn dann als Gotteslästerer anerkennen und ihn dann sogar beabsichtigen, ans Kreuz zu nageln? Bitte geh auf diesen Punkt ein. Ich antworte dir drauf. Darf ich antworten? Ich habe nur kurz die Frage, ja, ich stelle nur die Frage, die er nicht beantworten muss. Du beantwortest, ich stelle nur eine Frage. Woher bestimmst du, was sein Ziel ist? Woher bestimmst du das? Ja, genau das kläre ich jetzt mit ihm. Warum ist der Herr Jesus Christus gekommen? Ist er gekommen, um zu zeigen, dass er Gott ist? Oder ist er gekommen, um zu erfüllen, wie er sagt in der Bibel? Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Wozu ist er gekommen? Ist er gekommen, um zu zeigen, dass er Gott ist? Die, die ihn als Gott erkannt haben, die haben ihn auch angebetet. Und er war prophezeit, dass er kommt, im Alten Testament, und die Pharisäer haben ihn nicht erkannt, und du erkennst ihn auch nicht. Und wenn du das Alte Testament lesen würdest, dann würdest du ihn auch erkennen. Und du erkennst ihn nicht. Deswegen betest du ihn auch nicht an. Und deswegen kommst du mit solchen komischen Fragen. Weil der Herr ist gekommen, um zu erfüllen. Weil für Gott ist es ein leichtes, hierher zu kommen und sich als Gott zu offenbaren. Und das werdet ihr sehen, wenn der Herr Jesus Christus zurückkommt und alle ihr Knie vor ihm beugen müssen. Da werdet ihr erkennen, dass es Gott ist. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Habe ich das Wort? Du musst verstehen, ganz kurz noch, du musst verstehen, dass die Pharisäer, perfekt, Ihr habt jetzt beide gesprochen, habe ich jetzt das Wort? Habe ich das Wort? Du musst verstehen, habe ich das Wort? Ich kann mir nicht eins merken. Wahnsinn, ehrlich. Er redet doch, also nein, lass mich doch reden, und er hat mein Wort. Habe ich dir ja gesagt. Also, du musst verstehen, dass die Pharisäer, wer waren das? Das waren Schriftgelehrte, die konnten die Tore auswendig. Und die haben gesagt, du stellst dich mit Gott gleich. Und deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Die religiösen Führer haben erkannt, dass er sich mit Gott gleichstellt. Nur auf deine Frage. Aber sie wollten das nicht akzeptieren, weil Jesus ging es ums Herz und um Nächstenliebe. Und sie waren so stark in ihrer Tradition und wollten ihre Macht nicht verlieren. Die haben rein gesetzlich, traditionell gehandelt. Okay. Okay, das war jetzt mehr als ein Satz, aber ist nicht böse gemeint. Also, du hast jetzt gerade das gesagt, dass du davor hier abgelehnt hast. Ich hatte euch ganz bewusst gefragt, haben die Menschen Gott auf der Erde als ihren Gott erkannt? Ihr meintet, nein. Dann habe ich gesagt, bitte? Dann hast du jetzt gerade gesagt, die Pharisäer haben erkannt, dass Jesus sich Gott gleich macht. Also jetzt noch einmal die Frage und bitte entscheide dich. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus Gott ist? Oder haben sie dies nicht erkannt? Und dann möchte ich gerne, wenn du eine Antwort gegeben hast, zurückkommen auf das, was GC gesagt hat. Bitteschön. Okay, dazu lese ich dir noch ein Vers vor. Johannes 1,14. Und das Wort, wo du das Wort geben, bitte. Am Anfang war das Wort, das war klar. Wer zu? Kannst du mir bitte eine Antwort geben? Haben die Pharisäer, kannst du nicht das nehmen, was du gerade gesagt hast? Kannst du mir bitte eine klare Antwort geben? Das ist eine geschlossene Frage. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus Gott ist? Gott gleichstellte. Sie sagten das anders. Noch einmal, noch einmal. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus behauptet hat, Gott zu sein? Ja, das haben sie erkannt, dass er es behauptet hat. Aber sie haben nicht erkannt, dass er Gott ist. Bitte, einfach nur eine Antwort, dass ich weiterreden kann. Bitte, das ist doch nicht so schwer. Ich habe es ja gesagt. Okay, dann gib ich doch ein Ja oder ein Nein, dann kann ich gerne mit G.C. weiterreden. Das geht aber nicht einfach mit Ja oder Nein. Du brauchst es nicht für erklärte Unterführung. Oh, krass, ehrlich. Bist du ein Mensch? Ja, nein. Bist du ein Mensch? Ja, nein. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus behauptet hat, Gott zu sein? Ja, nein. Gib mir deine Antwort. Ja, sie haben erkannt, dass er behauptet, Gott zu sein. Okay, grüße ich den Heich. Es geht dir gut. So, jetzt möchte ich gerne das Wort weiterhaben, mit G.C. Bist du da? Hörst du mich? Ich bin da, hör dich. Okay, jetzt möchte ich auch dir die Frage stellen. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus gesagt hat, er sei Gott beziehungsweise Gott gleich? Sie haben erkannt, dass er das gesagt hat, haben aber nicht erkannt, dass er Gott ist. Das ist doch natürlich. Was erwartest du von der Frage? Was ist das für eine Frage? Das ist doch eine manipulative Frage, wo du danach draus machen kannst, was du möchtest. Was ist das für eine Frage? Ich stelle dir die Frage zurück. Haben die Pharisäer erkannt, dass er Gott ist? Danny, Danny. Haben die Pharisäer erkannt, dass er Gott ist? Hallo, hallo, Danny. Die antworte mir doch. Danny, bitte. Warte mal, ich will dich das sagen. Soll ich einmal Showtime machen? Soll ich eine Runde Showtime machen, dass einer... Nein, Bruder, das ist nicht Bruder. Nein, Danny, wie klingt das? Danny, wie klingt das? Weil er stellt zu, dass er Fragen der verdrinken kann, wie er möchte. Und du hast meine Antwort gekriegt. Ich habe dir die Frage geantwortet. Danny, bitte. Bitte. Also Danny, ich möchte jetzt auch dir die Frage stellen. Haben die Pharisäer erkannt, dass Jesus den Anspruch gestellt hat, Gott bzw. Gott gleich zu sein. Danny, kannst du mir bitte ein Ja oder ein Nein geben, bitte? Ian, wer ist dazu ein perfekter Johannes 1,9? Einfach jetzt schweig. Ich schweig dich. Ich frage Danny den Host. Das beantwortet ist eine gesamte Frage dazu. Johannes 1,9. Schweig. Danny, Danny, wo bist du hin, Danny? Warum so leere Antworten? Ich habe den perfekten Vers für dich. Johannes 1,9. Hallo. Hallo. Herr, du hast jetzt nur ein Ja. Ja, Herr, doch hast du Angst, dass du jetzt die Antwort für dich hast? Wolltest du keine Antwort haben? Westehst du auf deine Antwort, die du möchtest? Oder möchtest du eine normale, richtige Antwort von uns haben? Warum fällt das so schwer? Warum fällt das so schwer? Wieso fällt es dir so schwer, die Antwort zu haben? Ergib dir doch eine Antwort auf deine Frage oder möchtest du deine Antwort haben? Halten wir ganz kurz zusammen. Islamischer Geist, dass du Angst hast und Blut hast? Ich habe keine Angst. Entspann dich, Arish. Arish hat gesagt, ja, die Pharisäer haben erkannt, dass Jesu den Anspruch gestellt hat, Gott gleich oder Gott zu sein. GC sagt auch, eure Antwort ist eine klare, also ein klares Ja. Jetzt eine andere Frage. Das hast du gesagt. Jetzt bitte, entspannt euch. Jetzt kommt die neue Frage. Hallo, entspannt euch. Was ist das? Ich bin entspannt. Wahnsinn, das ist eine Unsicherheit. Ich bin entspannt. Er sagt keine Sorge. Jetzt wieder die gleiche Frage. Entspannt euch. Entspannt euch. Kommt runter. Kommt runter. Haben die Pharisäer, haben die Pharisäer Jesu als eine Gottesflechterei erkannt? Irgendwie, du bist wie ein Papagei, der wieder wohnst. Haben die Pharisäer Jesu als Gottesflechterei erkannt? Ich habe dich verstanden. Mute dich und ich beantworte dir. Ja, nein, nein. Ja oder nein? Danach kommt mal ein Argument. Ja oder nein? Danach kommt mal ein Argument. Dann kommt mal eine Zusammenfassung. Mute dich und ich beantworte dir. Ja, ey Leute, bitte nehm das auf. Ja oder nein? Mute dich und ich beantworte dir. Mute dich und ich beantworte dir. Mute dich und ich beantworte dir. Okay. Objektive Frage. Ich habe gesagt andere Frage. Aber dieselbe Frage. Mute dich und ich beantworte dir die Frage selber. Komm zu deinem Lichtpunkt. Okay, also eure erste Antwort war ja. Sie haben erkannt, dass er... Ich glaube, die Antwort ist nicht. Mute dich. Stopp, stopp, stopp. Leute, nehmt das auf. Bitte dem das auf. Ja, nehmt das auf. Wie unsicher sie sind. Nehmt das auf. Ich glaube, die Antwort ist nicht dran. Die Antwort lautet ja. Sie haben erkannt, dass er behauptet, Gott zu sein. Und jetzt die Antwort war, sie haben nicht geantwortet. Und haben sie auch erkannt, dass er ein Gotteslästerer ist? Ja oder nein? So. Natürlich. Also. Deswegen wollten sie ihn versteinigen. Ja. Wir haben zweimal ja. Zweimal ja. Zweimal ja. Entspannt euch. Wir haben zweimal ja. Das bedeutet, dass die Feinde... Ja, das ist eine Schlussfolgerung. Entspann sich. Alter, laufe nicht aus. Mach einen Minutentimer, Danny, bitte. Mach einen Minutentimer. Der Typ ist ja verrückt. Der philosophiert da irgendwas. Das bringt dir nicht. Das bringt dir nicht. Das bringt dir Fakten. Woher haben wir dieses Wissen? Du hast, denkst, na. Woher denkst du? Denkt man nicht, woher wir das Wissen haben? Aus der Bibel. Und deswegen kriegst du aus der Bibel auch die Erklärung. Weil sie Angst haben. Also, das heißt, die Pharisäer haben beide Sachen erkannt. Die Pharisäer haben erkannt. Jesus sagt, er ist Gott. Und sie haben ihn erkannt als einen Gotteslästerer. Jetzt die Frage. Wer hat Jesu geholfen, diesen beiden Missionen, diesen beiden Zielen gerecht zu werden? Die Menschen, die den Heiligen Geist haben, die Jünger? Oder die Menschen, die seine Feinde sind und die nicht den Heiligen Geist haben? Ich stelle nochmal deine Frage. Ja, was? Ich habe dich ja kurz nicht verstanden. Du laberst zu viel. Okay, kein Problem. Kann ja passieren. Und jetzt hör mich bitte an. Ich werde es für dich sehr einfach formulieren. Haben die Feinde Jesu, die Pharisäer, beide Absichten Jesu, sowohl als Gott erkannt zu werden, als auch als Gotteslästerer, obwohl sie nicht den Heiligen Geist hatten? Und haben die Jünger erkannt, dass er Gott ist und dass er ein Gotteslästerer ist? Denn sie hatten den Heiligen Geist. Wieso haben diejenigen, die nicht den Heiligen Geist haben, beide Willen Jesu erkannt, aber die, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, ihnen ist es nicht gelungen zu erkennen, dass er Gott ist und dass er ein Gotteslästerer ist. Ansonsten hätten sie ihn ja kreuzigen müssen, damit sie die Lösung erlösen können. Also wer sagt, dass die Pharisäer den Heiligen Geist hatten? Erstens. Wer sagt das? Gott, wie Jesus, hat am meisten gegen die Pharisäer gesprochen. Er hat gesagt, guckt euch an, ihr seid wie Schlangen. Ihr glaubt, ihr seid die Heiligsten. Ihr steht euch da, als werdet ihr die Heiligsten und schaut eure Werke an. Schaut euer Herz an, so quasi. Er hat sie voll gerichtet. Und jetzt zu dem Vers Johannes 1, 9. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, Mensch, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und dann noch ein. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und wer war das Wort? Also du möchtest jetzt nicht auf die Frage eingehen, haben die Menschen ihn erkannt oder nicht erkannt? Hier steht zum Beispiel, die Welt erkannt den nicht. Ja, nur manche. Warte, 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 warum sagst du hier steht? Weißt du es nicht? Ja, woher denkst du, dass wir es wissen? Denk mal nach, durchs Lesen, oder? Ich frage dich da. Weißt du, dass wir lernen? Durch die Bibel, oder? Entspann dich doch. Warum diese Unruhe? Warum diese Unsicherheit? Haben die Menschen erkannt, dass Jesus... Ja, das ist so, komm so reinsteht. Entspann dich doch mal ganz kurz. Komm doch mal runter. Haben die Menschen erkannt, dass vor ihnen Gott, ihr Schöpfer, steht? Und haben die Menschen erkannt, dass vor ihnen ein Gotteslästerer steht? Die, die aufrichtigen Herzens waren, haben ihn erkannt. Okay, du hast vorhin gesagt, die Pharisäer haben ihn erkannt. Also haben die Jünger nicht erkannt, dass er es ist? Sie haben erkannt, dass er es tut, aber sie haben nicht erkannt, dass er es ist? Komm runter. Verstehst du sehr gut? Danke. Also haben die Jünger nicht erkannt, obwohl sie den Heiligen Geist hatten, was die Pharisäer erkannt haben, obwohl sie nicht den Heiligen Geist hatten? Wer war jetzt aufrichtiger? Waren die Jünger aufrichtiger, oder waren die Feinde Jesu aufrichtiger? Das ist noch immer die Frage. Anscheinend meine Antwort nicht begriffen. Wer war aufrichtiger? Die Jünger, die Feinde Jesu, oder die Feinde Jesu waren aufrichtiger, oder die Feinde Jesu? Die Nachfolger waren natürlich aufrichtiger. Haben die Jünger Erkenntnis gehabt, dass Jesu Gott ist? Ja. Okay, warum haben sie nicht gekreuzigt? Warum hätten sie ihn kreuzigen sollen? Dafür waren doch die anderen da. Verstehst du das eigentlich nicht? Verstehst du das nicht? Nein, warte. Nein, nein, warte. Jetzt hör mal ganz kurz bitte zu. Jetzt hör mal ganz kurz bitte zu. Du hast jetzt schon genug gesprochen in Ihrem Blödsinn. Jetzt warte bitte. Jetzt warte bitte. Jetzt warte bitte. Ja, meine Güte. Das ist nicht Herr der Ringe, das ist nicht Herr der Ringe, dass man hier irgendein Buch liest. Das ist nicht Herr der Ringe, dass man lesen kann wie irgendein Buch, das ist die Bibel. Und mit der Bibel, da muss man mit Köpfe rein, da muss man die Bibel lesen, weil man sie verstehen möchte. Und nicht nur mal irgendwelche... Weil wenn du siehst, was im Altestament steht, wurde er sehr oft prophezeit und dass er das Werk vollbringen werden muss. Und die haben das nicht erkannt, genauso wie du nicht. Und genau für diese Menschen, genau du wärst zu einer gewesen, der den Herrn gekreuzigt hätte. Genau du wärst zu einer gewesen, weil er nicht erkannt hat, was in der Schrift über ihn prophezeit wurde. Und da brauchst du jetzt nicht hier hinkommen und sagen, da waren Menschen, durch die hat er seinen Plan erfüllen können. Das ist Gottes Plan, da wusstest du schon, was passiert. Du redest über Gott, du redest doch nicht über den Avengers oder sowas. Du kommst ja rein mit irgendwie... Und du redest hier und du versuchst irgendwas, du warst wie ein kleiner Junge, mit ganz komischen Themen. Okay, Sifu, Sifu, ich danke dir für deine Komplimente, jetzt möchte ich etwas fragen. Du hast gesagt, ich hätte Jesu gekreuzigt. Jetzt habe ich eine Frage an euch beide. Wenn ihr zu Zeiten Jesu gelebt hättet und ihr sagt, der Kreuztod ist unabdingbar, er muss geschehen, damit wir Erlösung erlangen können. Ohne Kreuztod, keine Wiederauferstehung, ohne Wiederauferstehung, keine Erlösung. Was sagte der Herr Jesus zu Petrus, als er gesagt hat, dass er gekreuzigt wird? Was hat er zu Petrus gesagt, als er gesagt hat, wir verhindern das? Er sagte, er sagte, das gleiche, was ich zu dir sage, er sagte, Weiche von dir, Satan, hat er gesagt zu ihm. Verstehst du das? Du solltest die Bibel mal lesen und nicht irgendwelche Sachen im Internet gucken, du kannst auch lesen. Geh auf Stumm und mach das nicht. Ich habe es bei dir auch nicht gemacht. Also, willst du gerade sagen, obwohl du weißt, dass der Kreuztod unabdingbar ist, nicht notwendig, willst du gerade sagen, dass wenn du zu Zeiten Jesu gelebt hättest, du ihn nicht gekreuzigt hättest? Nochmal, hättest du gerade dem zugehört, dann wüsstest du, als Petrus gesagt hat, lass uns das verhindern, sagte Jesus zu ihm, Weiche von dir, Satan. Verstehst du das? Er hätte ihm geholfen, seine Mission zu erfüllen. Lass uns mal erklären, du labest ja mehr als Jesu, aber hier zusammen. Er hätte ihm geholfen, am Kreuz zu werden. Nochmal, 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 du sprichst darüber, wie wenn es eine Geschichte aus der Ringe wäre. Okay, also wer gibt es die Kreuzigung oder gegen die Kreuzigung hättet ihr damals gelebt? Knockout! Natürlich, was sprichst du da? Was sprichst du da? Natürlich wäre ich gegen die Kreuzigung gewesen. Was redest du da für Knockout? Was sprichst du da? Guck mal, was redest du da? Was redest du da? Natürlich wäre ich gegen die Kreuzigung gewesen. Was sprichst du da? Ja, du, was war einer gewesen und das gehört der Küche. Was für Knockout? Knockout! Du hast dich selber auch genommen. Dann lass mich beantworten. Schau mal, du bist so ein Clan, Alter. Also, fad auf. Ich sag dir was. Was für in der Luft, du redest, du redest so ein Blödsinn. Keiner war dabei. Keiner von uns war dabei. Auch du und ich, keiner von uns. Wir wissen nicht, ob wir gefolgt hätten oder nicht. Und jetzt bist du bitte ruhig. Lass dich bitte reden. Du hast zu viel geredet schon. Butter Danny, tu ihn bitte stummen, Butter Danny. Wer weiß, hätte ich ihn erkannt, weiß ich nicht. Hättest du ihn erkannt, kein Mensch weiß, ob er erkannt hätten oder nicht. Ganz einfach. Ich bin ja ehrlich und kein Mensch weiß, ob er erkannt hätte oder nicht. Aber die, die ihn erkannt haben, ihn als Gott angebeten, hätten ihn nicht gekreuzt. Aber die, die ihn nicht erkannt haben, dafür gab es genug. Und die haben ihn gekreuzigt. Unschuldigt. Ohne Sünde. Und jetzt kommst du her mit so einem Blödsinn. Kommst du her mit irgendwas Knockout und ohne Sinn und Verstand. Obwohl du ein sehr intelligenter Junge bist. Ganz einfach. Lest die Bibel und versteht, was da drin steht. Hat Jesus auch ihnen gesagt, dass er das Werk tun wird. Aber seine Zeit ist noch nicht gekommen. Verstehst du? Und sie wollten ihn auch verhindern, dass er stirbt. Aber der Plan Gottes musste in Erfüllung gehen. So wie im Alttestament alles prophezeit. Die Jünger kannten sich wahrscheinlich nicht so gut aus. Aber sie haben erkannt, dass er Gott ist. Haben ihn erstmal gefolgt. Mit all seinen Wundern. Und natürlich wollten die ihn jetzt nicht absichtlich kreuzigen. Weil er gesagt hat, meine Zeit ist nicht gekommen. Und Jesus hat viele Wunder vollbringen müssen, ehe die Zeit kommt erstmal. Dass er auch das Leben leben kann. Leben muss. Was wir jetzt auch leben sollten. Er musste das perfekte Leben zuerst führen. Darf ich was vorlesen? Darf ich was vorlesen? Okay, super. Kommt doch ein bisschen runter. Wir sind alle erwachsen. Wir können uns alle sachlich austauschen. Und ich finde Cifu sehr, sehr interessant. Aber leider widersprüche ich zu dem, was er vorher gesagt hatte. Weil er meinte nämlich, okay, ich bin ehrlich, keiner weiß, wie er damals gehandelt hätte. Also ob er ihn erkannt hätte. Und davor unterstellte er mir aber und sagte, ich bin genau so einer, ich hätte ihn nicht erkannt und hätte ihn gefolgt bekommen. Jetzt, wie du jetzt bist. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wie du jetzt bist. Wir reden von Vergangenheit und Gegenwart. Und in Gegenwart bist du einer von denen, die ihn nicht erkannt hätten. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, ich kenne das ja, alles gut. So, ich möchte kurz was vorlesen. Das Ganze findet ja seinen Ursprung im Römerbrief 5, Vers 18. Und ich möchte, wenn ihr da die Geduld aufbringt, so wie ich sie auch aufgebracht habe, dass ihr mich bitte nicht unterbrecht. Es dient ja uns allen. Wir profitieren ja alle davon. Es heißt hier nämlich, die Erbsündenlehre. Trotzdem schiebt die christliche Dogmatik Jesus noch eine weitere Rolle zu. Wie die des Erlösers. Jesus, so heißt es, ist am Kreuz gestorben. Er hat schnell vertreten für die Menschheit gelitten. Er hat ihre Sünden auf sich genommen. Wer an ihn glaubt, dem wird vergeben. Diese angebliche Rolle Jesu hat für die Kirchen eine ebenso große Bedeutung für die von der Erbsünde. Der Mensch sei sündhaft von Geburt an. Dies wird zwar verschieden erklärt, aber alle Richtungen sind sich insofern einig, dass der Wille zum Bösen der Natur des Menschen zugehöre. Er selbst kann sich durch Willensentschluss von dieser Belastung der Erbsünde nicht freimachen. Das Luthertum gibt dazu folgende Definition in der Formule Concorda von 1577. Zitat Denn die Erbsünde ist nicht eine Sünde, die man tut, sondern sie steckt in der Natur, Substanz und Wesen des Menschen. So ist doch die Natur verderbt durch die Erbsünde, die uns im sündlichen Samen... Du musst dich jetzt kurz unterbrechen, damit du weißt, wie es ist, wenn man gerade vorliest und du was beantworten willst oder fragen willst, wenn man vorliest. Ich möchte ganz nur... Bitte, hallo, hallo. Ganz genau, das wollte ich vorhin auch. Das wollte ich vorhin auch. Aber ich lasse dich. Du kannst ja auch... Du durftest auch vorlesen. Ich bin dir nicht ins Wort gefallen. Also, bitte. So ist doch die Natur verderbt durch die Erbsünde, die uns im sündlichen Samen angeboren wird. Jetzt heißt es hier, Paulus schreibt im Römerbrief 5 all das nieder, was die christliche Dogmatik zu ihrer Rechtfertigungslehre benötigt. Zitat aus Römerbrief 5, Vers 18. Ich werde das zweimal vorlesen. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung zum Leben für alle Menschen gekommen. Noch einmal. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis, die Sünde von Adam und Eva, der Fluch über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung, Kreuzdod, Rechtfertigung, zum Leben für alle Menschen gekommen. Wir wissen aber aus dem Alten und Neuen Testament, also durch die Überlieferung der jüdischen Propheten, wie auch durch Jesus selbst, dass es keine Erbsünde gibt. Bei Jeremia 31, Vers 29, 30 lesen wir, was auch die Tatsache begründet, dass eine Lehre von Erbsünde selbst im Judentum keinen Raum hat. Zitat Jeremia 31, Vers 29, 30. Zu derselben Zeit, Zitat, zu derselben Zeit, und der Kontext ist, nämlich die Rede vom Neuen Bund. Zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen, die Väter haben Herrlinge gegessen und die Kinderzähne sind stumpf geworden, sondern, sondern ein jeglicher wird um seiner miese Tat willen sterben. Und welcher Mensch Herrlinge ist, dem sollen seine Zähne stumpf werden. Noch einmal, zu derselben Zeit wird man nicht mehr sagen, die Väter haben Herrlinge gegessen und die Kinderzähne sind stumpf geworden, sondern ein jeglicher wird um seiner miese Tat willen sterben. Und welcher Mensch Herrlinge ist, dem sollen seine Zähne stumpf werden. Zitat Ende. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, ein weiteres Zitat von Matthäus 10, Vers 14, lasst ihr die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Das bedeutet also, trotzdem benötigt die christliche Dogmatik diese Lehre, um, wie wir bei Paulus gelesen haben, die Rechtfertigungslehre begründen zu können. Denn, ich muss wettern, denn wenn die Erbsünde nichtig ist, dann ist auch das schnellvertretende Leiden Jesu nichtig. Paulus schreibt, dass Jesus zur Rechtfertigung für die darauf folgende Gnade Gottes leiden musste, die nun allen, für die Jesus schnellvertretend gelitten hat, zuteil werden kann. Paulus sagt damit, dass Gott, um den Menschen Gnade erweisen zu können, mindestens einen schnellvertretend strafen muss. Eben weil, wie wir vorhin zeigten, die Erbsünde eine Konstruktion des Paulus ist, muss er im Folgenden eine weitaus gefährlichere Konstruktion errichten, nämlich die, dass der gnädige Gott ohne Rechtfertigung nicht gnädig sein kann und deshalb ein Unschuldiger dem Verbrechen unschuldig leiden zu müssen, zum Opfer fallen muss. Wenn nirgendwo anders, dann zeigt sich zumindest hier die christliche Dogmatik in ihrer wahren Form. Sie begrenzt den allmächtigen ewigen Gott in einer solchen Weise, dass sie ihn zum kleinlichen Referatis zu meinen Ländersatz verscheiden. Also ich weiß nicht, das ist jetzt weit über die Bibel hinaus, das ist keine Philosophie, was du aufhören gibst. Kommst du auch mal zu deiner Frage, oder was ist jetzt? Der Letzte, 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 zu verzeihen. Noch einmal, dass sie ihn zum Kleinlichsten aller Menschen macht, dem, der nicht bereit ist, zu verzeihen. Game over für euch beide. Ihr habt das Wort. Game over, du hast eine halbe Stunde gesprochen, du hast deine Frage, was ist jetzt? Der Letzte, der Letzte, der Letzte, der Letzte, jetzt stummst du dich auch, fünf Minuten. Also die Erbsünde sehen wir schon in Adam und Eva, dass die da kamen, das sagt nicht Paulus, die war schon da und das hat Gott auch klar bewiesen und gesagt dass der Mensch von Haus aus schon verdammt ist, weil Adam die Sünde in die Welt bracht, musste sie Jesus hinaustragen. So, und jetzt sagst du, wer ist gerechtfertigt? Du sprichst über die, dass die für ihre eigene miese Tat untergehen. Genau, das betrifft nämlich auch die Juden und davon steht sehr viel in der Bibel, dass die Juden nach dem Gesetz gerichtet werden, weil sie die Gnade Christi und sein Werk nicht annehmen wollen. Somit müssen sie durch ihre eigenen Gebote Rechtschaft ablegen. Das heißt, sie bevorzugen jetzt nur die Gesetze zu halten, die zehn Gebote, können sie aber nicht. Und Jesus sagt auch im Neuen Testament, und die in Neuen Testament, das heißt, Und der Reich war dann damit überfordert, weil er es nicht konnte. Also zeigt uns Jesus auch öfters in den Schriften, dass wir... Und das Werk muss ich jetzt sehen, er war das Lamm Gottes, das ein für mal geschlachtete Sündenopfer, was sie im Alttestament ja auch immer wieder machen tun mussten, sich von den Sünden reinzuwaschen, Frau Gott. Und du hast so lange geredet, dass ich eigentlich fast vergesse, auf alles einzugehen. Deswegen versuch dich zu erhalten. Bist du fertig? Du kannst gerne das Wort haben. Okay, Translation, Translation. Gott, der allweise ist, der barmherzig ist, er legt seiner Schöpfung Regeln auf, von denen er weiß, dass ihre Natur, die er ihnen verliehen hat, diese Gesetze, Gebote, Verbote nicht zu tragen, vermag. Das ist bei aller anders. Das ist bei aller anders. Stopp, stopp, stopp. Ja, frag dich doch. Das ist bei aller anders. Warum kommst du so überrascht? Nein, ich will doch beantworten. Ihr könnt das Wort haben. Ihr könnt das Wort haben. Entspannt euch bitte. Zeigt mir irgendeinen Vater, irgendeine Mutter, die ihren Kindern Regeln auferlegen, von denen sie wissen, dass ihre Kinder sie tragen. Ich habe das Wort. Und sag mal, welche Regeln dein alter, der gemacht hat, die du nicht gebrochen hast. Sie will ins Wort fallen. Ja, weil du Blödsinn sprichst. Weil der Freie Wille besteht, mein Freund. Weil der Freie Wille besteht. Arisch, ich will nicht ins Wort gefallen. Dankeschön. Also noch einmal. Ja, aber ich weiß deine Frage. Lass mich einfach direkt auf Antworten. Lass es uns machen. Ich hoffe gar nicht, dass wir nicht ins Wort fallen. Dankeschön. Super. Also noch einmal. Ihr sagt, dass die Gebote und Verbote, die von Gott kamen, an die Menschen, von den Menschen aufgrund ihrer Natur, nicht umgesetzt werden konnten. Jetzt stellen wir die Frage. Wer hat diese Gesetze verbindlich erklärt? Gott. Wer hat die Natur bereitgestellt, den Menschen bereitgestellt? Gott. Also hat Gott den Menschen Gebote, Verbote aufgestellt, aufgesetzt, und in der wusste, ist Allah anders. Der redet wie so ein Atheist. Wieso lassen Sie sich reden? Bist du Atheist, Junge? Bist du Atheist? Du glaubst doch genau das Gleiche. Was sprichst du denn bei Atheist? Zeig mir einen Muslim, der Allahs Gesetze alle einhalten kann. Zeig mir nur einen Menschen. Nicht mal dein Profilkunde hat seine Gesetze einhalten. Warum seid ihr so hasserfüllt? Ich weiß, dass... Wir sind nicht hasserfüllt. Du bist so krank in der Böde. Du bist so krank in der Böde. Was sind so krank in der Böde? Das ist... Geh mal ohne Witz. Das ist... Was ist mit komischem Zeug, und du sowieso selber denkst. Kommst in Paradies? Inschallah. Weil du nicht weißt, ob du die Gebote Gottes halten konntest. Weißt du nicht, ob du in Paradies kommst? Nein, er ist Atheist. Ey, sobald du über seinen Islam sprichst, ist der Atheist. Sobald er über seine Religion spricht, ist der Atheist. Danny, kick den doch auf. Du hast das Wort, nur wenn du das Wort dir gebeten. Ich denke nach, das Wort war Gott. Das Wort war bei Gott, und das Wort wurde Gott. Bete Jesus an. Dein Mohammed hat auch Jesus angebetet. Okay, Leute. Wartet, ich gebe ihm die Antwort. Ich gebe ihm die Antwort. Erstens, besteht freier Wille. Zweitens, wofür ist das Gesetz? Wenn du die Bibel kennst, und mit der können wir alles beantworten und du dir letztendlich auch. Nicht durch irgendwelche Zeitungsartikel oder so. Steht drinnen, das Gesetz wurde uns gegeben, damit wir erkennen, was die Sünde überhaupt ist. Weil damals wussten die Leute nicht. Die haben ja auch damals von Mose unendlich in morallosem Leben gelebt. Deswegen, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis zur Sünde. Das ist der Spiegel zu deiner Selbst, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist. Und es wird ja auch erklärt, dass wir das Gesetz brauchen, erkennen, dass wir Sünder sind. Ja, deswegen auch die Buße dann. Und sagen, hey Gott, ich schaffe das alles nicht. Ich brauche deine Gnade. Und deswegen loben wir auch Jesus. Er hat dieses Gesetz erfüllt für uns Menschen, was wir nie halten können. Und es steht ja auch drin, der neue Bund ist, er wird das Gesetz in unseren Herzen schreiben. Was bedeutet das? Die Liebe pflanze uns ein. Gottes Liebe, Heiliger Gast, lebt jetzt in uns, denn ich werde dieses Gesetz in eure Herzen schreiben, heißt es. Was ist das? Nächstenliebe. Wenn du Nächstenliebe hast, erfüllst du diese Gebote. Und nicht mehr von dir selbst heraus gerechtfertigt zu werden, weil das schaffst du nicht, weil da müsstest du alles halten. Somit waren die zehn Gebote da, dass wir sehen, dass wir sie nie halten können. Okay, also unter Nächstenliebe verstehen wir alle. Liebe deine Nächsten. Du bist nicht unser Nächster. Keine Angst. Du bist ganz weit weg. Okay. Naja, das ist das. Liebt eure Feinde. Okay. Guck mal, drei Sekunden. Du bist nicht mein Feind. Du bist nicht mein Feind und nicht mein Nächster. Okay. Also, ich lasse euch ja zu Wort kommen. Du bist Atheist, oder? Kann das sein, dass du Atheist bist? Schaut mal, wie sie jetzt wieder unterbrechen müssen. Wie ernstlich du bist. Keiner muss unterbrechen, aber ich empfehle dir einen Psychologen. Dein Narzissmus muss mal behandelt werden. Schaut mal. Am besten sprich mit dir selbst, nimm auf und hör dir zu. Empfehle mir doch deine Psychologen, bei der du gewesen bist. Du bist ja gewesen. Not on. Not on. Guck mal, wie er mit sich selber redet. Guck mal, wie er mit sich selber redet. Er lacht über seinen eigenen Witz. Er ist gerade im Boxring. Er ist gerade im Boxring. Er fällt halt Knockouts. Knockouts. Guck mal, er redet mit sich selber. Warte, jetzt warte, jetzt warte, nach deinem Monolog, nach deinem Monolog. Er ist besessen, Leute. Er ist besessen, Leute. Er ist besessen, Leute. Er ist besessen, wenn ich das frage. Warte, er ist besessen, wenn ich das frage. Ich möchte jetzt fragen, die seine Vorstellung ist, wie er denn, jetzt sagen wir mal deine Vorstellung, wie du denn in deinem Paradies bist. Wifu, jetzt hast du dein Stage. Wifu, geh mal auf. Ja, aber mit erkläre auch dann die Gerechtigkeit der Kiste, ja? Ja, aber jedes Mal jetzt auch. Erklär mir mal, wie du ein paar, aber du musst mir sagen, dass du 100%ig, aber danach, am Ende muss rauskommen, am Ende muss rauskommen, dass du 100%ig gerettet bist, nicht Inchallah. Ja, und es muss gerecht sein, und dass es gerecht sein muss, nicht, und nicht, ja, jeder muss rinkommen im Paradies, so, ja, wo ist Gerechtigkeit, also, erklär uns das denn. Und zwar direkt im Paradies, nicht tausend Jahre später, und wo es dir versprochen wird, oder wir müssen uns klar mit seiner Gittigkeit zu sagen. Ja, denk's nach, ich sag dir mal was, denk mir's nach, über was, was ich jetzt sage. Ich hab doch jetzt das Wort, oder nicht? Ja, das erzählt man sich, ja. Also, ich weiß ja nicht, was euch hier so wahnsinnig macht, aber wenn ihr euch entstummt, dann ist es zu laut. Urban, du bist zu laut, ich glaub, du bist gerade auf dem Traktor, oder so was, vielleicht bist du auf dem Bauernhof, keine Ahnung, aber bitte, du bist zu laut. Eure Frage, ihr habt etwas gefragt, ich werde dieser Frage gerecht werden, so Allah will, aber ich möchte bei dem Punkt bleiben, dann komme ich zu eurer Frage zurück. Ihr sagt... Nein, 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 du antwortest... Nein, was hab ich gesagt, du unterbrechst, du wolltest von mir? Eine Ja oder Nein-Antwort, ich möchte von dir überhaupt eine Antwort. Nein, ich möchte eine Antwort von dir, und zwar ohne Philosophie. Ohne Philosophie, durch deinen Koran, durch deinen Koran bestätigt, was du sprichst, und keine Philosophie. Bitteschön, jetzt hast du das Wort, und zwar direkt antworten. Nicht mit irgendwas anderes, du wolltest von mir ein Ja oder Nein. Warum flüchtest du? Warum flüchtest du? Warum flüchtest du? Warum flüchtest du? Bleib doch nicht. Ihr flüchtet! Ich hatte einen Tag umrundung und mache dir die Frage, aber genau auf das, was ich gefragt habe... Ihr flüchtet! Ihr flüchtet! Ihr flüchtet! Warte! Wie war das jetzt so? Ich habe 20 Minuten Fragen. Jetzt sind wir berechtigt, eine gute Frage zu stellen. Warum? Wie sie Angst haben. Geht doch auf die Frage. Ich gehe auch auf die Frage. Guck mal, ich gehe immer auf die Frage. Wir haben ja keine Angst. Wir wollen nur verstehen, warum du denkst, dass das... Ja, also wir wollen verstehen, aber wir wollen auch verstehen, wir sind berechtigt. Also wir wissen, dass es im Christentum ein bisschen Probleme gibt. Eins, zwei, drei, aber trotzdem... Du sollst mit dem Islam kommen und sagen wir, wie du gerettet bist, 100%ig, wie es im Koran drin steht, dass du deine Garantie hast, dass du gerettet bist. Sifu, sobald du eine Frage über den Islam stellst, macht er genau immer diese Masche, die er das macht, damit er gekickt wird. Der Mann hat nur Bibel-PDFs, um die Bibel anzugreifen, aber der kann nicht den Islam verteidigen. Gar nicht. Also, dankeschön. Arisch, jetzt lass uns reden. Arisch, du bist ja der Vernünftige von euch dreien. Also noch einmal. Erster Punkt. Wir klären erstmal den Punkt, dann bei Allah, dann komm ich zu hören. Die Frage, was du kriegst, erst den Punkt, was bist du oder Allah? Okay, gerne. Du wolltest vorhin Rede und Antwort von mir. Und das verlange ich von dir jetzt auch. Du antwortest jetzt auf meine Frage. Du hast 20 Minuten vorangestellt. Danny, sorg mal für eine richtige Moderation hier, bitte. Ja, dann sagt man dafür richtig, für eine Moderation, Bruder Daniel, sollst du meine Frage beantworten? Ja, lass uns jetzt mal hier nochmal drehen, das ist ja unerhört, das ist ja der Wahnsinn, wie unfassbar unsicher du bist, lieber Sifu. Antworte doch. Ich bin nicht unerhört. Du bist dritter. Warum antwortest du da nicht direkt? Komm mit der Lösung, komm mit der Antwort. Komm mit der Lösung, komm schon. Hör, wie ängstlich sie sind, Allah. Ich bin nicht ängstlich. Sifu, er wird dir nie im Leben antworten. Sifu, Sifu, spanne deine Nerven. Er wird dir nie antworten. Ich weiß es, er hat diese Antwort nicht, er hat sie nicht. Er wird dir nie im Leben antworten. Wieso seid ihr zu dritt oben? Reicht einer nicht? Reicht einer nicht? Ach gut, er fliegt jetzt. Jetzt hast du dich nicht beschwertet, beschwerst du dich, als du antworten musst, oder was? Als du hier die großen Reden langgeschwungen hast, den Bundeskanzler gemacht haben, alle ruhig waren, alles in Ordnung. Ey, Sifu, nicht weinen, hol den Tempo. Also, schaut mal. Ich weine nicht. Ich weine nicht, keine Sorge. Oh mein Gott. Der lieber Aris spricht wunderschönes Deutsch, mit dem kann man sich super austauschen. Bei Urban, der hat ein großes Problem, ist nicht schlimm. Bei Sifu, der hat emotionale Probleme, aber lasst uns mal sachlich reden. Ich hab keine emotionale Probleme. Doch, doch, doch. Du solltest endlich mal auf die Frage beantworten, weil du beantwortest keine Fragen. Das ist dein Problem. Kennt ihr diese Horrorfilme, wo der Mörder sein Opfer, bevor er ihn quält, sieben Stunden lang erzählt, was er mit ihm machen wird und warum er das machen wird? Und er jetzt nicht rächen muss. Kennt ihr das? Nur, dass er leider genug kann. Nur, dass er leider genug kann. Nur, dass er leider genug kann. Er würde uns so gerne einen Kopf kürzer machen. Er kann es noch nicht. Er hasst es, dass wir über den Islam reden. Er hasst es. Man hört nicht alles. Man hört nicht alles. Hörst du mich? Ähm, Leute, hört ihr mich noch? Hallo? Leute, seid ihr noch da? Hallo? Hallo? Ja, keine Ahnung, irgendwas ist mit dem Stream passiert. Vielleicht machen wir mal hier eine Einladung. Normal sind wir da. Keine Ahnung, mein Internet hakt. Also, mein Internet ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, ich habe euch auf jeden Fall nicht rausgeflogen, also rausgeschmissen. Das ist das Internet. Leider tut mir leid. Deswegen ist auch mein Handy hier die ganze Zeit am Laden. Ja, auf jeden Fall denkt nach. Keine Argumente. Die ganze Zeit wie so eine Schlange hat er sich halt gedreht. Und deswegen sage ich auch an die Muslime, kommt zu den Herrn Jesus. Versöhnt euch, weil sonst werdet ihr an diesem Ort hier landen. Einen Moment. An diesem grauenhaften Ort werdet ihr eines Tages eure Augen öffnen. Wenn ihr ohne den Herrn Jesus Christus in den ewigen Tod geht. Wach auf, denn die Hölle ist real und es ist ein realer Ort. So, und deswegen sage ich euch, Leute, ihr werdet eines Tages oder deines Tages, und ich hoffe, dass mein Internet auch geht. Äh, Leute, bitte alle nochmal tippen. So. 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 So, Gott will, bin ich auch heute Abend wieder live. So, ich möchte einige Verse einmal vorlesen. Mein Handy, ähm, mein Internet spinnt gerade. So, ich packe nochmal ein, ein Piraten hier, Truhe für euch rein. Ich lese einmal vor. Matthäus 10, Vers 28 steht geschrieben. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor, äh, vielmehr, denn der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Also in die Hölle werfen kann. Entschuldigung, ich lese hier eine komische Übersetzung. Und in Matthäus 5, 29 sagt der Herr Jesus Christus, wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und werf es von dir. Denn es ist für dich, für dich, dass eins deiner Glieder verderbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Und auch hier, ein Moment, mein Internet spinnt ein bisschen rum, deswegen, in Römer 8, 1 sagt das Wort Gottes, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr, denn wir haben eine Rettung bekommen. Und du musst deine Seele retten, du musst dich retten vor dem Zorn Gottes, weil sonst wirst du eines Tages da landen. Und wie viele Menschen sind jetzt gerade draußen, sind am Spotten, jeden Tag sterben Menschen, jeden Tag, jeden Tag sterben auf der ganzen Welt Menschen. Wie viele Menschen sterben heute an einen Herzinfarkt, wie viele Menschen sterben heute an einen Autounfall, Selbstmord, an Alkohol, Drogen oder auch Abtreibung. Und deswegen sage ich dir, wenn du den Herrn Jesus noch nicht angenommen hast, rette deine Seele. Weil du wirst eines Tages dafür bezahlen müssen. So, Leute, hängt wieder mein Stream. Und ich bitte euch, Leute, alle folgen, alle folgen, Leute. Ich bedanke mich an alle, die mir gefolgt sind. Alle folgen. Ich danke jeden einzelnen, für jeden einzelnen, einzelnen, also einzigen Follower, Leute, der mir gefolgt ist. Ich danke euch, damit ganz viele Menschen das Wort Gottes hören. Aber bei mir hängt das. So, ich werde auch gleich den Stream beenden. Und ich möchte auch ganz kurz ein kleines Zeugnis euch noch erzählen. Und zwar damals, wo ich den Herrn Jesus noch nicht hatte, Leute. Ich hatte damals sehr, sehr starke Depressionen gehabt. Auch Selbstmordgedanken gehabt. Ich habe Drogen genommen, Alkohol. Ich war spielsüchtig. Ich habe mein ganzes Geld in die Spielhalle verzockt. Ich habe geklaut. Ich war immer unglücklich, unzufrieden mit meinem Leben. Und wäre ich damals in den Tod gegangen, dann wäre ich an diesem Ort hier gelandet, ohne den Herrn Jesus Christus. Weil, egal was du hast, dein Auto kann dich nicht glücklich machen. Du kannst die ganze Welt bereisen. Das wird dir auch keinen Frieden geben. Du kannst so viel Geld besitzen. Das wird dir auch keinen Frieden geben. Frieden geben kann dir nur der wahrhaftige Gott. Er gibt dir diesen wahrhaftigen Frieden. Er gibt dir Ruhe. Und der Herr Jesus bietet auch an und sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig seid. Und mühselig und beladen. Ich werde euch meinen Frieden geben. Die Menschen trachten nach Reichtum. Wie kann ich Karriere machen? Wie kann ich am besten aussehen? Wie kann ich das am besten haben? Warum wurde mein Kommentar gelöscht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Mensch will immer viel, viel erleben. Viel sehen. Und er möchte viel haben. Viel Besitz. Aber guckt euch doch mal euer Kleiderschrank an. Wir haben so viele Klamotten im Kleiderschrank. Wir ziehen eigentlich das gar nicht mehr an. Mehr als die Hälfte. Wir haben so viel Paar Schuhe. Danny, im Herzen sind wir beide verschmolzen. Gottes Segen auf aller Zeit. Ja, Gottes Segen. Wir haben so viel Paar Schuhe. Und trotzdem ziehen wir eigentlich nur ein Paar an. Wir haben Essen in Überfluss und werfen Essen weg. Das müsst ihr euch mal geben. Der Mensch ist einfach nur undankbar. Und für diese Undankbarkeit werdet ihr auch eines Tages gerichtet werden. Deswegen auch an die ganzen Atheisten oder auch Namenschristen. ein Atheisten. Ihr müsst eure Seele retten. Sonst werdet ihr gerichtet werden. Und das verspreche ich euch. Ihr möchtet nicht unter den Zorn Gottes kommen. Glaubt es mir. Wisst ihr, wie schrecklich das ist, wenn man unter den Zorn Gottes kommt? Wenn Gott dich richtet? Wenn Gott kurz einen Prozess mit dir macht? Gott hat Völker gerichtet. Wir haben die Macht Gottes gesehen in Ägypten. Er hat Ägypten erniedrigt. Schaut euch Sodom und Gomorra an, was er mit der Stadt gemacht hat. Er hat schon einmal die Welt gerichtet. in der Zeit Noah an Satan anstatt Leute, ich muss den Stream beenden, Leute. Das leckt zu doll. Leute, ich beende den Stream. Und ich komme, so Gott will, später wieder live. So, ich werde jetzt erstmal den Stream beenden. Gottes Segen, Leute. Wir sind auch Kaffee, weil wir nicht unserer Religion folgen. Normalerweise müssen wir mit einem Schwert durch die Gegend laufen und die Leute töten, die nicht Allah sagen. Warum redest du denn sowas, Ebru? Das ist deine Meinung. Weil das so ist. Nein, das stimmt nicht. Du bist deine Meinung. Wenn Echeidu en la ilaha illallah sagt, wer was nicht sagt, ist dein Kaffee. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, Ebru. Was du davon bist. Wir als Fremden, den Faktor, du mal an. Bruder, kannst du mal bitte Sura al-Maita, Vers 44 aufmachen? Und wann? Das steht ganz klar. Wer nicht nach dem waltet, was Allah herabgesandt hat, ist ein Ungläubiger. Ganz klar steht das gut. Urba, mein Bruder. Bitte, hör mir mal eine Minute zu, bitte. Ja, okay. Ich mache es. Steht im Koran, ich gebe euch gleich den Vers und Suche. Volk der Schrift, das sind die Juden und die Christen. Da steht drin, ihr sollt sie respektieren. Unter ihnen gibt es Menschen, die an Allah glauben und sich niederwerfen. Unter dem Volk der Schrift, das sind die Juden und die Christen. Da werden sie erwähnt. Und diese andere Sache mit tötet die Ungläubigen, das ist ein Geschehen, ein Ereignis passiert in der Zeit, als der Prophet Mohammed gelebt hat. Das war ein Volk, die ungläubig waren. Das waren keine Christen und Juden. Und dann hat der Prophet Mohammed gesagt, ladet sie zu euch nach Hause ein und erzählt ihnen über Gott. Und dann haben sie sie eingeladen und dann haben sie angefangen, sie zu töten. Lassen Sie es ausgeben. Dann haben sie sie angefangen zu töten. Diese Ungläubigen haben die Muslime angefangen zu töten. Und dann rannten sie zu dem Prophet und sagten, was sollen wir jetzt machen? Sie bringen uns um, oh Prophet. Da hat der Prophet gesagt, ich kann euch nichts befehlen, ich muss warten auf den Erzengel Gabriel mit der Botschaft. Und nach einiger Zeit kam der Gabriel und brachte die Botschaft, tötet die Ungläubigen, so die sie euch töten. Und falls sie Reue zeigen, so ist Gott, der Reumütige und Barmherzige, so verzeiht ihnen. Weil man muss den Anfang und das Ende lesen. Und nicht nur diesen einen Satz. Ja, wir kennen. Und bitte unterscheidet die Ungläubigen von den Christen und Juden. Bitte, bitte, tut mir nicht weh. Das ist ein Unterschied. Okay. Warte, warte, ich hatte dich. Bist du jetzt fertig? Bruder, kannst du bitte den Hadif aufmachen, wo wir die Juden bekämpfen sollen, wenn sie über Juden sich hinter einem Stein verstecken und der Stein wird dann sagen, hier hinter mir ist ein Jude, komm und tut ihn. Ja, 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 Bukhari, 29, 26. Die einzige Richtige ist, sind alle anderen ungläubig. Das ist ganz einfach. Bruder, ihr bringt jetzt wieder Überlieferung. Warte mal, warte mal, Jihad, bist du fertig komplett? Ich möchte nur was dazu sagen. Bist du komplett fertig? Ich glaube, er akzeptiert noch nicht mal die Hadiths. Ich glaube, das ist ein Kuranist. Okay, wir brauchen keine Hadithe. So, also, alle friedlichen Verse, die Mohammed herabgesandt hat oder aufgeschrieben hat, das war der erste Teil, wo er noch friedlich war. Mohammed hat in drei Teilen agiert. Kein Problem. Die friedlichen Verse wurden abrogiert durch Surah 9, Vers 5. Genau. Und was du gerade gesagt hast, alle deine Tafsir-Gelehrten sagen, die Tafsir-Gelehrten sind allzeit gültig. Und in Surah Al-Maidah, Vers 44, steht ganz klar, wer nicht nach dem waltet, was Allah herabgesandt hat, ist ein Ungläubiger. Allah erklärt alle zu Ungläubigen, die nicht nach dem Koran handeln. Und wir machen es nicht. Wir akzeptieren Mohammed. Und auch die Tora sagt das doch auch, Urban. Die Tora sagt doch auch, irgendwelche bestimmte Gesetze. Die Tora ist so alt, das ist nicht gültig. Die Tora-Gesetze sind durch Jesus Christus erfüllt. Warte, die Bibel ist mit sieben Bündnissen. Es hat angefangen mit dem Bund, schon mit Adam. Dann ging es weiter mit Abraham, dann ging es weiter mit Moses und Noah und so weiter, bis Jesus, der letzte Bund. So, das wurde alles schon prophezeit, dass diese Bündnisse kommen und dieser Bund so und so gemacht wird. So, und dieser Bund bedeutet, so lange ist dieser Bund über einen Menschen gültig, bis er stirbt. Ist ja wohl klar. Warum sind wir bei dem Alten Testament, das alte Gesetz nicht mehr verbunden? Warum wohl? Erstens wurde Gott Mensch zu einem bestimmten Grund, weil er gesehen hat, die Menschen schaffen es nicht, die Gesetze zu halten. Wir sind so schwach. Wir sind einfach nur dreckig. Und Gott hat das gesehen und wusste, ich muss jetzt handeln, weil die Menschen wurden ja immer schlimmer. Der hat gesagt, ich handel jetzt, weil das hat er auch vorher prophezeit. Das hat er nicht erst jetzt rausgeholt, das hat er seit Moses schon prophezeit, was kommen wird in Zukunft. Und dann hat er ja selber gesagt, in Jeremia 31, Vers 31, ein neuer Bund wird kommen. Und dieser Bund wird alle geültig sein, nicht nur an Israel, sondern für die ganze Welt, die Heiden. Heiden sind außerhalb Israel, alle Menschen. So, und dann hat er gesagt, wie können wir jetzt, jetzt muss ich so die Frage auch hinstellen, wie kann man ein Bund befreit sein, ohne ihn zu brechen? Also ohne ihn, also ohne Sünde. Und Gott ist so einmächig und einwissen, er weiß, wie es geht. Wenn man stirbt, bist du mit dem Bund nicht mehr gebunden, weil du bist so lange dem Bund gebunden, bis du tot bist. Und wir kennen doch den Bund schon mit der Beschneidung, oder? So, und das war ja ein Bund, ein Bündnis. Und dann müssen wir jetzt sehen, jetzt in mir den Herzen beschränken, warum, wieso, weshalb. Nach dem Römer Kapitel, wie erkläre ich jetzt? Die Römer Kapitel, die du sagst, Pavlo, die sind Gemeinsamkeiten. Warte, ich erkläre es dir jetzt. Ja, ich erkläre es dir auch jetzt. Römer Kapitel 7, Vers 1-6 steht die komplette Antwort, weil sogar ein Gleichnis gegeben wird. Wie lange, jetzt frage ich an Dschihad, ganz genau zuhören, ist islamische Richtung jetzt. Eine Frau ist mit einem muslimischen Ehemann verheiratet. Na? Wann darf die Frau einen neuen Ehemann heiraten? Wann ist es ihr erlaubt? Ohne eine Sünde zu beginnen, ohne die Scheidung zu machen. Wie, ich habe jetzt nicht richtig verstanden. Nochmal, Pablo. Wie lange ist eine Frau, also so, lass mich jetzt anders kurz stellen. Die Frau ist mit dem Ehemann verheiratet. Islamisch, ne? Wie lange ist die Frau dem Mann gebunden? Ich weiß es nicht. Bis er stirbt. Wenn er tot ist, ist sie auch eine Witwe. Wenn der tot ist, ist sie eine Witwe, dann hat sie das Anrecht, eine neue zu heiraten. Das ist auch die Flamme so. Und so ist es auch Liebe so. Meine Mutter ist eine Christin. Ja, warte doch, warte. Lass mich doch ausgehen. Guck mal, die Frau ist der Mann so lange gebunden, bis der Mann stirbt. Bis der tot und scheidet, sagt man ja. Das ist in Islam so, das ist aber auch in der Bibel so. Also, dann darf sie, erst wenn der Tod ist, legal, einen neuen Mann hingeben. So war es auch mit dem Bund. Und jetzt muss jemand kommen, der die ganze Gesetze erfüllt. Erinnere dich, Dschihad, Opferfest, in Islam. Warum hat man damals, der Koran verneint das nicht, mit den Juden, im Koran selber, dass man Tiere geopfert hat, für Sühnung. Das war die Sünden der Menschen, für Sühnung. Erinnere dich, Dschihad. Das ist auch in der Tora, der Bibel so. Und jetzt gehen wir weiter. Warum hat er das gemacht? Dass man alles Vorläufer auf den richtigen Opferfest, also den richtigen Opfer, der bald vollkommen ist, denn, das war nur eine Zeitweise. Beispiels 4. Mose, Kapitel 14, Entschuldigung, 4. Mose, Kapitel 4, Vers 15, steht drin, 4. Mose, Kapitel 4, Kapitel 15, so war das. So, dann ist es ja so, dass ein Tier geopfert wurde, für ganz Israel, für die Sünden der Menschen. Und dann wissen wir es. Der Abraham, der Abraham, der Abraham, der Abraham, so sollte doch geopfert werden. Warte, das war auch ein Vorläufer auf den Vater und so mit der Trinität. Warte, wie hart. Warte. So, warte bitte. So, wir sehen immer, dass Tiere geopfert worden sind für die Sünden der Menschen. Und jetzt gibt es jemanden, der das ganze Gesetz hält. 613 G und Verbote. Alle denken immer nur 10 Gebote. Wenn man dann das ganze Alte Testament liest, 613 G und Verbote. Wer hält das ein? Kein Mensch der Welt. Nicht ein einziger. Aber es muss jemand das einhalten und dann als Opfer dazustehen. Denn, in 4. Mose, Kapitel 15, steht drin, dass dieses Tier makellos sein musste. Und so musste auch das Opfer sein für den Menschen. Makellos. Jesus war makellos. Er war ohne Sünde. Es wird keine Sünde ihm zugesprochen. Nicht eine einzige. Nicht eine kleinste. Nichts. Nada. Und der ist sogar von der Erbschaftssünde noch befreit. Weil er ja nicht durch die normale Geburt gekommen ist. Also durch die normale, Vater, Sohn, also Mutter, Vater. Ihr wisst, was ich mein Geschäft sage. So. Er hat keine Sünde, keine Erbschaftssünde, nichts. Er hat keine Sünde zuteil gesprochen. Selbst im Islam ist das so, dass Schätan ihn nicht berührt hat und der der Einzige ist ohne Sünde. Weil der Schätan berührt dich, wenn du als Baby geboren bist und deswegen weinst du. Weil du mit Sünde konfrontiert worden bist. Mohammed wurde damit konfrontiert, aber ist er nicht. Laut Islam. Siehst du, jetzt legst du wieder die Hand ins Feuer, er wurde damit. Siehst du, du sagst schon wieder, der Vater. Warte, Dschihad, warte. Nein, so kann ich nicht machen, mein Lieber. Warte, doch. Ich bin nicht fertig. Und dann sehen wir, Jesus hat das alles erfüllt. 613-G-Unfallbote. Darum musste er leben. Er musste deswegen als Baby kommen und alles erfüllen, wie ein Jude lebt. Denn er muss mit jeder Konfrontation konfrontiert werden, aber er bleibt immer standhaft und begeht diese Sünde nicht. Um uns ein Vorbild zu geben, auch noch. Dann opfert er sich, weil er wusste, die Menschen werden ihn umbringen. Und das war doch extra so gemacht. In Jesaja. Ich weiß, wie alt Jesaja ist. Hier, bitteschön. Ich zeige dir jetzt mal einen historischen Warte. Ich bin nicht fertig. Ein historischer Fakt. Der historische Fakt zeige ich dir hier und jetzt. Warum sagst du immer Sampon und Teufel? Warum sagt ihr immer, wir sind mit Teufel und Teufel? Warte. Warte. Das ist die Jesaja Rolle. Das ist der Prophet Jesaja, der Tan nach der Juden. Die 2200 Jahre hat diese Rolle zum Beispiel. Verstehe nicht. Und bei dieser Rolle, die sehen wir, weißt du, was sie gefunden hat? Ein kleines Kind, der Mohammed heißt, hat die Rolle gefunden, konnte kein Hebräisch, hat es an den Juden gegeben. Hat es an den Juden gegeben. Und dann, und dann sehen wir, diese Rolle prophezeit den Herrn Jesus Christus. Da sind nur Prophezeiungen auf dem Messiasen. Jesaja 53, deutlich und klar. Weißt du, was in Jesaja 53 steht? Der Messias wird kommen, der wird die Menschen, warte, warte. In Jesaja 53, Vers 4, ich bin nicht fertig. Jesaja 53, Vers 4, also eigentlich Vers, komplette Kapitel, aber ich sag mal, Vers 4 bis 6 steht drin, dass er für die Sünden der Menschen umgebracht wird, obwohl er unschuldig ist. Das lese ich dir gleich vor. Und dann sehen wir, es war alles so geplant. Er wollte ja sterben für uns, damit er als Opfer spricht, für die ganze Welt, nicht nur für Israel. Er ist dann das Opfer, damit wir alle Sünden aufs Ihnen sind und er die Sünden bereinigt. Denn es steht geschrieben, sein Blut hat uns gereinigt. Dessen sind wir durch Glaube gerechtfertigt. Er ist zur Welt gekommen. Gott wurde Mensch, weil nur Gott kann die ganzen Gesetze einhalten und kein Mensch. Dessen wurde er Mensch. Weil ein Mensch muss es einhalten und ein Mensch kann auch sterben und ein Mensch musste alles erfüllen und als Opfer gebracht werden. Wie dieses Tier. Er war ein Opferlamm. Dessen sagt man ja, Lamm Gottes als Sinnbild gesehen. Ein Opferlamm für uns, damit wir befreit sind von dem alten Bund. Deswegen haben wir den neuen Bund. Gnade. Gnade bedeutet Vergebung, was du nicht verdient hast. Denn wir sehen, dass unser Gott gerecht und barmherzig ist. Gerecht bedeutet, du gehst eine Sünde, aber jemand muss bezahlen. Jesus hat für dich bezahlt. Gnade bedeutet, Barmherzigkeit, er vergibt dir. Er hat Zeit für dich und für er vergibt dir. Nicht, er vergibt dir und das ist nicht unbezahlt. Nein, er bezahlt für dich und er vergibt dir. Das ist Barmherzigkeit und das ist Gerechtigkeit. Und Jesaja Rolle, die ganze Bibel, die ganze Tennach, danach kann ich vorlesen, wo er nur prophezeit wird. Schon bei Tora angefangen. Du wirst einen Propheten aus deiner Mitte wie mich senden, der was Neues bringen wird. Und Jesus ist der Prophet, ist der Messias, so wie Kodak. Das kannst du doch gleich sprechen, die Leute. Lass uns doch mal jetzt über das andere sprechen, Pavlo. Aber jetzt hast du gesehen, warum Jesus eigentlich hier war. Warte, aber du sagst, Jesus hat sich geopfert, richtig? Ja, er hat sich geopfert. Hat er sich freiwillig geopfert? Er hat sich freiwillig geopfert. Jetzt kommst du mit der Bibelstelle, wo der Jesus gebetet hat, der Menschensohn Jesus. Nein, 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 warte mal. Nein, ich muss jetzt vorlesen. Er wurde doch verraten. Er wurde doch festgenommen. Er wurde doch verraten durch Judas. Du weißt schon, dass in dem Eintestament drin steht, steht, hallo, du weißt schon, dass im Eintestament sogar drin steht, dass er für 30 Silberschenkel verraten wird. Steht drin. Ja, okay, aber du sagst du auch mal, der ist auch alleine freiwillig an den Teufrägern. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Aber meine ganzen Brüder und Schwestern, diesen Chat, bitte hol mir bitte den Bibel fest, aus dem Eintestament, wo drin steht, dass er für 30 Schenkel oder Silberschenkel heißt, dass er den Arten verraten wird. Tausende Jahre vorher und sogar für wie viel Silberlinge er verraten hat. Und ihn, genau, die Silberlinge. 30 Silberlinge. Ja, okay, aber ihr sagt, er ist geopfert. Na, hallo, da seht ihr, und Jesus hat immer wieder gesprochen bei den Zwölfjüngern, der hat die ja extra auserwählt, weil er wusste, einer verrät ihn. Er musste, einer musste ihm verraten, aber er hat sogar ihn die Chance gegeben, dass er vergeben bekommt. Aber Judas hat nicht die Vergebung gewollt. Er greift immer die Sünde an, die Jesus lieben, die Jesus lieben und verherrlichen. Ihn nennt sie als Satane, ihr nennt sie Satane, Anbieter und keine Ahnung was. Das finde ich schlecht von euch. Oder ihr glaubt an Jesus. Ihr glaubt an Jesus, aber ihr glaubt Jesus nicht. Wir verherrschen und lieben Jesus. Ihr folgt nicht Jesus seinen Worten. Wenn er von Jesus seinen Worten folgen würde, dann wäre der Koran nichtig. Urban, Urban, auch wenn wir eine Umleitung machen, auch wenn andere sagen, er ist Gott oder der Sohn und andere sagen, es gibt genug Christen, die sehen ihn als Propheten. Mach mir es doch ganz anders, Jihad. Mach mir es doch jetzt historische Fakten. Mit diesem Thema habe ich mit Isam Bayam geredet. Und ich habe das Video gepostet, weil es mir bestätigt hat. Ich habe halbe Stunde gebraucht, bis er mir diese Antwort gibt. Weil, wie immer, die Erfahrung mit Muslimen, ich stelle eine Frage, die antworten mir nicht. Die reden drumherum. Isam hat das nach halbe Stunde geschafft, weil ich hartnäckig geblieben bin, bis er mir antwortet. Und jetzt will ich deine Antwort aber erstmal wissen. Jetzt müssen wir Fakten gehen. Wer hat recht? Koran oder Bibel? Das weiß jetzt kein Mensch. Okay, prüfen. Gibt es einen archäologischen Befund, ein Manuskript, ein Schriftstück, ein Beweis, ein Papier, irgendwas, was älter als der Koran, älter als die Hadithe sind, wer Prophet Mohammed prophezeit oder den Islam prophezeit. Gibt es das? Eine Quelle? Du kannst, wenn nicht mit Koran und Hadithe antworten, geht nicht. Weil die ja später gekommen sind. Du musst mit was mit vorigen Schriften antworten. Der Koran ist vor 1400 Jahren immer noch derselbe. Der älteste. Das fängt doch schon wieder an. Ich kann dir das in 5 Minuten widerlegen. Ich bin nicht dazu sogar widerlegt. Ich will das nicht. Das können wir später besprechen. Ich will, dass er meine Frage beantwortet, wer gibt es einen archäologischen Befund, eine Quelle, ein Manuskript, ein Schriftstück, ein Papier, irgendwas, nur eine Seite. Was älter als der Koran, älter als die Hadithe sind, wer Prophet Mohammed prophezeit oder den Islam. Siehst du, und da ist das Schweigen groß. Und weißt du, was Islam Bayan gesagt hat? Er war dann nach halben Stunde ehrlich. Er hat mir ins Gesicht gesagt, niemand hat den Koran prophezeit und niemand hat die Hadithe prophezeit. Er hat gesagt, es gibt keine Quelle, es gibt keinen archäologischen Befund, es gibt nichts. Jetzt muss man es so vorstellen. Jetzt nehme ich jetzt mal ein Koran und ich nenne es Koran 2.0 und ich sage, ich bin jetzt der letzte Prophet. Dann sagen die, werde ich prophezeit. Ja, mein Koran sagt es von mir selbst. Und wenn die mich fragen, warte, und wenn die mich fragen, aber es muss doch jemanden geben, der dich doch prophezeit hat, eine Schrift, die älter ist als dein Koran, den du vorstellst. Dann sage ich, nein, Allah hat es mir herabgesandt. Egal, ihr seid verfälscht. Pablo, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Können wir bitte aufhören damit, nach Fehler oder Satane? Das gibt es doch gar nicht. Ihr seid Satananbieter und Mohammed ist Satananbieter. Und jemand. Habe ich gerade Satananbieter gesagt oder habe ich es gerade gesagt? Gebt es eine Prophezeiung. Du hast gesagt, Satan, er hat eine Satanbindung. Was? Was habe ich gesagt? Irgendwas mit Satanbindung, hast du gesagt. Der Prophet Mohammed wurde berührt unter Bindung zu Satan. Oder du hörst Sachen, die niemand gesagt hat. Wir haben nicht einmal heute Satan verbunden. Du meinst mit den, wo Schätan, die Menschen, alle Menschen, die er berührt, bevor sie geboren werden, weil die mit Sünden in Konfrontierung gebracht werden. Ich gehe jetzt raus. Guck mal. Aber warte, Da können wir gleich drauf eingehen, aber antworte doch jetzt auf meine Frage. Schau mal. Pablo, Pablo. Du hast eine Aufsache. Warte, warte, warte. Psalm 41, Vers 10. Steht geschrieben, Jesus wusste, dass er verraten wird. Psalm 41, Vers 10. Urban, kannst du es einmal vorlesen? Ich fahre Autos, sorry. Ich bin jetzt am Autos. Urban, dein Siri, Alter, Urban, lies mal über, lies mal, lass doch mal, bleib doch mal locker jetzt alle zusammen. Nein, damit du siehst, ich habe mich gelogen, dass er verraten wird. Hör doch mal, du hast doch eine Auffassung von Jesus, so und so. Der andere hat eine Auffassung von Jesus, so und so. Lass uns das doch akzeptieren und lass uns doch nicht schlecht reden über die. Und irgendwas reinwerfen. Nein, lass uns doch, lass uns doch eine Religion werden. Lass uns doch nicht irgendwas reinwerfen. 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 Lass uns jetzt alles gemeinsam halten. Mohammed ist auch kein Prophet, oder nicht, ist egal. Was zieht du da? Wie leben Christen in islamischen Ländern? Wieso werden die in Pakistan verfolgt? Wieso werden die in Afghanistan verfolgt? Überall wo der Islam herrscht, werden Christen verfolgt. Wie viele Anschläge gibt es auf die koptische Kirche in Ägypten? Wie viele Tote? Wir Christen haben, in einem Islamstaat nicht zu lachen. Wir haben nicht selber Komma aus einem Land. Ich wurde selber verfolgt. Christen wurden verfolgt. Man wurde umgebracht, wenn man eine Bibel in der Tasche hatte. Du wirfst jetzt irgendwas rein, damit die Zuhörer hören und sagen, oh, weil ja auch weil ja. Ich will dir nur zeigen, dass die Religionen nicht kognieren zusammen. Deswegen reden wir darüber. Deswegen reden wir darüber. Ich will dir sagen, die Leute machen das nicht aus Spaß. Die machen das, weil es in denen die Schrift entsteht. Die Kreuzritter sind, warte, ich will mal kurz auf antworten. Jetzt antworte ich dir mal drauf. Die Kreuzritter sind nicht von der Bibel. Die haben unbiblisch gehandelt. Aber die Kreuzritter waren eine Gegenwehr von dem Osmanischen Reich, die in alle Länder übernehmen wollten und den kompletten Dschihad ausgerufen haben. Es war eine Antwort auf den Dschihad. Die wollten den ganzen Land islamisieren, man Menschen bekämpft. Deswegen waren die Kreuzritter da. Aber warte, 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 warte. Ihr holt immer Politik. Warte, warte. Ich will dir nur sagen, warum wir darüber reden. Warte, warte. Und dann will ich noch was antworten. Die Kreuzritter sind nicht aus der Bibel. Die haben sogar eine Sünde begangen. Was hat der Jesus Christus gesagt? Wer nach dem Schwert greift, so wird er mit dem Schwert umkommen. Was hat der Jesus Christus gesagt? Liebe, deine Feinde. Hört doch mal auf damit. Liebe ist Frieden. Nein, der hat der Jesus noch gesagt, wenn einer dich auf die linke Wange schickt, so halte auch die rechte hin. Das heißt nicht, schlag mich noch mehr. Das heißt, wir sollen keine Gegenwehr machen. Also komme ich jetzt in die Hölle, wenn ich jetzt nicht an Jesus glaube? Wir sollen natürlich die Familie schützen und so weiter. So ist das nicht. Komm ich nach einer Auffassung an die Hölle? Und wir sollen unsere Familie schützen und wir sollen unser Leben... Sorry, ganz Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Pablo, es tut mir leid. Aber andersrum gefragt. Kommen denn die Christen bei uns in den Himmel? Warte, keiner kommt in den Paradies, außer er ist von Neuem gebogen. Johannes 3, Vers 3. Nee, weil er hat ja gerade gesagt, ob wenn er nicht an Jesus glaubt, er in die Hölle kommt. Ach so. Ja, dann kommt er in die Hölle. Jesus sagt... Genau, aber kommen denn bei uns die Christen in den Himmel? Aber wer seid ihr denn, dass ihr das urteilt? Wer in die Hölle und in die Hölle... Das ist doch laut den Schriften, Jan, laut den Schriften, wir urteilen doch nicht. Keiner stellt sich doch... Ja, aber Gott ist doch barmherzig. Ja, natürlich. Es gibt auch eine Überlieferung bei dem Islam, dass eine Hure sogar in den Himmel gekommen ist. Alles gut, wir kennen das. Aber die Frage ist ja, wenn wir laut... wenn wir nur von dem Buch gehen, die hat, selbst eine Frau, da steht im Koran genauso, eine Frau, die nicht bedeckt ist, wird das Paradies niemals riechen. Ebro ist schon hart, aber von Pablo ist schon hart so, dass man sagt, ihr kommt in die Hölle und das kommt in die Hölle. Pablo, wer bin ich denn? Da steht ja im Buch, bei uns steht es doch auch. Bei uns steht doch auch Rimmel. Ich bin zum Beispiel auch nicht bedeckt. Ja, aber trotzdem urteile ich nicht. Du kannst doch nicht urteilen, während die Wille oder sind. Guck mal, ich urteile doch nicht. Ich sag doch nur, was im Buch steht. Bei uns im Buch steht, eine Frau, die nicht bedeckt ist, riecht das Paradies nicht. Das heißt, selbst obwohl ich Moslem bin, weil ich nicht bedeckt bin, sehe ich das Paradies nicht. Ebro, du bist kein Muslima. Du nennst dich einfach nur hier so Muslima und redest nur... Ich sehe schon direkt... Du sagst, wir dürfen mich urteilen, aber du urteilst gerade über mich. Du bist keine Muslima. Bist du Gott, dann wirst du uns urteilen? Nein, warte mal, bleib mal ruhig, Ebro. Du sagst, du bist ruhig, aber du sprichst mir mein Glaube ab. Nein, das muss ich stummen. Du willst jetzt streiten. Das ist nicht wichtig. Aber bei aller Liebe, ich will ganz kurz nur was sagen, dann kannst du mich auch nicht machen. Nee, nee, guck mal, man merkt, ihr seid ein Team. Was für ein Team? Ihr seid ein Team. Und wird hier irgendwie Leute in die Irre führen. Wer euch hier folgt, wirklich geht in die Irre. Ich wünsche euch alles Gute. Gleich war alles Gute. Frieden und Frieden. Und kredit bitte Frieden und Liebe. Ja, ja, geht an den Weg, ehrlich. Wir haben das gesehen, schade. Er war traurig, dass einfach so eine Menschen auch das Bild von Islam repräsentieren, weil bei aller Liebe, er sagt, wir sollen nicht urteilen, aber er urteilt über mich und spricht mir meine Religion ab. Es ist egal, was für eine Religion ich habe. Ich würde doch niemals zu euch kommen und sagen, ihr seid keine Christen. Nur weil meine Auffassung eine andere ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so engstirnig. Du denkst nicht um die Ecke. Und das ist das Problem. Ich habe 99% die Gespräche so. 99%. Die antworten nicht auf meine Frage. Die beleidigen dann mich und werden dann ein bisschen lauter aggressiver. Ja, das ist 99%. Suche 2 65 oder 66. Da sagt einfach Allah, wir Christen, weil wir den Sabbat gebrochen haben, wir sind Esel, Schweine, Hunde, keine Ahnung, was da drin steht. Wieso lesen die das nicht? Ja, traurig. Man kann aber für ihn beten. Wir machen das, weil wir Christen in einem islamischen Staat nichts zu lachen haben. Ich sage euch gerne zum Beispiel, ich habe einen Freund, der ist Aramäer. Und wenn du Aramäern allein schulst, Aramäisch ist ja mit Hebräisch zusammen die älteste Sprache. Das ist die Sprache von Jesus, sagt man ja so im Prinzip. Bist du Aramäerin? Nein, ich bin keine Aramäerin. Ich bin Türke. Ich bin mit einem Aramäer zusammen. Und da treffen wir auch zwei Parallelen aufeinander. Ich bin muslimisch, er ist christlich. Ich weiß nicht, ich bin orthodox. Ich will jetzt nicht. Die meisten Aramäer sind orthodox. Genau, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja auch nicht richtig. Aber da will ich jetzt auch nicht urteilen, weil da sind wir wieder beim Punkt. Aber worauf ich hinaus will, ist auch zum Beispiel die Aramäer, die gab es ja viele in der Türkei. Im Irak, im Iran. Ja, das stimmt. Die kommen ja überall von da. Wie viel zum Beispiel seine Oma, das ist jetzt dieses, ich erzähle aus nächster Erfahrung, wie viel seine Oma gelitten hat. Weil sie einfach ihren Glauben nicht nachkommen konnte. Und das ist egal, ob du jetzt christlich bist, orthodox bist. Letztendlich glaubst du an etwas, aber du wirst deswegen geschlagen, runtergemacht, niedergemacht. Und ich finde, das sollte nicht sein. Letztendlich kann man sich darüber streiten, was richtig ist und welche Religion die einzig richtige ist. Natürlich kann man sich darüber streiten. Aber ich darf nicht zu dir kommen und dich schlagen, weil du Christ bist. Verstehst du, wie ich meine? Ja, genau. Und das ist es. Mann, guck mal, du bist stark, Bo, weil du willst prüfen. Das ist wichtig. Du erinnerst mich voll an mich, weil ich habe damals mir selbst Fragen gestellt. Und dann musste ich, ich musste unterfragen, geht ja nicht anders. Und ich habe die Bibel, aber es hätte hinterfragt, ich habe so geguckt, ich habe eine Überlieferung findet, die nicht einstimmig ist, dass die Bibel verfälscht. Ich nehme es nicht mehr an. Und ich habe nichts gefunden. Ich empfehle nur, jeden prüft. Ey, wir haben Internet, ne, weil es nicht schnell wie man Quellen finden kann, damals musstest du in Bibliotheken gehen oder du musstest zu Länder reisen und die können dir höchstpersönlich anschauen. Heute haben wir Zeit, das Internet. Bruder, der, der gerade oben war, der hat ganz am Anfang gesagt, wir lesen Hadife, nicht alle sind authentisch, der kannte nicht mal die Stufen, egal. Wir haben auch Sahih al-Bukhari gelesen, also es gibt keine höhere Stufe als Sahih im Islam, wollte ich nochmal für den Check erwähnen. Wir haben nicht irgendwelche Hadire, sondern wir haben welche, die sind Sahih, das ist die höchste Einstufung für authentisch vorgelesen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Meine Lieben, ich werde jetzt aber den Live verenden. Ich bin tatsächlich, ich glaube, acht Stunden live oder so. Heftig, ja. Heftig. Ich bin jetzt schon wirklich sehr lange, seit 13 Uhr. Und ich bin selber jetzt kaputt. Auf jeden Fall, meine Lieben, ich empfehle jeden Einzelnen. Das empfehle ich jedem, wie es bei mir auch war. Geht mal ins Gebet und fragt mal Gott, neutral, wer bist du? Das habe ich auch getan. Ich habe mein Zeugnis im Video hier gepostet, in meinem Profil. Und da habe ich gefragt, Gott, wer bist du? Ist das der Islam? Ist das der Katholismus? Ist das die Christin? Was ist das? Ich verstehe nicht mal, wer Jesus ist. Wer ist das? Das ist die Wahrheit. Und ich habe neutral gefragt und ich habe gesucht. In der Bibel steht, wer sucht, der findet, wer klopft, dem Blick geöffnet. Also Gott wird sich dir offenbaren, wer wirklich sucht. Wer ein echter Suchender ist, der wird auch die Antwort bekommen. Frage der Zeit, wann. Deswegen geht ins Gebet, das empfehle ich euch. Jesus Christus liebt euch. Er will eine Beziehung mit euch, nicht eine Beziehung, wie ihr denkt, in eine menschliche, sondern er will, dass man die Gnadenschaft annimmt, dass sein Blut uns reinigt. Meine Lieben. Ganz kurz was loswerden, bevor du den Chat beendest. Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, ich erkenne ja viele von diesen Streams und ganz viele sind auch so, wie er gesagt hat, dass sie wirklich beleidigend sind. Ich wollte mich einfach nur für das nette Gespräch von beiden Seiten bedanken, also auch von Urban, heißt er, glaube ich. Es war ehrlich sehr korrekt mit euch. Ich habe mich nicht respektlos behandelt gefühlt, bis der nette Typ gerade reingekommen ist, sagen wir mal so. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich habe dich jetzt ja auch abonniert, vielleicht treffen wir uns auch nochmal. Ich will dir die zwei Texte noch schicken. Sehr gerne. Ich wollte mich einfach nur noch mal kurz und knappen bedanken. Ich danke dir auch. Danke. Aber ich warte übrigens auch auf mein Geld, weil ich habe das jetzt alles gesagt. Und Paypal schicke ich dir dann privat zu. Alles gut aus. Genau, da schneiden die jetzt die Menschen. Genau das. Genau, morgen haben wir Videos. Es tut mir leid, ich sag noch, egal, sollen die machen, wir wissen ja, und Gott weiß, am Ende des Tages, die werden jetzt genau das scheint, obwohl ich nichts gemacht habe, die werden genau das schneiden. Ich weiß, dass es ist mein Zeuge. Das ist nicht so, das was gesagt war jetzt erfunden. Es musste raus, es ist mir leid. Man muss doch die Sache noch ein bisschen mit Humor nehmen können. Ja, ein bisschen Humor ist auch schön. So, da meine Lieben, ich wünsche euch was, ne? Gottes Segen, wir segnete Nacht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schreiben, so ist das nicht. Und geht ins Gebet. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Das Gebet ist das A und O. Und wenn ihr wirklich nur drei betet und fragt Gott, wer bist du, meinst du, Gott wird sich verstecken? Gott wird sich euch offenbaren. Ihr müsst es nur ein ernst gemeintes Gebet machen. Ernst gemeint. Denn Gott kennt eure Herzen. In diesem Sinne, Gottes Segen und einen wunderschönen Abend. Oder so sein. Moment, ich gehe erst mal auf 60. Das ist Mohammed auf jeden Fall. Moment, Moment. Ihr habt ja einen schönen, vielleicht ist es ein... Ja. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus den Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus ihren Vertrieben und zu eurer Vertreibung beigestandleistend haben, zu Schutzherren zu nehmen. Diejenigen, die zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. Es geht nur darum, dass man sich verteidigen soll. Also, das heißt, wegen den Glauben... Ich will wissen, wo die Schutzmonate sind. Bitte, ich kenne die Erklärung. Ich will jetzt nicht darauf hinaus, wer den Koran auswirkt. Ja, entschuldige, jetzt bin ich abgekommen. Stimmt, du hast nach den Schutzmonaten gefragt. Das war jetzt keine Absicht. Wenn ich nur den Koran habe, will ich wissen, wie lange die Schutzmonate gehen und welche sie sind. Weil ich möchte ein aufrichtiger Muslim sein. Die Schutzmonate, das ist die Hatsch. Und es gibt den Monat Hatsch, das ist der zwölfte Monat. Und dann beginnen die vier Monate. Das sind die Schutzmonate. Genau, ab Monat Hatsch, dann die vier Monate darauf folgend. Wo steht das, wenn ich fragen darf? Ich will es mit... Das muss nicht stehen, das ist bekannt. Es heißt, das Gebet und die Fastenzeit und allgemein die Pilgerfahrt ist schon seit Ibrahim, also seit Abraham bekannt. Und das geht in der Geschichte auch hervor. Und deswegen sage ich ja, man muss die Tora, die Bibel auch einsehen, damit man das ergänzt. Weil wie gesagt, das ist bekannt, das sind bekannte Sachen. Es steht mehrfach drin, das Gebet ist bekannt, das Fasten ist bekannt, die Pilgerfahrt ist bekannt. Aber wo hast du, dass diese Zeit, die Hatsch genau die Zeit ist, wann ich denen die Schutz bieten soll? Es müsste irgendwo darstellen. Es kann auch noch ein Monat sein. Ich habe das jetzt, entschuldige nicht, noch mal was? Wo steht das, was die Schutzmonate ist? Ich will genau wissen, was die Schutzmonate sind, weil die Hadiths sagen was anderes. Was sind die Schutzmonate? Schutzmonate sind die vier Monate, wo man pilgert. Das sind die Schutzmonate. Und die Pilgerfahrt beginnt bei Hatsch. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Der bei der Monat hat scheißt. Was sind die, wo steht das? Wo steht das? In der Geschichte. Woher liest du die Geschichte? Im Koran? Aus den ganzen Quellen, habe ich doch gesagt. Die muss man entnehmen aus der Tora, aus der Bibel, aus der ganzen Geschichte, wie Hadiths und so. Hadiths, sag bitte, du liest sie aus den? Ich habe doch gerade, nee, du versuchst mir jetzt gerade was im Mund zu legen. Guck mal, ich bin ganz respektvoll und freundlich zu dir. Aber ich merke, dass da eine bestimmte Gehässigkeit dahinter ist. Und ich rede ganz normal mit dir. Ich sage dir jetzt zum dritten Mal, man muss die Geschichte dazu nehmen. Man muss die Bibel, die Tora, weil die haben ja auch gepägt. Was ist, wenn er eine andere Geschichte dazu nimmt? Was ist, wenn ein Muslim sagt, ich sehe das nicht so, weil es steht nicht genau da. Ich gebe dir nur einen Monat. Ich nehme eine andere Geschichte aus dem Koran. Mohammed hat dieses Dorf nur einen Monat belagert, also nehme ich die Geschichte von Haibar oder so, das wurde nur einen Monat belagert, dann nehme ich diese Geschichte. Das muss doch irgendwo klar festgelegt sein, weil ich meine, ihr Muslimen für euch ist sogar klar festgelegt, wie ihr auf Toilette geht, welche Hand ihr benutzt, alles ist ausgelegt. Das stimmt gar nicht. Also das nehme ich überhaupt nicht. Und das ist auch gar nicht das, was dazu gehört. Im Koran steht ganz klar drin, Schutzmonate. Und die Schutzmonate beginnen mit der Hatsch. Und das Hatsch heißt der zwölfte Monat. Und wenn dann jetzt ab dem zwölften Monat die vier Monate ranhängt insgesamt, dann sind das eben die vier Monate, die danach folgen. Ist ja klar. Weil früher haben sie ja auch gepilgert. Und es war ja nichts Ungewöhnliches. Jeder, sogar Ibrahim, also Abraham hat gepilgert. Deswegen verstehe ich nicht, warum das jetzt so ungewöhnlich sein soll. Gottes Segen für euch alle. Ich möchte bitte nur wissen, was die Schutzmonate sind und wo es steht. Ich möchte es nachlesen. Ich möchte jetzt die Götzendiener in meinem Haus bekämpfen, weil sie mich vertrieben haben. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Ich möchte nur wissen, wo die Schutzmonate stehen. Bitte. Nur das. Das würde mir reichen. Ich fange gar nicht an, wie du machen sollst, wie du fünfmal am Tag beten sollst. Wie du beten sollst, das alles tun kann ich im Koran. Nein, nein. Also, ich hätte danach, wenn ihr fertig seid, vielleicht an Safran, nur eine kurze, kleine Frage. Danke. Ja, Moment. Also, bei der Pilgerfahrt mit den Schutzmonaten, das ist eine sehr gute Frage, die du mich fragst, wo man sie findet. Ich habe dir von Anfang an gesagt, ich bin mitten in meiner Recherche. Und mit den Schutzmonaten, genau wo man das definieren und ableiten kann, müsste ich selber noch nachhacken. Aber ich weiß, dass es definitiv Hatsch ist, mit dem Monat beginnt und ab da Folge leistet. Ich weiß, du musst dazu einen Hadif lesen, sonst kannst du die Suche nicht verstehen. Ich wollte nur helfen. Nein, muss ich nicht. Nee? Okay, dann weißt du auch, ich muss nur in die Geschichte. Das heißt, ich muss nur den Koran hast. Aber wenn du in die Geschichte gehen willst, musst du in die Hadifen, weil da steht voll im Koran. Ja, gehört dazu, aber du abformulierst es ja so, dass ich es ohne Hadif nicht klären kann. Ich würde damit sagen, ich muss alles nehmen. Wieso steht die Geschichte nicht im Koran, wenn sie so wichtig ist? Weil es bekannt war? Wie oft noch? Weil es bekannt war? Was ist, wenn morgen alle Muslime, die es kennen, sterben und neue Muslime kommen mit dem Koran und dann ist es für die nicht mehr bekannt? Es muss doch irgendwo festgelegt sein. Ja, deswegen sage ich ja, ich muss, sage ich nochmal, ich muss das, wie gesagt, es fängt mit Hadif an, aber wie du mich das gerade fragst, wo ich das genau entnehme, muss ich nochmal selber recherchieren. Ich habe dir gesagt, ich bin noch mitten im Recherchen drin, aber andere Dinge, denke ich mal, kann ich dir sehr gut beantworten. Das ist jetzt ein Thema, was ich noch nicht wirklich behandelt habe. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht hier reinkommen und den kompletten Glauben haben. Ich glaube nicht, dass du das alles auch auf dem Schirm hast. Da musst du mir recht geben. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir gehen mal zum Thema Verfälschung. Ich klippe immer meine Kamera ab. So, Verfälschung des Korans. Berichtet von Aisha. Aisha sagt, die Verse der Steinigung und das zehnmalige Stillen eines Erwachsenen wurden offenbart und die Papiere waren unter ihrem Kissen. The Messenger of Allah died, also nach dem Tod des Propheten, waren sie mit dem Tod des Propheten beschäftigt und eine zahme Ziege, eine zahme Ziege oder Schaf, die gelehrten streiten sich. Ich habe diese Verse gegessen. Richtig, okay. Diese Verse, die zwei Sachen, stehen heute nicht mehr im Koran. Der zweite Kalif und die Muslime sagen, die ersten drei Generationen der Kalifen waren die besten. In Sunan Abidawud, Umar al-Aqratab, der ist als Sahih eingestuft, als authentisch. Umar al-Aqratab hat gesagt, ich befürchte, dass die Muslime in Zukunft in die Irre gehen werden und Allahs Gesetz nicht richtig ausführen werden, weil die Steinigung im Koran herabgesandt wurde und heute nicht mehr drin steht. Der zweite Kalif beschwert sich hier nicht. Ich kann das gerne übersetzen. Umar al-Aqratab hinkt eine Ansprache mit den Worten Allah sandte Muhammad mit der Wahrheit und entsandte seine Bücher herab und der Vers der Steinigung war in dem enthalten, was er ihm herabschickte. Wir haben es gelesen, auswendig gelernt. Der Gesandte Allahs ließ Menschen zu Tode steinigen und wir tun dies auch seit seinem Tod. Seit seinem Tod. Er war schon tot. Also Muhammad hatte eine Aufgabe, den Menschen einen vollständigen Koran zu bringen. Er hat diese Aufgabe nicht geschafft, weil der Koran wurde nach seinem Tod erst fertiggestellt. Ich fürchte, die Menschen können im Laufe der Zeit sagen, was ist mit dem Handy los? Im Laufe der Zeit sagen, wir finden den Vers über die Steinigung nicht mehr im Koran. Boah, jetzt Leute, was ist denn hier los? Es kommt vom Zoomen. Und der Vers über die Steinigung nicht in den Büchern Allahs. Und so geraten sie in die Irre. So, das ist eine Ansprache von Umar al-Aqratab, dem zweiten Kalif, der zweite. Okay, und das ist jetzt eine Frage, weil du hast jetzt mehrere Sachen vorgelegt. Genau, nee, nicht mehrere Sachen. Ich habe dir jetzt ausgelesen, dass Aiche berichtet, wie diese Verse verschwunden sind. Ich habe dir berichtet, dass der zweite Kalif als Sahih eingestuft, sich darüber beschwert hat, dass die Steinigung nicht mehr im Koran steht. Und wenn ich heute einen Koran kaufe, steht Steinigung nicht mehr im Koran. Somit wurde hier was verändert. Und Umar al-Aqratab von... Du führst jetzt den Koran, also die Authentigkeit des Korans. Erklärst du mit den zwei sozusagen Überlieferungen, die da stattfinden? Ja, natürlich. Die sind ja authentisch überliefert. Die sind ja authentisch. Ja, du, das ist mir egal, was da steht. Ich nehme sie nicht an, weil sie für mich nicht authentisch sind. Weil erstmal A ist es kein Hadith. Hadith heißt eine Überlieferung von dem Propheten Mohammed und er ist da schon gestorben. Moment, ich habe dich ausreden lassen. Jetzt rede ich. Erstmal heißt Hadith, dass eine Überlieferung, wenn dann von den Propheten kommt, und das ist dann sozusagen zu nehmen, wenn überhaupt. Also wenn man wirklich nach Hadith geht, dann wird das so aufgegliedert. Das ist nicht der Fall. Ja, das liest man klar heraus. Nachdem er gestorben ist, kam die Ziege und hat den Vers aufgegessen. Das ist Punkt Nummer eins. Zweitens sind Hadithe keine religiöse Pflicht. Es steht im Koran nirgendswo, dass ich Hadithe nehmen soll. Im Gegenteil. In der Sule 45, Vers 6 steht sogar drin, welchen Ahadith, also welche Aya aus diesem Koran, außer diesen wollt ihr denn begläubigen. Das heißt, es ist eine Aufforderung im Koran, dass wir nur Koran nehmen sollen und keine Hadithe. Deswegen sind diese Anführungen, die du hier sagst, was irgendwelche Menschen getätigt haben, irrelevant. Es ist nur wichtig, die fünf höchsten Gelehrten des sunnitischen Islams. Du sagst, irgendwelche Menschen. Ich habe wirklich aufmerksam, lange geduldig dazugehört und ich möchte mich verteidigen. Du verlierst mir den Kopf für sowas in einem islamischen Staat. Weißt du das? Sag mal, was soll denn das jetzt? In einem islamischen Staat, wenn du zu den fünf höchsten Gelehrten des sunnitischen Islams sagst, irgendwelche Menschen, verlierst du deinen Kopf? Das weißt du. Dafür steht die Todesstrafe. Ja, ich bin aber jetzt nicht in irgendeinem Land. Ich lebe in Deutschland. Und was interessiert mich das, was in anderen Ländern ist? Was interessiert mich das, wenn Menschen die Religion verfälschen? Das interessiert mich nicht. Weißt du, wer das überliefert hat? Menschen interessiert nur, was wie im Arm steht. Weißt du, wer das überliefert hat? Hier steht Abdallah ibn Abbas. Mohammed hat seine Hand auf ibn Abbas draufgelegt. Ja, das sind aber alles Geschichten, die du mir hier erzählst. Hat für ihn gebetet und hat gesagt, er möge den Koran am besten verstehen. Das heißt, Mohammed hat für ibn Abbas gebetet, damit heute ein Muslimer kommt und sagt, das sind irgendwelche Menschen, die Lüge. Also, du möchtest mir jetzt sagen, dass ich nicht auf Gott hören soll, sondern auf Menschen hören soll. Ist das jetzt dein Ernst? Koran steht Folge Allah und Folge den Propheten. Nein, das steht da nicht drinnen. Da steht nicht drinnen? Nein, da steht nicht Folge. Das heißt, wenn überhaupt, erstmal muss man verstehen, Gott ist präzise, wenn er sich ausspricht. Das heißt, Rasul und nicht Nebi. Und die Stelle mit dem Folgen, mit dem Nebi, ist mit dem Krieg gemeint. Und das ist, was mit dem Krieg zu tun hat. Das ist ja klar, wenn er in den Krieg geht, dass man ihm hinterherfolgen soll, damit man ihn unterstützt und bekräftigt. Aber wenn es darum geht, um die Offenbarung, dann heißt es, Rasul gehorcht mir und den Rasul, den Gesandten. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich Nebi sage oder Rasul. Rasul bedeutet, warum darf ich hier nicht ausreden? Wenn das dein Dialog und deine Debatte ist, dass derjenige nicht ausreden kann, dass du eine Frage stellst und dass ich nicht mehr ausführlich antworten kann und ich dir wirklich Zeit gegeben habe, dann möchte ich den gleichen Rezept. Schmerzen, wenn ich dir zuhöre. Ganz ehrlich, du sagst präzise, ihr habt 700 Tafsir-Gelehrte, die jeden Vers einzeln erklären. Jeder Tafsir-Gelehrte erklärt jeden Vers einzeln. Ich bin Koran-Muslimer. Ich will nicht mit Koraniten reden, bitte. Ich will nicht mit Koraniten reden, bitte. Ich will nicht mit Koraniten reden, bitte. Stopp, stopp. Nein, weg. Nein, nein, Bruder, nein. Ich will nicht mit Koraniten reden, Bruder. Im Islam werden Koraniten, die sind ja als erstes dran. Mir geht es nur darum, eine Muslime darf doch nicht mal vom Koran rezitieren. Ich weiß, Bruder, aber, 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 ich kann ja Hadife bringen, wie Allah die Frau verflucht und auf übelste Weise, aber sie akzeptiert das nicht. Die sagt, hier steht Abdallah ibn Abbas, der Cousin von Mohammed. Mohammed hat für ihn gebetet, dass er es am besten verstehe. Abbas überliefert, dass Umar al-Khatab die Ansprache gehalten hat, dass der Koran verändert wurde. Sie sagt irgendwelche Menschen dazu. Bruder, ihr ist nicht mehr zu helfen. Ja, äh, wann hat Allah mit Mohammed geredet? Nie. Koraniten sind keine Muslime. Koraniten sind keine Muslime. Ja, aber eine Frau darf doch nicht mal hochgehen und Koran rezitieren. Das ist doch nicht mal erlaubt bei denen. Deswegen muss man sie auch gar nicht ernst nehmen. Ich gehe wieder runter, mach weiter so. Beste Ehrenmann. Dankeschön, ja. Leute, man kann doch nicht so heuchlerisch sein. Wir akzeptieren den Koran, aber die Überlieferung über all die Menschen, die den Koran zusammengefasst haben, die schmeißen wir weg. Danke, dass sie uns das Buch gebracht hat und jetzt verpisst euch. Dankeschön, Leute. Danke. Danke, Ibn Abbas. Danke, dass Allahs Gebete auf dich lagen. Der Prophet hat für dich gebetet. Danke. Danke, dass du überliefert hast. Wir haben den Koran. Weg mit dir. Die fünf sunnitischen Gelehrten, die Bücher, die wir nehmen sollen, weg mit euch. Danke, wir haben jetzt den Koran. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Danke. Im Koran steht, wie ich Voodoo machen soll. Im Koran steht, wie ich beten soll. Im Koran steht die Schutzmonate. Was sind die Schutzmonate? Ach, die sind allgemein bekannt. Ja, allgemein bekannt. Zeig mir den Hadif. Ich hab den Hadif. Hast du den Hadif? Nein. Was bastelst du dir dann zusammen mit deinem Koran? Leute, die lügen sich selber an. Um in der Religion zu bleiben, lügen die sich selber an. Sie müssen sich anlügen. Sie schämen sich für diese Hadife. Ey, seit TikTok gibt's nur noch Koraniten. Was ist mit euch? Ihr dürft keine Koraniten sein. Der Koran verbietet es euch. Die machen nicht Takiyah mit uns. Die machen Takiyah mit sich selber. Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten, steht im Koran. Wie soll ich dem Gesandten gehorchen? Suche 4, Vers 80. Was euch der Gesandte aber gibt, das nehmt und was er euch verwehrt, das lasst sein. Was gibt mir der Gesandte, liebe Schwester? Was gibt mir der Gesandte? Wo lese ich das, was der Gesandte mir gibt? Ich kenne doch die ganzen Verse. Der Koran ist klar, präzise geschrieben. Ich brauche 600 Tafsir-Gelehrte. Die Religion hat sich in 500 Splitter-Gruppen gespaltet. Das alles, weil der Koran authentisch geschrieben würde. Hi. Hi, ich bin Christ. Schön, Gott sei Dank. Ja. Ja. Und zwar, du kennst dich doch in den Hadiven und Koran mal aus, sag ich jetzt mal. Ja, es geht ein bisschen. Es geht. Ja, okay. Und zwar, ich habe eine Debatte dabei. Könntest du mir ein paar Hadive bringen über Frauen und suchen? Oder gerne, aber die habe ich im Auto. Die habe ich im Auto. Warte, ich gucke mal, ob ich die finde. Ich habe das leider im Auto gelassen, mein Buch über die Frauen und den Prophet. Du kannst sie aber googeln. Du kannst sie schnell finden. Der Prophet wurde verhext. Allah verflucht die Frauen, die ihre Gesichtsbarung entfernen. Du kannst diese Stichwörter Gesichtsbarung entfernen auf englisch bei suna.com eingeben und finden. Wann hast du denn die Debatte? Nächsten Monat. Ah, gut, okay. Komm, bitte. Komm, bitte morgen bei mir rein. Bitte, ich gebe dir alle Quellen, ja? Alle. Ja, wenn nicht. Weil wir haben Thema Frauen und Christentum und Islam gemacht. Oder ich gebe dir Hadive. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe dir Hadive, die nehmen. Selbst wo Eiche Sperma abgekratzt hat, wo sie Mohameds Unterwäsche gewaschen haben, das Wasser an die Kranken verteilt haben. Ich gebe dir alles. Alles Buch, wo ich mich bin. Alles Buch, Radio und Muslim. Die haben, komm, bitte morgen, da habe ich das Buch zu Hause, ja? Mare, Mare, ich habe es oben raus. Wie viel bist du am Morgen live? Wie viel bist du am Morgen live? 21.20 Uhr. 21.20 Uhr, okay, okay, freue ich mich. Danke, bis dahin, ciao. Du hast eine Anfrage gestellt. Stell sie bitte nochmal, Roussian, ich hole dich hoch. Gottes Segen, Bruder, glaube ich. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, natürlich habe ich Beweise, Abo, Matthias. Aber du kannst ja nicht hochkommen. Von daher, ich habe auch keine Lust mehr mit Muslimen zu reden. Leute, das reicht. Ich lande im Irrenhaus. Kannst du Arabisch? Abou-Tanga, nein, ich kann kein Arabisch. Leider nicht, leider nicht. Ich lerne gerade. Ich bin am Lernen. Ich übe. Komm, wo sind die? Komm hoch. Und dann kriegst du deine Beweise. Kannst du ja... Kannst nicht mal akzentieren. Ich spreche fünf Sprachen. Komm hoch und wir reden mal. Mal sehen, wie viele Sprachen du kennst. Jürgen Abou-Tanga, ich spreche fließend fünf Sprachen. Komm hoch und wir reden. Allah versteht nur Arabisch, ja. Allah versteht nur Arabisch, ne? Ich darf. Ja, Gawori Poroski, I speak English, I speak Armenisch. Oh, I speak Armenisch. Ich spreche armenisch, ich spreche deutsch. Bosnische habe ich kroatisch. Alles unwichtige Sprachen, Jürgen. Interessiert keinen Menschen. Das ist Tito, oder Leute? Das ist Tito, ne? Kann das sein, dass das Tito ist? Prima armenisch. Boah, armenisch ist eine schwere Sprache. Leute, armenisch ist ultra hart. Armenisch ist brutal. Ja, Jürgen. Nur weil ich Armenier bin, wurde der Koran nicht verfälscht. Diese Hadife gibt es nicht. Die gibt es alles nicht. Alles gelogen. Ja, na klar, Rames, komm ran. Jeder kam bei mir hoch. Hallo? Oh, du bist zu jung. Du bist zu jung. Du bist zu jung. Nein, Tito kommt auf keinen Fall hoch. Tito ist verloren. Tito ist für das Endgericht bewahrt. Tito ist nur dafür, Tito ist Brennholz. Mehr ist das nicht. Also, das ist Quatsch, was du sagst, weil komplett ganz Armenien für Palästina demonstriert mit palästinensischen Flaggen. Komplett. Und sogar aktuell Hilfe von Armenien nach Palästina auf dem Weg ist. Ich glaube sogar 80 Tonnen. Also, das, was du sagst, ist eigentlich sehr unlogisch. Und wir waren sogar Erdbebenhelfer in der Türkei. Mit einer der größten Gruppen. So, Tito. Abu Tanka. Ja, bitte, schreib mal dein Bibelfest. Hallo? Hi. Hi, äh, erstmal, wie geht's? Sehr gut. Ich hab ein Zeugnis, ich kann dir das mal erzählen. Äh, mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, dankeschön. Und zwar ist mir hochgekommen, weil ich einen Vers aus dem Koran zeigen will, der für mich zeigt, dass der Schreiber des Korans eigentlich, sag ich mal, nicht belesen war. Ja, bitte, kannst du gerne sagen. Geh mal bitte auf Sura 7, Vers 157. Oder ich hab schon alles ausgemacht, ich wollte eigentlich offline gehen. Und zwar, dort steht geschrieben, dass Mohammed ja in der Bibel vorkommen soll. Also, sowohl in der Tora, als auch im Evangelium. Ja. Aber dieser Vers spricht ja Allah zu Moses. Ja. Wie geht's so was? Also, du musst dir mal vorstellen, Allah sagt zu Moses, Mohammed ist bei den Leuten im Evangelium verzeichnet. Ja. Aber das Evangelium war ja noch gar nicht da. Wo Allah mit Moses gesprochen hat? Ja. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Da muss man gucken, was die Tafsir-Gelehrten dazu sagen. Ja, und zwar Al-Kumma. Und warum informiert Allah Moses darüber, dass Mohammed in der Tora vorkommt? Bruder, ich weiß nicht, aber sowieso gibt es da ganz komische Sachen. Ich habe ja vorhin gelesen, dass Allah der, der ist, der die Teufel schickt. Im Koran steht auch, dass die Prophetenlinie an Jakob und an Isaac weitergegeben wurde. Im Koran steht das. Ja. Also, die Blutlinie von Ismail, wie die das krampfhaft versuchen, Mohammed zu Ismaels Blutlinie zu machen, passt sowieso nicht, weil im Koran Allah selber sagt, dass die Prophetenlinie nicht an die weitergegeben wurde. Ja, also, dort steht wortwörtlich, wenn du ins Arabische gehst, dass es nur einzig und allein an Isaac und Jakob weitergegeben wurde. Richtig. Aber das Ding ist, in Zube 2 sagt Allah zu den Juden und Christen, wollt ihr etwa sagen, dass Abraham Christ oder Jude war? Ja. Wie geht so was? Also, wie kann man überhaupt, also, wie kann ein Christ überhaupt so was behaupten? Kein Christ behauptet so was. Ja, genau so wie Muslime heute hochkommen und sagen, wo sagt Jesus, dass er Christ war, genauso hatte Allah bis heute nicht verstanden, was ein Christ bedeutet. Ja, ja, guck mal, der sagt, wollt ihr etwa sagen, Abraham war Christ? Ja. Ich kann nicht mehr, wirklich. Kannst du den Vers bitte nennen, vielleicht kann das jemand mitschreiben, den würde ich gerne erst mal lesen. Das ist in Zube 2, aber ich weiß es nicht, welcher Vers, aber egal, so, die Zube 2 kann man sich ja durchlesen. Aber das ist noch vor Vers 100. Ja, ich weiß. Aber Allah, guck mal, Allah sagt zu diesem Hadith, nee, den Tafsir zur Erklärung zu der Zubehörung mit Jesus, es erschien, nicht nur so, sagt Allah in einer Erklärung, er hat die Christen getäuscht am Kreuz, sagt Allah in einem Hadith, nee, in einem Tafsir, sorry, in einem Tafsir. Er hat gesagt, Allah, er hat die Christen getäuscht, aber zur Zeit der Kreuzigung von Jesus gab es noch keine Christen. Das heißt, Allah hat bis heute nicht verstanden, was Christen sind, deswegen wundert mich deine Aussage nicht. Ja, aber guck mal, warte, was gibt es noch, also es gibt noch viele, viele andere Dinge. Ich muss jetzt offline, ich muss jetzt meine Familie zusammen sammeln, Gottes segnen, danke, dass du oben warst, Gott segne dich alle bitte. ... dieselbe Person, nämlich der Messias, der Gesalbte. Bruder, der hat eigentlich bestätigt, dass der Herr Gott ist, der hat bestätigt, dass der Herr Gott ist, das hast du gemacht. Jetzt bitte, Mohammed, Piervogel, du hast es mir versprochen, jetzt halte dein Versprechen oder du bist ein Heucher und ein Lügner. Also ich möchte jetzt, dass du Piervogel anschreibst und sagst, der soll mich entblockieren oder soll bei mir reinkommen oder ich komme bei Ihnen rein. Bruder, ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, mit welchem Teil dieser Lukas 441 ein Problem hat. Nee, der dachte, der dachte, guck mal, Bruder Rese, er dachte, weil der sagte, der Christus, der nannte sich Christus und nicht Sohn Christus oder Sohn Gottes Christus und so, ne? Aber er hat vergessen, dass das einfach damit gemeint ist. Das ist sein Problem. Aber der hat die Antwort nicht davor gewusst. Ist okay, ich habe ihn darauf geantwortet. Ich habe verstanden, mit welcher Wegweisen er reingehen wollte. Aber ist kein Problem, der Herr hat mir geholfen. Ich habe noch nie diese Frage in meinem Leben gehört. Aber der Herr hat mir wirklich die Antwort gegeben. Also, Mohammed, ich möchte jetzt Piervogel haben. Hier stehe ich. Oh, Bruder Rese, wenn Piervogel kommt, ne? Ja, das wäre interessant. Oh, der glaubt mir, Piervogel muss nie wieder sein Gesicht zahlen. Der kann ja nicht über die Quellen gehen. Der schlägt ja selber auf, diese ganzen Quellen. Ja, Al-Rod probiert, Tabadi, Ibusnad Ahmad. Ja, das, was du da hast, das schlägt dir selber auf, um zu lernen. Also, der kann da nichts dagegen machen, das ist so. Ja, ja. Boah, Piervogel wird einfach sein Gesicht so verlieren, dass er vorbei. Vorbei, für seine ganze Karriere nichts mehr. Also, komm, ihr wollt doch den kleinen Christen beweisen, dass der kleine Christ keine Ahnung hat und dass die Bibel verfälscht ist. Bitteschön. Paulus, Paulus, nochmal zu Lukas 4, 41. Was haben wir gerade gelesen? Ja. Darf ich das nochmal wiederholen? Ja. Okay, schau mal, du sagst immer Piervogel, bitte, lass diese Thema mit Piervogel, das machen wir schon zum Schluss, okay? Wenn wir fertig sind damit. Guck mal, du hast ja gesagt, dachte Frage, ich habe da gemacht. Richtig. Richtig, aber du hast geantwortet, aber das hat nicht damit zu tun mit dieser Sache, weil da sprechen die Dämonen, die Satanen zu Jesus und sagen, du bist so ein Gottes. Es sind die Dämonen, versteht das doch bitte. Und die Christen machen genau das Gleiche, sie sprechen die gleiche Sprache wie die Dämonen, die sagen, du bist so ein Gottes. Nein, nein, Bruder, warte, 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 lass ihn reagieren. Pass mal, bitte, bitte, ich bin noch nicht fertig. Bitte, nur ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Schau mal bitte. Und dann sagt Jesus, schalte sie und ließ sie nicht ausreden. Warum ließ sie nicht ausreden? Weil er nicht so ein Gottes ist. Und dann begründet er, er sagt, wie er ist. Er sagt, ich bin Messias, Christus. Weil sie wissen das. Das heißt, sie lügen. Gerade hast du gesagt, gerade, nein, Mohammed, jetzt bist du ruhig. Mohammed, gerade hast du gesagt, Messias heißt nicht, gesagt. Und jetzt beziehst du dich damit so? Komisch, ne, wie du deine Meinung innerhalb von zwei Sekunden entsetzt. Komisch, Mohammed. Komisch. Aber hast du davor gesagt, Messias heißt nicht, seid mal. Komisch. Jetzt beziehst du dich dazu, ne? Komisch. Entstumm dich. Warum schalte ich die auf Sturm, bitte? Warum mach ich das? Weil du gerade deine Meinung in zwei Sekunden geändert hast und die Zuschauer haben es gesehen. Nein, ich habe keine Meinung geändert. Und jetzt sagst du auf einmal doch. Nein, bitte verbringe nicht die Wörter. In manchen Bibeln, hör bitte zu. In manchen Bibeln wird Jesus Messias genannt. Schau mal, in diesem Kapitel, Lukas 4,41. Zum Schluss wird manchmal Christus gesagt. Lügner. Ne, sehr ruhig. Warum beleidigend? Aber pass auf, Bruder. Pass auf, Bruder. Ein Lügner, Bruder Reza. Ich weiß, Bruder. Habe ich Warnvorstellung? Ich weiß nicht, Bruder. Ich will sagen, dass die Dämonen als Lügengeister sind. Und wenn die sagen, Jesus, du bist der Sohn Gottes oder was, dass sie dann halt lügen. Er will implizieren, Bruder, er will implizieren, dass wir wie Dämonen sind, weil wir glauben, dass der Herr der Sohn Gottes ist und er hat es denen verboten zu sagen. Deswegen glaubt er, dass er nicht der Sohn Gottes ist, weil er es denen verboten hat zu sagen. Aber er versteht nicht, dass der Herr nicht gekommen ist, um sich als Gott zu offenbaren, sondern um zu erfüllen. Und er hat es für den Geistern gesagt, still, weil er nicht wollte, dass die Menschen das wissen, wer er ist. Ganz einfach. Du verstehst doch nur, dass der Herr Gott ist. Ganz einfach. Jesus hat ihn begründet. Er hat gesagt, weil sie wissen, ich bin Messias oder Christus. Ja, was ist denn der Messias oder Christus? Er hat nicht gesagt, sie sollen das wissen. Bruder, der versteht es nicht, was ich gerade ihm gesagt habe. Was ist denn der Messias oder Christus? Jesaja 9, Vers 5 lesen. Versteht ihr nicht, dass ein Kind geboren wird? Messias ist das Wort, wie drehst. Hör zu, bitte. Einmal kurz zu hören. Messias ist das Wort, wie drehst. Messias bedeutet ein Prophet, der wiederkommt. Und Christus ist auf Kriegen, das bedeutet der Gesalte. Lied doch mal ein bisschen über das Judentum. Du hast doch wirklich null Ahnung. Ich bin nicht aufs, Tom, warum hast du das? Sei nicht so ungerecht. Wenn du lügst, wenn du lügst. Dir fehlt wirklich viel, viel Grundwissen. Das musst du, du kannst dir nicht in der Debatte treten. Wo lüg ich? In welchen Sachen lüg ich? Erzähl mir mal bitte. Das, was du sagst, ist auf Theologie basierend. Das, was du sagst, ist oberflächliche TikTok-Sätze. Junge, ich habe dich schon mal beidringen. Man muss die Grundlagen beidringen. Man muss die Grundlagen beidringen. Ich habe euch gebittet. Ich habe euch gebittet, liest die Bibel, schlagt dir auf. Lukas 44, habe ich das gesagt? Ja. Womit hast du da ein Problem? Dass die Dämonen den Herrn Jesus als Sohn Gottes erkennen? Oder wo ist dein Problem? Ich verstehe bis jetzt. In drei Sachen habe ich ein Problem. Schau mal. In drei Sachen habe ich ein Problem. Erstens, die Dämonen sagen, du bist so ein Gottes. Zweitens, Jesus akzeptiert das nicht, so ein Gottes genannt zu werden. Und drittens, er begründet, er sagt, weil sie wissen, ich bin Messias. Und jetzt, wenn du hinkommst und sagst, Jesus ist Sohn Gottes. Erstmal, was hast du gemacht? Du hast genau das gleiche ausgesprochen wie die Dämonen. Zweitens, wenn du das sagen würdest, vor Jesus, was würdest du sagen? Er ritt die Scheibe, so nicht ausreden lassen. Und dann würdest du dir sagen, weil du weißt, dass ich nicht Sohn Gottes bin, sondern ich bin der Prophet, ich bin Messias, ich bin Christus. Ich bin Messias als Gesalber. Wo habe ich jetzt gelogen? Sag mir mal bitte. Meshiach heißt Gesalber und nicht Prophet. Denn selbst in deinem Koran steht drin, dass Isa ein Prophet und ein Messias ist. Ein Messir. Also erzähl doch kein Quatsch. Das sind nur zwei verschiedene Wörter. Du hast zwei verschiedene Wörter in einem Wort gemacht. Du Lügner. Okay, im Koran wird Prophet genannt. In Bibel sagt der Messias. Okay, wo ist das? Und du bist in Jaheim. Auch der Koran sagt, dass er der Messias ist. Auch im Koran steht, dass er der Messias ist. Bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, mein Messias. Warte. Warte mal, bitte. Warte mal, ich muss dir erklären, warum denn der Jesus in dem Mund grüßt er denn jetzt. Gott, deswegen an Tony, an Tony, du hast 1,5 Millionen Abonnenten, ich kenne ich gar nicht. Was liegt auf dem Herzen? Ja, also Reza, ich wollte was fragen, also ich habe die Nummer verloren, weil, äh, von dir, Herr Soink, weiß ich meine. Kannst du privat auf TikTok anschreiben und antwortet dir. Ja, weil ich brauche deine Nummer für ein Dingsbums, für einen Auftritt. Also ich dachte, für das für privat, ich wollte es nicht auf TikTok sagen, also du bist, also du machst ja manchmal diese Privatdings, also Stripper und so. Nein, Anatoli, hör auf, der Mitte. Oh, guck mal, was zum Blödsinn. Guck mal, warte, wir machen das anders, der Herr segne dich, guck mal. Nein, 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 erst mal stumm, erst mal stumm. Hast du schon den Abonnenten gemacht für den Islam? Nein, nein, warte, der Anatoli ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was bist du, was ist dein Content für 1, pro, 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 lifter? Ja, was ist jetzt schon wieder los? Keine Ahnung, der macht irgendwie Pranks oder so, sowas macht er. Brüder, er, er, er macht wahrscheinlich, der Erfolg wahrscheinlich, Anatoli ist so einer, der so Fitnesspranks macht und sich als Hausmeister verkleidet. Aber er ist es bestimmt nicht, weil er kann kein Deutsch. Ihr wollt, ihr seid nur Jungs. Du bist, warum? Was, äh, Anatoli, was? Warte, Bruder, Sie, lass mal, Bruder, Reza antworten. Lass sie, ich will, lass es kommen. Wir warten jetzt, was Reza antworten. Wenn du, wenn du irgendwas über den Glauben wissen willst oder darüber reden willst, können wir reden, aber wenn du jetzt auf diese unterste Schublade, unter der Gürtellinie reden willst, dann können wir nicht miteinander reden. Oh, ne Scheiß, ich habe gehört, dass du privat diese Sachen machst, über Strictum und so, dass du tanzt und so, Tanga und so, welche Sachen. Ich will nicht hier über TikTok reden über sowas, aber ich habe nur gehört, dass du sowas wirst. Ja, und du bist ja ungefähr fünf Jahre alt vom Gehirn her. Also, du denkst, du bist jetzt lustig, bist aber nicht. Du bist so lustig eben wie deine Mütze. Und du denkst, du bist da süß und lustig, bist aber nicht. Möchtest du was über den Glauben wissen? Möchtest du dein Gehirn etwas erweitern als diese zwei Gramm? Oder möchtest du auch drei Gramm upgraden oder nicht? Von dir kann keiner was lernen und hat auch nie jemand was gelernt. Du auch. Nie. Frag mal, frag mal rum. Frag mal rum. Schau dir mal meine Vorträge an auf YouTube. Na, Naturi, erzähl doch mal lieber, woher hast du 1,5 Millionen Abonnenten? Weil ich interessant bin und du nicht. Ah, okay. Interessant, ne? Man muss sich natürlich auch ein bisschen bücken für bestimmte Sachen. Nee, deswegen habe ich ja dich gefragt. Und du bekommst du heute. Nein, Naturi, sag doch einmal ehrlich, wie oft du dich gebückt hast für dieses bisschen Abonnenten da. Sag mal. Du weißt, wie das läuft. Ich kenne doch diese ganze Stricher-Szene, wo diese Leute aufsteigen. Schau mal, ich lebe in Dubai. Und wo lebst du? In Scheiße. Nein, nein, nein. Du bist reich gemacht, du bist halt bei den Scheiß. Du hast dich sehr oft gebückt, bei 40 Grad Hitze, hast du sehr viel Hitze empfangen, gebückt sehr viel bei den Scheiß und hast du auch ein bisschen was für ihn bekommen. Ja, deswegen kommen wir auch alle anderen. Die Leute wissen das mittlerweile, mit dem Bücken. Bücken bei diesen homosexuellen Elite-Leute und dann kommst du hoch. Du bist ja noch nicht mal angezogen. Das heißt, du musst dich noch anziehen. Du bist noch frisch dabei, du musst dich noch anziehen danach. Du bist nackt auf dem Bild, siehst du das? Das heißt, nach dem Bücken musst du dich anziehen und du hast dich noch nicht angezogen. Reza, du bist der maximalste Loser, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der maximalste Loser. Du bist... Oh, was eine Weisheit. Was heißt das? Ja, das ist nur die 1,5 Millionen Abonnenten, sich zu bücken. Kritik. Das ist doch nicht schön. Du bist 40 Jahre alt, warum suchst du dir keine Frauen und Kinder? Was bist du für ein Loser? Ich bin 70 Jahre alt. Ja, und es interessiert doch keinen, wie viel alt er ist. Was bist du für ein Loser? Warum hast du keine Frauen und Kinder? Was soll das? Was ist das für ein Leben? Warte, nein, nein, nein. Das soll sein Leben leben. Was interessiert nicht das? Guck mal, erst 50 Jahre alt, der Sitz auf TikTok auf einer Kinder-App. Du, was machst du? Das ist keine Kinder-App. Du fühlst dich davon getriggert, komm hoch und beleidigst jetzt einfach Menschen. Schau, was ich bin reich. Ich kann meine Zeit anzeigen. Du bist reich. Guck mal, pass auf, was der Herr sagt. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, dass ein reich in Himmelreich kommt. Er hat gewisse Sachen gemacht, damit er diesen Status hat. Warum, was bringt ihn diesen Status so Gott? Mein Gott ist der kleinste. Bruder, er kann der Pia Vogel bringen. Ja, der steht drin. Da war gestern noch Pia Vogel. Dann komm doch mit Pia Vogel. Sag Pia Vogel. Sag Pia Vogel, sag Pia Vogel, sag Pia Vogel, sag Pia Vogel, er hat nur mein Video gesehen. Dass ich doch kein Gesicht habe, sag ihn das doch. Meinst du Pia Vogel? Ja, Pia Vogel. Denkst du ehrlich, Pia Vogel redet mit irgendwelchen kleinen Mäusen, kleinen Kranaten? Er hat Angst, ey, würde es sofort in die Zeit geben. Er hat auch Angst, sogar von den kleinen Mäusen. Wenn er doch so groß ist, wie du denkst, wenn er doch so groß ist, wie du denkst, wieso kommt denn nicht wie ein Panzer und Putzterleck? Weil ihr niemand seid. Wer seid ihr denn? Weil ihr niemand seid? Ja, was willst du denn hier, wenn wir niemand sind? Was willst du hier oben und beleidigst uns? Weil ich dumm bin, weil ich dumm bin, bin ich hier. Ich gebe zu, ich bin dumm und deswegen gebe ich euch Aufmerksamkeit, weil ihr keine Schwänze seid. Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Von was kannst du gehen? Ich brauche deine Aufmerksamkeit. Wenn du solche Wörter im Mund nimmst, das musst du raus. Also benehm dich bis hin. Ja. Der ist selber ausgegangen. Er hat das gemerkt, dass er einfach nur Müll labert. Siehst du, was hat er gebracht? Hat er jetzt Werbung für die Sammlung? Werbung gemacht hat, Werbung. Sehr schön, immer so Werbung machen, das ist schön. Und weißt du, was darunter steht jetzt, Bruder Sifo? Wir segnen ihn, er beleidigt ihn. Natürlich. Natürlich. Das ist der Unterschied. Wer will nicht? Bösartiges, bösartigen Geister hat er. Unglaublich, unrein. Ein Hass gegen Wiedergeborene. Guck mal, da schaut ja noch zu. Er hat einen Hass gegen Wiedergeborene Bruder Resa, aber weißt du was? Wir müssen jetzt eine gewisse Arbeit machen, Bruder Resa. Wir müssen eigentlich jetzt das aufdecken. Deswegen gewisse Menschen mit gewissen Reichweiten schon ein bisschen zittern, wenn man sowas aufdeckt. Weil die wissen, was die gemacht haben. Ja klar, du kommst nicht einfach so an 1,5 Millionen Abonnenten hier auf TikTok. Gerade so ein TikTok-Plattform des Teufels. Ja. Also das ist schon nicht ohne. Man ist ja wirklich so. Ich wollte ja nicht mehr leiden mit der Stricher-Szene. Das läuft ja wirklich so ab. Diese ganzen Stars steigen auch sehr oft durch diese Stricher-Szene hoch. müssen sich sehr oft bücken. Und dann kommen die dann auch hoch. Dann langsam. Gibt es auch Foto, und wer bügt, der wird auch steigen. Gibt es doch auch Foto? Warte, 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 der wird wieder hoch. Oder sie vorwarte, warte, warte. Er will wieder auch bestimmt wieder jetzt darüber reden. Jetzt bin ich gespannt, Anton, Anatoli oder keine Ahnung, wie du bist. Weil ihr sagt jetzt. Das stimmt. Man wird auf private Inseln eingeladen. Man wird auf private Sachen eingeladen. Und so. Jetzt wird es interessant. Und dort muss man halt auch Blut trinken und solche Sachen. Das ist normal. Das ist halt einfach für die DNA und etc. für die Gesundheit auch gesund, ne? Hast du das auch schon gemacht? Selbstverständlich. Das macht jeder reich fest. Ja, okay. Warte, warte, lass nur ein Bruder Reza reden. Ja, okay. Wo ist jetzt das Problem? Wo ist jetzt das Problem? Ich habe kein Problem. Ich habe ja die Beiträge gemacht in YouTube, dass eben die Leute, die eben ihre Seele verkaufen in diesen satanischen Logen sind und eben Babyblut trinken. Richtig, ja. Machen wir. Machen wir. Mindestens ungefähr sechs bis sieben Liter pro Jahr. Wo kommen die Babys her? Wo kommen die Kinder und Babys her? Wo kriegt sie die? Das muss man hier nicht bei TikTok sagen. Ach komm, du bist ein mutiger Typ. Hier hört sowieso keiner. Die raffen das sowieso nicht, die Leute. Von der Kirche. Von der Kirche. Welche Kirche? Katholische Kirche. Katholische Kirche. Wir sind nicht von der Kirche, Anatholi. Das ist der Unterschied. Denn wir sind Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Ich bin zum Beispiel Ex-Katholik, dass du Bescheid weißt. Von der Katholischen Kirche. Ja, Katholische Kirche. Ich bin Ex-Katholik. Einmal hatte Schiss dran. Einmal in seinem Leben mutig zu sein. Und mal ein bisschen zu reden. Auf einmal hatte er Angst vor seinen Kollegen. Sei doch mutig. Aber ist doch egal. Ich bin nicht mutig zu reden. Frag mich gern weiter, wenn du wissen willst. Ja, ich hab doch gefragt, woher kommen die Babys? Was kostet zum Beispiel ein Baby? Und wie oft trifft ihr euch dann? Wir bezahlen solche Sachen nicht. Das macht die Organisation. Wer ist die Organisation? Wer ist zum Beispiel? Nehmen wir ein paar Namen. Darüber darf man nicht sprechen. Und was macht ihr dann mit den Babys dann? Wir trinken deren Blut. Nimmt da jemand auf? Nein, sowas verboten. Mit 8mm-Kamera. Warte, warte, warte. Sag weiter, Bruder Rese. Wir stimmen uns. Der stellt Fragen, er antwortet. Wieso? Ist das jetzt ein Problem? Nee. Ich weiß es ja. Die Leute glauben es mir nur nicht. Und du bist dann halt jetzt ein bisschen mutig und erzählst das auch. Du stehst auch dazu. Ja. Wer ist denn, also was heißt denn die Organisation? Ist das jetzt die deutsche Organisation oder ist das eine internationale Organisation? Das sind die über mir, die Sachen entscheiden, die mir auch diese Reichweite geben, die mich hier auf TikTok unterstützen, dass ich diesen Fame bekomme. Ja. Wenn ich diese Sachen nicht mitmache, dann wird mir das weggenommen. Ja. Ja. Und wie oft passiert das denn dann? Wie oft musst du Baby Blut trinken? Ich habe gesagt einmal, also sechs Liter im Jahr. Und das ist ungefähr einmal die Woche oder was? Im Monat ungefähr einen halben Liter kann man sagen. Und dann lädst du dich damit auf oder wofür ist das Blut? Das ist, das ist sehr, also ich muss wirklich zugeben, es gibt natürlich Kraft, also wie soll ich das sagen, es erneuert die Zellen im Körper, die Haut wird dadurch besser, einige Sachen. Und du kannst auch aussteigen oder nicht aussteigen? Nein, wenn ich aussteige, dann werde ich wohl an einen Drogen, Überdosis von Drogen sterben. Ja. In Zukunft. Und kannst du mal ein paar Namen von Logenmitgliedern nennen, die so ein bisschen bekannter sind? Nein, solche Sachen. Ich habe gesagt, ich kann darüber gerne reden. Ja. Sehr kurz. Ja. Aber Namen und so, das ist schon sehr kritisch. Okay, ohne Namen. Okay, wie läuft so ein Ritual ab? Wie sind die gekleidet? Wie viele Leute nehmen da dran teil? Sind alle weiß gekleidet mit spitzen Mützen, ne? Kapuzen, ja. Genau, spitzen Kapuzen, alle im Kreis auf dem Altar. Dann legt man dort das Kind hin, dann nimmt man sich solche Nadeln mit einem Schlauch dran und dann tut man es ins Kind rein, wird vorher betäubt und dann trinkt man. Ach so, ihr braucht keine Opferung. Ne, ne. Und das Kind überlebt? Das Kind wird dann, also wie auch in der Bibel auch steht, das wird dann immer rezitiert, das ist einfach wohl den, der ein Kind nimmt und auf den Stein zerschmettert. Ach so, jetzt wirst du, ja, 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 gut, jetzt wirst du wieder lächerlich. Nein, bleib mal wieder dabei. Warum gibt's Vers? Ich zeig das auch, weil das wird immer oft da rezitiert auch. Wohle dem, der das Kind nimmt und es an einen Stein zerschmettert. Ja, aber das sind doch kein Euger. Ja, Moment, Moment. Natürlich ist Gott mit solchen bösen Völkern eben so hart umgegangen, weil eben diese Völker immer wieder Menschen und Kinder geopfert haben. Das machen wir auch, damit wir auch diese Kraft bekommen, weißt du, weil wir wollen das Wohl haben, damit wir mehr Reichtum bekommen, mehr Geld, mehr Ansehen. Wir lieben das, diese Fame, verstehst du? Ja, aber warum erzählt die das dann nicht der Welt, dass sie dadurch dann halt so Fame und Reichtum bekommen? Warum macht ihr da so ein Geheimnis daraus? Lass doch die Karten so fallen, wie sie fallen. Zeig das doch den Leuten, damit die wissen. Warum ist das stumm? Warum ist da einen Anruf bekommen, ne? Kann sein, aber... Er hat safe einen Anruf bekommen, er hat safe, der hat zu viel geredet, der hat zu viel geredet, der hat einen Anruf bekommen. Jetzt, Bruder Rieser, jetzt wird er auch MK sein, willst du jetzt sehen? Willst du jetzt sehen? Der kriegt jetzt einen Spruch und dann ist er auf einmal ganz anders, willst du jetzt sehen? Ja, kann sein, ja. Der Herr hat zumindest eine kleine Tür geöffnet, was geöffnet werden sollte, dass die Leute das hören, aber jetzt, guck mal, jetzt wirst du sehen, der wird jetzt weggehen oder der wird jetzt ganz anders... Da, siehst du, er ist weg. Siehst du, Bruder Rieser? Ja, er hat einen Anruf bekommen, er hat zu viel geredet. Er hat zu viel geredet. Siehst du, ich habe sogar mit Ansage gesagt, der wird jetzt auf einmal weggehen. Ja. Siehst du, er hat Anruf bekommen. Ja, ja. Ich guck mal, ob er Einladungen geschickt hat. Nein, hat der nicht. Nein, Bruder Rieser. Der ist komplett weg. Nein, Bruder Rieser hat gesagt, okay. Ah, nee, der ist noch hier. Jetzt aber aufpassen. Ich gebe ihm noch eine Einladung. Mal schauen, ob er annimmt. Ich bin jetzt gespannt, weil Bruder Rieser, der hat so viel geredet. Ich war selber baff, dass er das jetzt sagt. Er hat so viel geredet. Aber das machen diese Illuminaten. Genau das machen die. Ja, die sind es natürlich in die Löcher nicht, obwohl sie da drin sind. Die versucht das ins Lächerliche zu ziehen, öffentlich, damit sie halt... Das ist der Beweis. Das habt ihr jetzt selber gesehen und werden das noch immer nicht glaubt. Ist unglaublich. Aber jetzt, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt jemand... Der wird nicht mehr reinkommen. Ich sagte das, Bruder Rieser. Er wird nicht mehr reinkommen. Er hat den Anruf bekommen. Das war viel zu viel. Und jetzt kriegt er seine kleine Mahnung oder sagen wir mal so. Weil der hat auf jeden Fall jetzt einen Spruch bekommen. Der ist jetzt nicht mehr der. Ich sagte das. Der ist jetzt auf MK. Mein Gott voll. 100 Prozent. Schade. Ich würde vielleicht noch aus dem was rauskitzeln können, ne? Ja. Er hat gesagt, rauskitzeln. Er hat 1,5 Millionen Abonnenten schon drin zu sein, ne? Der scheint... Bruder Rieser, einer hat geschrieben, der hat 400 Millionen Klicks in einem Video. 400 Millionen Klicks. Wir haben nicht mit ihm eingeredet. Ich kenn den nicht. Ich bin dir ehrlich. Ich hab den Videos noch nie gesehen. Ich werd das gleich kontrollieren nach dem Stream. Aber 400 Millionen. Ja, der Knapp auch rein und hat mich direkt angegriffen, ne? Direkt ohne... Also ohne Vorwand. Bruder, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, weil der benutzt ja den Content von diesen Anatoli. Ich weiß nicht, ob er das wirklich ist, weil der, wo der... Das ist 1,5 Millionen, Bruder Tifo. Das ist ein Video von denen, weißt du, Bruder? Ja, natürlich. Das ist ja keine Frage. Ich will mich nicht missverstehen. Durch sein Content, weißt du, durch das... Ich weiß noch nicht, ob er das wirklich ist. Bruder, du kannst dein Content nicht kopieren. Die melden dich. Nein, Bruder! Ah, okay. Das kannst du nicht. Die melden dich. Das sind nur Videos von diesen Bodybuildern, weißt du. Das ist so ein Typ, der ist so ziemlich schmächtig und hebt dann so ganz... Ah, ich kenne doch seine Videos. Ich kenn seine Videos. Merkst du was? Ja, der ist so ein Typ, der ist so ein Typ, der ist immer mit Hausmeisterkultur. Und der putzt dann immer so irgendwelche Sachen. Und dann geht das so den Bodybuilder hin und dann bringt er die mit. Donny Bresco. Kannst du auch für Donny Bresco kurz antworten? Ja, das ist der. Ich weiß nicht, ob er das ist. Der ist weltweit bekannt. Donny Bresco. Ja. Darf ich kurz Donny Bresco antworten? Komm, wir machen Sparing. Donny Bresco. Wenn ich noch in der Welt gewesen wäre, hätte ich dich sehr gerne in meine Kampfgrundschule eingeladen und wir hätten gerne Sparing machen können. doch leider. Für dich bin ich jetzt beim Herrn und stehe über diese Dinge. Der Herr segne dich dafür. Was soll ich denn noch sagen? Ja. Ja. Aber wenn ich in der Welt wäre, hätte ich gerne mit dir Sparing gemacht. Hätten wir gesehen, wie gut ihr wirklich alle seid, wo spricht. Ja, aber wir sind ja nicht mehr in der Welt. Wir sind abgestorben. Guck mal, der ist weg. Oder der Rieser. Der kommt geredet schon. Ist der weg. Ich wollte schon sagen, das ist doch dieser Anatoli da, dieser Gewichtheber da. Das war der, ne? Ja. Das scheint so zu sein. Chatz, schreib mal rein. War das der echte oder war das einer, der eben wie... Doch, das war der. Der redet ja auch so gebrochen immer mit den Leuten. Ja. Die Leute schreiben nein. Fanpage? Fanpage. Auch 1,5 Jungen für eine Fanpage. Das musst du dir mal geben. Also die Stimme war auch so wie seine Stimme. 1,5 Jungen. Ich konnte ja sein Profil nicht sehen. Ihr konntet das ja sehen. Was haben die geschrieben? Nein, das ist nicht der echte. Okay. Das ist dann nicht der echte. Aber 1,5 Jungen für eine Fanpage-Seite. Dann ist das so ein kleiner Mitarbeiter, der ihn supporten muss. Aber mitspielen kann mit diesen Sachen. Aber Bruder Reze hat sehr gezielt geantwortet, ne? Du hast ihn gefragt, 6, 7 Liter. Was wäre das? So eine Woche, Monat? Er hat sofort gesagt, 0,5. Er kommt sofort. Zack. Das war die echte Reaktion. Das war richtig. Ja. Dann ist das so ein Supporter, der mitwirken darf. Für ein bisschen Fan. So ein kleiner halt, ne? Ja. Ich verstehe auch nicht, warum er mich direkt angegriffen hat. Ich weiß ja sofort, wenn Angriff kommt aus dem Nichts, dass das halt vom Satan ist. Und das ist nicht einfach nur irgendwer, sondern direkt von der ersten Quelle von diesen Satanisten dann, die mich angreifen. Die Dämonen, die dann diese Satanisten besetzen. Und die mich dann angreifen. Ja. Das ist schon heftig. Ja. 1,5 Millionen. Das ist wirklich heftig. Das muss man wirklich sagen. Das muss man wirklich sagen. Aber für eine Fanpage, so eine Reichweite zu bekommen. Ich muss ganz kurz Toni Bresco unterschreiben. Ich komme am Wochenende, habe eure Vereinseite ganz ruhig vorbeikommen. Am Wochenende ist nie jemand da. Aber kannst ruhig vorbeikommen. Ja. Na, warte jetzt erstmal hier. Pieren. Ja. Zack raus. Dann kann er schön die gesperrte Seite weiter zuschauen. Ich muss ganz kurz Toni Bresco noch sagen, dass ich nicht nur Wing Chun mache. Ich mache auch MLR. Ich mache ein bisschen Jiu-Jitsu und nicht durchboxen. Nur, dass du Bescheid weißt. Dass wir Bescheid wissen, dass ich seit 30 Jahren Wing Chun mache und seit über 10 Jahren Kampfkunstschule mache ich nicht, Bruder. Dass er ruhig vorbeikommt, er wird keinen finden. Sowieso hier im Internet-Rambo. Ja, wir dürfen uns dann nicht von den Satans-Leuten dann halt Fleisch ins Fleisch ziehen lassen. Nein, Bruder. Mache ich nicht, Bruder. Mache ich nicht. Hier ein bisschen Antworten so, aber in Wirklichkeit. Wie gesagt, wenn ich in der Welt gehe, wäre ich ihn gerne eingeladen. Aber ich mache das nicht. Ja. Einer schreibt, der Originaler hat 11,5 Millionen. Guck mal, die Fanpage hat schon eins. Das ist halt schon einfach so 1,5 Millionen, die Fanpage. Und der Originaler hat 11,5 Millionen. Guck mal, wie nah er schon mal original ist. Ja, das kam mir auch schon sehr bekannt vor. Also, ich meinte, das ist er selber, ne? Ja. Ich weiß nicht, weil ich bin dir ehrlich, ich kannte ihn nicht, bis Bruder Sifo gesagt hat, dieses mit Handeln und Pranken. Dann wusste ich sofort, ach ja, das ist so ein Typ, der ist mit Hausmeisterkostüm, Prank-Bodybuilder und sagt, komm, ich will putzen. Nimmt dann auf einmal die voll richtig wiegt. Richtige Bodybuilder müssen richtig schwitzen. Er nimmt das mit einem Arm. Ja, 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 klar. Ja, natürlich. Wenn ich Unterstützung bekommt, ne? Ja. Hier auf TikToks kümmern sie sich auch um diese ganzen Satans-Leute, die auch wirklich dann halt mit dem Babystar arbeiten. Satans-Baten, kannst du nicht so sagen, wo der gesagt hat. Diese ganzen Satans-Baten. Aber das ist doch so erschreckend, ne? Möglichst, wenn es sogar nicht der echte ist, ne? Habt ihr gesehen, wie ihr geantwortet habt, wie viel Wissen er in diesem Bereich hatte? Der ist drin. Der ist drin. Da könnt ihr mal sagen, was ihr wollt, der ist drin. Ja. Der war zu viele Informationen. Ja, zu viele. Wir haben noch nie darüber gesprochen, manche Sachen hier, weißt du? Und er wusste die. Vielleicht nimmt man noch was. Er hat ja ein Problem mit Reza gehabt, ne? Ja. Ja, der hat sofort gehofft, die hat mich angerufen. Das war ein Dämon, ne? Ja. Das ist wirklich heftig, ja. Ja, gut, dann verkünden wir jetzt weiter das Wort Gottes, ne? Ja, zumindest. Guck mal, jetzt hier, Reza rede nicht mehr über das. Und dann macht er ein Auge. Ach so, ist er wieder. Ach so, ja, okay. Warte, jetzt, nein, 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 Bruder Reza, jetzt will ich erst recht darüber reden. Jetzt will ich erst recht darüber reden. Ich will nicht mehr über das. Hier, guck mal, ich will euch was zeigen, ne? Wo habe ich das denn? Ich möchte euch was zeigen. Dieser schöne Barello, was er so alles macht. Guckt euch das an. Guckt euch das mal an, meine Lieben. Das ist Barello. Woher hat er diesen Fame? Woher hat er das? Oder der hier, der hier, der Prinz Bautam, woher haben die diesen Fame? Ja. Ich höre, dieser Ares möchte hoch. Diese Ares wollte ich gerade aussehen. Ach so, Ares? Ja. Guck ich gerne hoch. Wir noch auf der Reinfeldung. Ey, Bruder, was ist das für ein Katholik da unten? Soll er mal hochkommen? Soll er mal sprechen über seine Lehre? Da soll er mal hochkommen? Na, warte gleich. Das hat dann die Katholizisten ein bisschen hier so mal hochkommen. Anatoly, wenn es doch alles fake ist und so. Einer auf den jetzt, ne? Weil du auf einmal hier angerufen worden bist, als du viel geredet hast. Komm doch hoch. Na, reden wir, ob alles fake ist. Danke mal. Was wolltest du sagen, Ares? Du wolltest es ja so hoch. Was wolltest du sagen? Ja, du erstest nur kurz. Ich habe die Live-Debatte mit euch, auch von Pavlos, habe ich zusammengeschnitten. Auf eine Dreiviertelstunde, best of. Die geht gerade durch die Runde, nur dass ihr das auch mitbekommt. Damals mit haben die, also damals, jetzt vor dem 30. war das, wo alle im Livestream waren. Die ursprüngliche dauert zwei Stunden, aber nach einer Stunde hat man dann keine Geduld mehr. Wobei der beste Teil ab einer Stunde kommt. Deswegen habe ich es bestseens. Wollte euch nur das Update geben. Als zweites will ich sagen, der Typ kann das alles nicht wissen, weil ich einen sehr engen, ich will nicht sagen, wer. Vor zehn Jahren schon habe ich mich mit dem Thema befasst. Also auf YouTube finden wir mein Video, vor zehn Jahren gepostet. Und damals hat dieser Verwandte von mir gesagt, die sind überall, ich darf dir auch nicht viel sagen, aber er hat mir Fotos gezeigt. Und so wie der Typ es beschrieben hat, ist es eins zu eins. Also es sind wirtschaftliche Leiter, Bankiers, also Wirtschaftsbosse, Bank. All diese Generalen treffen sich und haben wirklich diese weißen Dinge an mit roten Kreuzen. Und sie gradieren sich jährlich hoch um zwei Stunden. Und ich will eigentlich auch nicht so viel sagen, aber ich will nur sagen, dass er kann das eigentlich gar nicht wissen, wie die aussehen, weil selbst diese Fotos verboten sind herzuzeigen. Und davon gibt es nirgendwo Fotos, wie die aussehen. Also Anatoly, ich wundere mich, dass du das plauderst. Und eigentlich wundert es mich noch mehr, dass du so frech warst, beleidigend. Und auf einmal kamst du in Reue und hast vernünftig geredet und geplaudert. Also ich frage mich, ob dir irgendetwas in dich gefahren ist zuvor, dass du so persönlich geworden bist. Und warum du das erzählst. Ja, manchmal plaudern die aus dem Nähkästchen, ne? Ja, manchmal plaudern, weil der Herr nutzt manchmal diese Gelegenheit, weil der Herr weiß, diese Leute könnten jetzt nur ein bisschen, diese Leute werden jetzt ein bisschen plaudern. Dann sehen die auf einmal meinen Stream, was hat er mit mir zu tun so, weißt du? Und auf einmal sind die hier. Guck mal, guck mal, was er zeichnet. Anatoly, komm doch hoch, ich kann die gar nicht mehr einladen. Die Einladung ist auf einmal weg, Bruder Reza. Ich seh dir nur nicht mal einen Zuschauer. Ach so, ja, stimmt. Ich seh dir nur nicht mal einen Zuschauer, ne? Weißer Dinge, die man eigentlich nicht weiß. Oder sein zweites Profil. Aber ich denke mir, das ist doch das einzige TikTok-Video, oder? Von dem, das mit 30 Millionen aufrufen. Geh mal bitte, Bruder Reza, du hast... Sag mal bitte, Alexi, ich soll auf sein Profil einmal reingehen und dir zeigen, weil da kann man Kamera machen und einmal reingucken. Aber komisch, ich seh dir nicht als Zuschauer und ich kann ihn nicht mal einladen, nichts mehr und der kann ganzer kommentieren. Was ist das denn? So lustig. Ja, ja, ist schon reingehaut. Der hat jemand sein TikTok-Profil. Aber woher weiß er diese Sachen? Weil, ich sag mal, so ein Hobbyloser, der Profile nachfickt, weiß diese Sachen jetzt nicht. Und nicht nur das, ey, 1,5 Millionen, ne? Das ist so viel. Einer hat reingestiegen in den Chat, 400 Millionen aufrufen, ein Video. Guck mal, jetzt hat sogar der Russe Aufmerksamkeit auf mich gemacht. Der Israel, ich komme mit Tschetschenen zum Probetraining. Salaam Aleikum. Nein, nein, der ist ein Fake. Der hat nur einen Follower. Den brauchst du gar nicht anrufen. Warte, ich sperre den auch einmal. Die sollen aufhören. Mit so einem Quatsch hier. Der Herr schützt hier. Der Herr hat immer das Letzte sagen und nicht irgendwelche Menschen. Immer der Herr. Egal, was die drohen und sagen und machen. Nur der Herr weiß. Und wenn der Herr sagt, wir werden jetzt auf Prüfung gestalten, und sollen dann das nochmal, also dass wir selber sehen, dass wir auch selbst in bedrängster Zeit zu den Herren stehen, wie in guten und schlechten Zeiten, dann ist das so. Unser Körper könnte ich sein, aber nicht unsere Seele. Das ist der große Unterschied. Fürchte dich nur von dem, der deine Seele in die Hölle werfen kann. Aber nicht der, der deinen Körper vernichten kann. Ja, genau. Ich will noch kurz erläutern, weil ich weiß, ob ihr jemanden kennt, der da involviert ist. Aber wie gesagt, bei mir war es jemand, der mir sehr nahe steht. Deswegen konnte ich ihn nicht als Feind nehmen, damals. Auch als ich nicht Christ war. Er hat sich eine Firma etabliert und die ging dann international und dann kamen sie zu ihm. Ja. Und es gibt ja gerade bei den Freimaurern bis zu 33. Und das heißt, dass die unteren gerade nicht wissen, wo die Reise hinführt. Ja. Und letztendlich zu diesen Ritualen, die er hier beschreibt. Aber das sind, die sind so versteckt, das sind sympathische Leute, von denen ihr es niemals gedacht hättet, die das tun. Also ich habe es gesehen und nicht geglauben können, dass die so braunhafte Rituale machen. Ja, also das ist wahr. Ja, die ganzen Psychopathen sind ja eigentlich ganz nette Leute. Immer später hört man ja immer von den Nachbarn, der war ja ganz nett. Er war immer hilfsbereit, immer höflich. Die sind höflich, hilfsbereit, nett. Aber die haben halt diese dunkle Seite, weil sie eben auch mit Dämonen agieren. Ja, das ist das Problem. Und die können sie eben sehr gut tarnen durch dieses extreme, freundliche, sympathische. Die sind auch sehr sozial. Aber das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde halt. Tagsüber so und nachts so. Ja, und diese Person hat mir wirklich jedes Mal da was gezeigt, ihren Gruß mit dem Daumen, sein Schwert, mit dem er gekürt wird, mit den Logos drauf. Also das ist alles kein Schwachsinn. Und da hat er mir bestätigt, dass das eigentlich wahr ist. Und er hat gesagt, die sind überall in der Wirtschaft. Er will nicht viel sagen, aber er sagt nur, dass ich recht habe. Vor zehn Jahren waren das alles Verschwörungstheorien. Aber weil er mich so mochte, hat er gesagt, du irrst dich nicht. Und ja, ich habe ihn gefragt, warum er da involviert ist. Und er meinte ja, bei den unteren Graden ist das jetzt nicht so wie in Amerika, dass die, wie sie sich da treffen in diesem Wald. Und ich will gar nicht beschreiben, was sie da machen, weil dann könnt ihr nicht mehr schlafen. Im Bohemian Grove, das ist nochmal das Stichwort. Ja gut, das ist das Bekannte. Aber hier gibt es ja tausende Logen in Deutschland verteilt über das ganze Land. Vor allen Dingen gibt es auch konzentrierte Logenaktivität hier um Wewelsburg herum. Und die arbeiten halt sehr oft dann mit Opfern, mit Kindern und so weiter. Ja, das kommt aus Kanonischen, Alten. Ja. Ja, wie damals eben bei Babylon, wo sie den Moloch angebetzt haben. Das heißt ja nicht, dass es aufgehört hat. Das wurde nur modernisiert, Leute. Ja, nur weil wir jetzt Technik haben, heißt das nicht, dass wir seit Babylon, seit damals, dass das aufgehört hat. Ja, genau. Die Leute schreiben, du bist selber Freimaurer. Stimmt das? Ich? Ja. Ich mache ja nicht die Geste. Ich habe sogar mein Auge verdeckt, dass man das nicht denkt. Man sieht ja nur mein Nasenloch. Ne, aber du bist kein Freimaurer oder doch? Nein. Ich bin keiner. Ich bin Jesu Nachfolger, Leute. Man sieht ja nicht mal mein Auge. Ich bin nur getarnt. Ich erzähle aus dem Verborgenen und decke das System auf. Ach so. in meinem Profil. Also du denkst das System. Also du denkst das System. Also du denkst das System. Das hat so lange gedauert. Hat gezögert. Johnny, man sieht mein Auge nicht, wie gesagt. Und ich mache auch nicht die Geste. Aber ja. Alles klar. Das wollte ich sagen. Es ist wahr. Und ja, die Debatte ist auf meinem YouTube. Auch als Story. Und da findet ihr auch dieses Illuminaten-Video, um was die Wahrheit dahinter ist. Kannst du denn deinen Bekannten da mal vielleicht mal einladen? Kannst du mir das schicken? Kannst du das senden? Ja, Bruder. Du postest mal in dem wahre Glaube TikTok. Dann kommt es. Nein. Verbotene Wahrheit TikTok. Entschuldigung. Verbotene Wahrheit natürlich. Auch in meiner Story. Und jetzt. Ja, ich habe die gefolgt. Dann gucke ich in deine Story rein und dann gehe ich da rein. Oder. Mach doch die. Kopie diesen Link. Tu doch in deine TikTok-Biografie als Webseite. Dann kann man direkt reingehen. Hm. Okay. Naja. Dann kannst du das Link probieren von YouTube. Dann auf dein Profil bearbeiten drücken. Bei TikTok. Und dann steht da Webseite. Und dann fügst du einfach den Link hinzu. Und dann kann jeder draufdrücken. Und dann ist er sofort drin. Habe ich auch vor kurzem gelernt. So habe ich. Alle Leute, ne. Wenn ihr keine Bibel habt. Ihr könnt auf mein Profil bitte reingehen. Ich habe die Webseite kostenlosebibel.de. Ihr könnt nur drücken. Ihr seid sofort drin. Und die kostenlose Bibel bestellen. Habe ich auch vor kurzem gelernt. Na. Und deswegen ist das richtig gut. Gerade für kostenlose Bibeln. Direkt könnt ihr haben. Dann holt euch eine Bibel, meine Lieben. Lest die Bibel. Moment. Ich muss kurz auf das Kontare. Weil viele jetzt sagen, dass ich dazugehöre. Leute. Wie gesagt. Ich bin auf die Recherche gegangen. Vor zehn Jahren. Und da habe ich es herausgefunden. Ja. Und jetzt decke ich es ja alles auf. Das mache ich auf meinem YouTube. Ich decke diese Leute auf. Deswegen weiß ich viel. Ich habe viel gehört. Viel informiert. Und beweise es jetzt auf meinem YouTube. Warum sollte ich gegen die arbeiten, wenn ich selbst involviert bin. Das macht keinen Sinn. Also. Ja. Ist Jesus Gott alles? Jawohl. Leute. Ich glaube, ihr habt vergessen, wer ich bin. Ich habe vor ein paar Tagen verbotene Wahrheit geheißen. Ja. Er hat mit euch debattiert, Bruder. Er hat mit euch gegen Handy debattiert. Da wo Handy debattiert war. Genau. Er hat nur seinen Namen geändert. Das Verfühlbild ist echt ein bisschen blöd gewählt worden, Bruder. Also ganz ehrlich. Aber warte, warte, warte. Ich kenne ihn doch immer nicht. Hat er mit mir geredet? Der Bruder hat mit euch debattiert. Das ist eine wahre Idee. Gegen mich sogar debattiert? Nein. Mit euch. Mit euch. Ja. Mit euch. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. 1 gegen 5 Muslime bei Hamdi. Wie heißt der noch? Denk mal. Hamdi. Joker. Habdi. Er war dabei. Okay. Ja gut. Wegen deinen Namen vielleicht. Weiß ich nicht mehr. Leute, kehrt zum Islam zurück. Der Islam ist die Wahrheit. Der ist die Wahrheit, die in den Abgrund führt. Sollte auch dazu erwähnt werden. Ahres, kannst du deinen Bekannten da mal hier hinholen, der da involviert ist? Er ist mehr als bekannt. Wenn euch das hilft. Also jemanden, der verwandt ist. Ja. Den könnt ihr nicht abschlossen. Leider. Aber. Wie heißt der? Willst du den Namen nicht sagen? Du kannst den Namen beschreiben, damit ich es weiß. Ich traue mich nicht, Leute. Aber ich könnte... Ich weiß nicht. Ja. Lieber nicht. Das Problem ist, dass... Was macht der denn? Was macht der denn? Die Team hat auch meinen Nachnamen. Ja. Also so stark verbannt sind wir. Kein Nachnamen. Ja. Also seine eigenen Kinder waren... Was ist sein Content? Was ist seine Arbeit? Seine Kinder waren gegen ihn deswegen. Also er hat jahrelang Streit gehabt mit denen. Aber ich habe ihn immer versucht, wieder zum Licht zu führen. Hab gesagt, wieso machst du das alles für die Welt? Das ist vergänglich. Du weißt, dass es einen Schöpfer gibt. Wieso schließt du dich der anderen Seite an? Und er sagte halt nur, dass... Ja, dass er jetzt nicht so schlimme Sachen macht, wie die dort, wo... in den höheren Graden oder in Amerika. Ja, aber du musst die mitmachen. Du musst da mitmachen. Du musst immer ausstrengen und du musst... Du darfst dich nicht... Du darfst vielleicht einen Ritual nicht machen. Aber du bist verpflichtet, die Rituale zu machen. Oder Reta, ich komme sofort. Bitte übernehme mal den Stream. Ich komme sofort. Ja. Er kann sich nicht weigern, die Rituale. Du kannst vielleicht einmal sagen, dass du dich vielleicht nicht gut fühlst. Aber du musst die Rituale weitermachen. Du musst. Du kannst nicht aufhören. Also du musst. Und es geht immer mehr. Irgendwann musst du ausstrengen und härter werden. Ja, er meinte, dass einmal jährlich hochgradiert wird. Das läuft fast so ab wie bei einer Hexerei. Also Freimaurerei ähnelt einer Hexerei. Und er meint, dass hochdegradieren funktioniert so wie damals im Mittelalter mit einem Schwert links, rechts und mit irgendwelchen Sprüchen. Ja, aber da kommt. Nein, nein. Du musst schon ein Ritual zuerst machen, bevor du aufsteigst. Du musst. Du musst. Es gibt verschiedene Rituale. Und die Rituale werden immer von Mal zu Mal, von Grad zu Grad schlimmer. Ja. Und du bist verpflichtet, diese Rituale zu machen. Du kannst sagen, ich mache das jetzt nicht. Dann bist du raus. Ich habe gesagt, schau mal, du weißt ja immer mehr als wir, was kommt, was die Planen, die Eliten. Er wusste ja schon, dass mit den Krisen, mit Corona, das wissen die alle im Voraus. Natürlich. Und ich habe gesagt, sobald du aber mehr weißt, was kommt, verkauf deine Firma und lass uns irgendwo hinziehen in ein Land. Und wisst ihr was? Er hat das schon gemacht. Also er weiß, dass irgendwas kommt. Aber für das, was kommt, kann er nicht abhauen. Aber für das, was kommt, kann er nicht abhauen. Das Gericht Gottes kommt. Der Zorn Gottes kommt über die Menschheit. Und über solche Menschen zweimal. Er wollte sich bekehren und ich glaube, er ist jetzt draußen. Ja. Also er weiß, dass was kommt, wollte sich bekehren. Aber wie viel der Grad ist? Er wohnt jetzt in den Bergen, Leute. Der hat Tolle und Ende gehabt. Der hat internationale Firmen gehabt. Aber wie hoch er war, das weißt du nicht, was für einen Grad er hatte. Oder weißt du das? Ich schätze mittlerweile, weil ich habe ja schon vor Jahren mit ihm geredet. Und innerhalb dieser Zeit, damals war er Stufe 5. Und wenn sie jährlich um zwei Stufen steigt, ja, kann man das so ungefähr berechnen. Also ich glaube, unter 15. Ja, okay. Da kann ich dir nicht sagen, da wirst du Bruder Riese vielleicht besser bescheid, wie hart die Ritualen. Das sind bei Stufe 15. Aber es ist auch nicht ohne bei Stufe 15, glaube ich. Das ist dann schon, glaube ich, blaue Loge. Äh, rote Loge. Das ist nicht mehr blaue Loge. Oder, Bruder Riese? Und da sind schon Hochgrade. Der sagt ja, das ist ja schottischer Ritus, Hochgradfreimaurerei, oder? Aris? Ab wann? Ja, du bist ja in der schottischen Ritus. Was meinst du, wenn wir so einen Preis kaputzen? Hol den Anatoly bitte rein, der hat 1,5 Millionen Follower. Hol den vielleicht. Der war ja drin. Deswegen hier das Gespräch. Der hat mich das bezeugt. Ist das schlecht, Anatoly? Wo ich sage, er kann das nicht wissen, weil er hat mir Fotos gezeigt. Da waren 100 Fotos in dieser Zeremonie. Da haben diese Wirtschaftsbosse ja, General. Alle Führer in der Wirtschaft hatten weiße Kapuzenmäntel, oder wie nennt man das? Die führt so lange eben die Schwosen mit einem roten Tempelritterkreuz. Ja genau, die Templer sind halt die Hochgrade, auch die Templer, die Ritter von Malta und so weiter. Das sind alles so die Hochgrade der Freimaurer. Und wir tragen die auch diese Templer-Kreuze. Ich muss durchdenken, wo er eigentlich... Oh, der Rieser, wartet mal. Wer möchte wieder hoch? Wartet mal. Ich habe das gerade gesehen. Ich bin wieder gekommen. Anatoly, erzähl mal ein bisschen. Bist du... Aber jetzt mal kurz vorab. Bist du eine Fanpage oder bist du der Typ selbst? Nein. Äh, habt ihr... Habt ihr ein... Habt ihr ein... Bist du Fanpage oder bist du der Anatoly selbst? Ich bin selbst. Äh, hast du ein Handy bei dir? Okay. Anatoly ist Russe. Kannst du Russisch? Da. Hast du... Hast du... Hast du ein... Hast du kurz... Hast du ein... Hast du ein... Ich bin jetzt nicht hier zu... Nein, ich möchte nur wissen, ob du der Echte bist. Nein, er ist nicht der Echte. Er kann kein Russisch. Der Anatoly ist Russisch, der Echte. Ah, Ukraine bin ich. Aber ist auch okay. Kannst du kurz, äh, Google aufmachen? Welche oder wie? Einer von euch ist es wichtig. Oder Reza, kannst du... Kannst du Alexa sagen? Mach bitte kurz Reza groß. Er muss kurz, äh, äh... Ne, lass dich. Ich guck mal, was er haben will. Ja, erstmal guck mal, was er haben will. Das ist erstmal wichtig. Ja, bis du das aufschlägst, warum verrätest du uns das absichtlich? Absichtlich. Also, was ist dein Motiv? Du warst ja voll böse hier im Gespräch und jetzt bist du so nett und willst du uns das aufklären, oder? Ich bin nicht nett. Ich möchte nur, dass sie etwas googelt für mich. Okay. Schreibt Illuminati rückwärts und guckt, was dabei rumkommt. Ja, das kenne ich jetzt schon seit 20 Jahren. Nein. Das ist doch nichts. Und jetzt will ich euch noch dazu was sagen. Ja. Jeder, der jemals auf diese Seite gekommen ist, wird vom Auge über... Über... Überwachen. Nicht nur... Entschuldigung. Die überwachen Bruder Reza bestimmt seit 100 Jahren gefühlt. Überwachen. Oder mich oder keine Ahnung mehr. Ich habe einen Anruf bekommen von den oben, als wir im Gespräch waren. Und die haben mich aufgefordert, dir zu sagen, dass du damit aufhören sollst. Sonst wird etwas... Das glaube ich dir nicht. Ich glaube, du hast einen Anruf bekommen, aber ich glaube nicht, dass sie das gesagt haben. Die haben einfach gesagt, du sollst dich beplaudern. Fertig. Aber ich warne dich, Reza. Naja, das letzte Wort. Nicht du. Und nicht Satan. Du musst erstmal die Erlaubnis von Gott holen. Dass du überhaupt Reza was antun könnt. Ich war einmal bei einem Treffen. Das habt ihr nicht gesehen. Okay. Ziegensköpfe. Köpfe von Ziegen. Lebendige Ziegen, die um das Feuer gehen. Und das Feuer lecken. Und das Feuer essen. So was habe ich nicht gesehen. Träftig. Okay. Aber Anna Toni, der Urban hat gesagt, du bist nicht der Echte. Du bist eine Fanpage. Schau mal. Ziegenköpfe. Auf aufgespießten Schuhen. Nee, Bruder, der Echte kann kein Deutsch und spricht kein Deutsch. Der Echte ist ein Russer, der als Hausmeister Schauspieler hat. Reza kennt die Wahrheit. Ich sag euch das. Und ihr unterschätzt diesen Mann sehr. Er kennt die Wahrheit. Die Leute. Natürlich kenne ich Bruder Reza und wir. Die war ja in 20 Jahren, der das studiert. Er weiß am besten. Er weiß am besten, wer Blut trinkt. Und wir trinken Blut. Das weiß auch. Das ist mir auch bewusst. Da brauchst du ja keine Sorgen machen. Natürlich ist mir das bewusst, was du da alles macht. Was der kranke, abartige Sachen hier macht mit diesem Blut. Das ist doch voll klar. Dass man gewisse Orgie, mehr sag ich nicht dazu, ne, macht. Das sogar als Gleitgehn macht und so weiter. Ist doch vollkommen bewusst. So was kranke, abartiges. Okay, Anatoly, wenn das stimmt, wenn du dabei bist. Warte, warte, Bruder Aris. Ihr reißt sogar die Gesichter noch ab, um euch noch aufzu, ne, und dann einen Snufffilm zu machen und so einen Müll. Mir wurde jetzt geschrieben, ich muss raus. Anatoly, wenn das stimmt, dann sagen wir das Buch von Alistair Crowley. Nee, der ist es nicht raus. Gar nicht. Weil im Buch von Alistair Crowley. Alistair Crowley hat das Auge überhaupt auf den Dollarschein gebracht. Ja. Also der war dabei bei den Beatles und so. Alistair Crowley hat das Buch verfasst, wie die das machen müssen. Der hat das eine Auge auf den Dollar gebracht durch ihn. Und wenn er das bestätigt, also wenn er da ein paar Sätze kennt. Und dann sagt er zum Anatoly, der soll ruhig sein. Martin, diese schweige Gäste. Das weiß ich schon. Dieser Typ hat 0-0-Follower, der ein Vermachter dafür nur so im harten Gesicht. Manchmal denke ich, dass sie im Irrenhaus, wenn die keinen Bock haben auf ihre Patienten, denen einfach Handys geben und TikTok-Account aufmachen. Die sind ganz ducky drinnen. Aber Ovan, du siehst ja selber, dass es solche kranke Leute gibt. Dass es diese Satanismus gibt, diese Illuminaten gibt, die alles hier, die Welt komplett regieren. Das siehst du ja selber. Wusstest du, dass Orthodoxen sich sogar darüber lustig machen? Es gibt ja welche dafür, die sagen dann so, ach, das ist Verschwörungstheorie und sowas. Was ist das denn? Oder bitte nicht die Konfektion. Bitte nicht überprüfen. Deswegen war die Bibel für mich der letzte Schlüsselstein, wo ich gesagt habe, also die meisten Menschen werden auf die Verschwörungen hier verrückt. Und ich sage dann immer, es gibt ja auch das Gute. Ich sage, schau, dadurch erkennt ihr, dass der Teufel auf der Welt agiert. Jetzt greift zur Bibel, die erklärt das und bringt auch die Hoffnung. Weil die meisten haben ja Suizid begangen, sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Und dann brauchen die die Bibel, die dann auch sagt, was sie im Verborgenen machen, nur ständig ist zu erwähnen und so Dinge. Und viele sind eigentlich durch diese Erkenntnis, dass die Illuminaten tatsächlich agieren und diesen Teufel erkannt hat, den sie anbeten, habe ich gesagt, ihr seht ihr, wenn es den Teufel gibt und die ganzen Stars, diese ganzen Musikvideos, diese satanischen, das ist ja keine Show mehr, die machen da wirklich alte Rituale und die Leute feiern es, dann gibt es auch einen Gott. Die verwerben das nicht mehr. Aber Aris, aber Aris, die können nicht mehr zurückkehren. Wenn die die komplette Erkenntnis bekommen, können die nicht mehr zurückkehren. Das ist doch der Ziel des Teufels, wie es in der Bibel steht. Na, hundertprozentige Weitkern, hundertprozentige Ablehnung, zack, du bist raus und kannst nicht wieder zurückkehren. Du hast den Heiligen Geist verlästert. Deswegen können die nie wieder zurückkehren, das geht gar nicht. Achso, nein, ich meine die Menschen, die erkennen, dass das real ist. Achso, achso, ja, ja. Ja, also ich helfe den Leuten zu erkennen, dass das stimmt mit den Illuminaten und den Teufeln. Das mache ich auch in meinen YouTube. Und dadurch haben dann alle, oder ziemlich viele, zur Bibel gegriffen. Ja, und so kann man auch zum Glauben führen. Du bist ja wie Bruder Reza, also, und der hat... Der Bruder Reza macht das seit 20 Jahren. Ja, ich war damals auch so. Ich habe mein Fame, alles abgelegt. Und... Und du warst Fame? Arbeite auch schon seit 10 Jahren. Ja, ich war auch mal Fame. Ja, was heißt Fame, so 20.000 oder Millionen? Ja, schon durch Österreich, so sage ich mal. Also, ich war damals so parallel zu Sie's. Ich war so ein Ex-Fitness-Model-Idol in meinem Land, Österreich. Achso, ja. Und ja, jeder hatte sehr viel Neider und ständig Straßenkämpfe. Und das ist eigentlich schon ein Leben, das jeder wollte. Aber ich habe das alles abgelegt, weil ich erkannt habe, dass das real ist. Sind die Leute nicht zu dir gekommen? Und wollen die auch nicht einen Vertrag geben? Nein, also ich habe keine Firmen geleitet oder so. Ich hatte einfach nur ein krasses Leben. So Süß-mäßig. Ja, so wurde ich genannt. Out-Transition. Na, okay. Aber warte, wie süß. Warte, ist das nicht von so einem Typ hier richtig bekannt wurde? Dieser Typ? Dieser... Ja, wie man hat sich das gemerkt? Genau, ja. Also, ja, ich habe... Ja, süß. Genau. Der war doch bestimmt drin. Der war ja komplett für ihn. Der hat doch die komplette Bodybuild-Szene neu revolutioniert. Wegen dem machen die sogar die Musik noch an, wenn die Bodybuilding anmachen. Also diese Vorstellung und so weiter. Süß. Der ist ja richtig, richtig bekannt. Aber der ist gestorben sehr früh. Ja. Und ich war dann so in diesen Clubs hier quer durchs Land und die haben mich überall gekannt. Und ja, sie haben gesagt, ich bin die österreichische Version davon. Achso, du bist die österreichische Version. Ja, okay. You Mirin? Genau. You Mirin. Alter. Die haben dich jetzt erkannt. Du bist Mirin. Na, You Mirin war so der typische Spruch und dann diese Pose. Achso. Ich kann es euch in die Kamera machen, wenn ihr wollt. Dann glaubt ihr mir. Ich glaubte schon, dass du das sagst. Keine Ahnung. Wer will es sehen? Nein, ich wärt's. Ja, mach mal. Okay, ne. Also ich kann auch meinen Waschbärbauch zeigen, wenn ihr wollt. Schnellen Berater. Waschbärbauch. Welche Sachen will ich nicht. Welche Sachen will ich nicht. Hier wird das Wort Gottes hier verbreitet. Ja, genau. Aber das war mein Zeugnis. Also war gleichzeitig interessant, glaube ich, zu erwähnen. Ja, das ist ja, wenn das dein Zeugnis ist, ist es dein Zeugnis, ne. Das ist ja wieder was anderes. Ach, Aris, du warst ja heute bei mir drinnen. Du hast ja das Video gemacht. Ich hab mir das angeschaut. Das war echt gut. Ja, hast du was für uns lang geschnitten? Ja, Aris, ich will's mir später auf jeden Fall anschauen. Ja, schau euch das nicht. Leute, bitte. Ich hab Training gelacht. Ich hab fast gekotzt beim Lachen. Ich konnte es nicht mehr. Aber nachher kam dann die schockierenden Szene. Bruder, wir haben 200 Leute hier. Mach mal ein bisschen Werbung für das Video, dass die Leute auch auf deinen YouTube-Kanal abonnieren und das Video liken und teilen. Bruder, das schießt. Ich bin minutenlang auf dem Video, aber ich sag nichts, weil ich nicht zum Sprechen gekommen bin. Hast du? Warte, Bruder. Willst du groß gemacht werden? Willst du es zeigen? Ja, der Link. Ah, das muss auf jeden Fall, oder Urban, schicken wir mal das Link per Telegram, dass ich mir später anschauen kann. Okay. Ich werd mir auch mal an... Ja, also in der Story-Abyss, ich hab's dann hier gepostet, hier im Profil, als Trailer. Ja. Die Link ist in meinem Profil, in den Kommentaren, oder auch Story. Wenn man eingibt, verbotene Wahrheit, TikTok, das reicht. Dann kommt die Debatte. Ja. Aber das war ja, wo ich mir dann mit Hamdi da geredet hat und Ami und so. Das meinst du, oder? Ja, du und Urban, der Zwerg, ihr habt wirklich vernichtet. Welcher Zwerg? Ich war ja auch fair. Weißt du, ich hab auch die Liebe und Hadith, Hamdi und Joker auch reden lassen, aber gleichzeitig mit Widerlegung. Ja. Ja. Ja, der Joker, der ist sowieso eine Katastrophe. Genauso wie Libis Hadith. Der hat ja zugegeben, dass das Kinder sind und hat kein Problem damit. Der ist ja komplett weg von dieser Welt. Und genau wie Hamdi, der ist ja nur auf dem Schreien aggressiv werden. Der Hamdi hat ein Video gegen mich gemacht, soll er machen. Der hat einfach geschrieben, wie er es wollte. Und tut so als Interviewkönig gemacht. Ja, man, wir müssen das sehen. Ihr müsst das sehen, ich hab gekotzt beim Wachen. Ich bin erstickt. Wo haben die dann? Ja. Okay, geil. Jetzt müssen wir schön wieder den Herrn Jesus verkündigen. Viele haben jetzt die Aufdeckung gesehen. Jetzt muss auch der Herr Jesus verkündigt werden. Und deswegen sage ich auch, meine Lieben, ihr müsst jetzt von neuem Geboren werden. Ihr müsst die Bibel lesen am besten, damit ihr was versteht. Aber das Beste ist, geht ins Gebet, fragt Gott, wer bist du? Und ihr werdet es erkennen. Und wenn ihr ihn annimmt, so seid ihr schon gerettet. Ohne ein Wissen seid ihr schon gerettet. Weil wenn ihr nur Jesus als Gott seht und ihn annimmt, dass er von euch gestorben ist, eure Alters ihm wegschmeißt und es ihm beginnt mit den Herren, so seid ihr von neuem geboren. Die Annahme bringt dich im Paradies. Und wenn ihr das nicht tut, dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Bruder Riese, erzähl mal so ein bisschen aus dem Alten Testament auf den Jesus hin. Ja, ein bisschen nutzen. Die Chance gerade, wenn welche drin sind. Ja Bruder, ich muss kurz raus. Ich muss kurz raus. Wirklich jetzt. Ach so. Ja, ich bin in 10, 15 Minuten wieder da. Alles klar. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ich würde noch kurz erwähnen, warum Jesus vielleicht kommen musste, dass die Muslime überhaupt verstehen. Ja, das erkläre ich mal. Ich erkläre mal. Ja, ja. Warum ist Gott eigentlich Mensch geworden und haben dann ein Neuen Testament deswegen auch bekommen? Dann müssen wir verstehen, das Alte Testament. Warte mal. Das Alte Testament. Was war das denn? Beim Gewinnspiel? Die oder wie? Also das Alte Testament, na, musste erfüllt werden. Da waren Prophezeiungen auf den Herrn Jesus Christus und der Messias wird ja kommen. Und Gott muss ja das ganze Alte Gesetz, also der Mensch, muss komplett die 613 Geh- und Verbote erfüllen, damit jemand dann geopfert werden kann. Und damit wir dann befreit sind und mit den Gestorben sind und wieder neu auferstanden sind. Weil dann sind wir durch den alten Gesetz gestorben und wieder auferstanden und bekommen einen Neuen Bund. Jeremia 31, Vers 31 wird der Neue Bund in den Alten Testament sogar prophezeit. Jesus Christus, Lukas 22, Vers 20 ist erfüllt. Das ist mein Kelch, das Blut, was ich vergießen werde, den Neuen Bund, den ich euch geben werde. Und da sehen wir es. Wir haben den Neuen Bund bekommen. Ja, und deswegen haben wir dann das Neue Gesetz. Also sind dann im Neuen Testament. Das ist eigentlich ganz einfach. Wer seinen Nächsten lebt, erfüllt er automatisch auch das ganze Gesetz. Warum Opferung? Warum nicht anders? Der Herr hat immer aus der ganzen Bibel, Alten Testament, der Tanach, der Juden, der Zeitung repräsentiert, dass es immer Opferung gab für die Sühlung der Menschen. Beispiel, ein Lamm. Das steht in der Tora. Es gab so viele Opfer, Rituale dafür. Also du musst verschiedene Sachen machen. Einmal ein Jahr, einmal pro Woche, einmal so. Und da hat der Herr viele Gesetze herabgesandt und machen lassen. Und dieser Lamm symbolisiert das Unschuldige, Makellose. Es muss auch makellos sein. War auch sehr wichtig. Kein Gebeinbruch oder behindertes Lamm. Sondern es muss wirklich makellos sein. Und dann sollte es geopfert werden für den Herrn. Weil Blut muss verlangt werden für die Sünden. Warum? Blut schenkt Leben. Blut gibt Leben. Muss jemand nochmal rausmachen? Ich höre alles doppelt. Achso, okay. Schick dann wieder eine Einladung. Schick wieder eine Einladung, Fio. Kein Problem. Und wir sehen, Blut schenkt Leben. Kennt ihr das? Bluttransaktion. Blutspende, Entschuldigung. Blutspende. Ja. Das schenkt Leben. Es rettet Leben. Und wir wissen, dass es Blut Leben gibt. Und da sehen wir auch noch ganz klar, es muss jemand bezahlen für deine Sünden. Jemand muss bezahlen. Das ist gerecht. Es hat Müll gemacht und jemand muss jetzt für den Müll gerade stehen. Und der Herr hat dann ein Opferblut verlangt, also ein Opferlamm, hat es getan. Wer ist unser ewiges Lamm gewesen, der für unsere ganzen Sünden gestorben ist? Jesus Christus. Man nennt ihn ja in Offenbarung sogar das Lamm Gottes. Er ist für uns gestorben, auferstanden, dass wir befreit sind. Bei wie lange bist du den Alten Bund gebunden? Also den Alten Testament? Solange der Mensch lebt. Wie kannst du befreit werden? Indem du stirbst. Wir sind mit dem Alten Bund gestorben. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir mit ihm zusammen gestorben und auferstanden. Und so sind wir in einen neuen Bund eingegangen. Römer Kapitel 7 Vers 1 bis 6 empfehle ich jeden einzeln zu lesen. Römer Kapitel 7 Vers 1 bis 6. Da ist die komplette Antwort. Und da wird ein menschliches Beispiel genannt. Wie lange ist die Frau dem Mann gebunden, bis der Mann stirbt? Dann ist sie eine Witwe. Man hat das Recht, einen neuen Mann zu heiraten, ohne Ehebruch zu begehen. Und so ist es auch mit dem Alten Bund. Wie lange bist du gebunden? Bis du stirbst. Und wenn du dann gestorben bist, darfst du in deinen neuen Bund eintreten. Und Jesus ist für uns gestorben. Ja, kein Problem. Erzähl. Worum geht es denn um welches... Also worum geht es jetzt gerade? Ich bin jetzt nur kurz dazu gekommen. Weil ich sehe die Kabat, also auf dem Bild. Und dann steht da Muslime kehrt... Was? Kehrt zurück? Oder ich kann das nicht lesen. Kehrt um. Jemand ist da oben. Ja, siehst du gerade nicht, weil es so viele oben sind. Er kehrt um. Bevor es so spät ist, Jesus ist Gott. Aber was meinst du damit, ein Muslime kehrt um? Also, dass wir... Jetzt musst du lieber den Herrn Jesus Christus annehmen. Bevor die natürlich in die ewige Hölle gehen. Weil nach dem Tod, wenn der jüngste Tag da ist, dann gehst du natürlich in das Paradies oder in die Hölle. In die Gehenne und in die Gehenne. Und natürlich möchtest du ins Paradies. Und wenn du im Paradies sein möchtest, musst du den Herrn Jesus annehmen. Weil Jesus sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer Jesus nicht annimmt, der ist verloren. Weil der hat für dich bezahlt. Und Gott schenkt dir dann noch Gnade. Bedeutet, er vergibt dir und bezahlt deine Sünden. Ich sag dir jetzt was. Ich verstehe vollkommen. Bist du Christ oder was bist du? Genau, ich bin Christ. Ein Namenfolger des Herrn Jesus Christus. Nein, alles gut. Ich respektiere dein Glauben bei Gott. Ich respektiere jeden Glauben. Also ich bin Moslem. Also ich wollte nur halt wissen, was du damit gemeint hast. Also ich muss mich nicht bekehren. Ich will nur einfach wissen, was los hier war. Und jetzt hast du es mir erklärt. Und ich danke dir. Du warst sehr nett, sehr freundlich. Und ich akzeptiere deine Religion. Aber ich bin hier falsch am Platz. Sorry. Nein, nein. Wir können über dein Glaube reden. Das ist ja kein Problem. Ach so, ich dachte... Ja, wir können über dein Glaube reden. Nein, nein, nein. Dafür bin ich ja da. Fio, Fio. Ich sehe dein Profil. Ich sehe jetzt nicht ganz genau. Aber ich sehe, du hast jetzt kein Hijab an oder Kopftuch. Ja? Nein, ich zwar kein Kopftuch. Genau. Und du zupst auch Augenbrauen? Nein, ich zupf keine Augenbrauen. Ach so, ich zupf keine Augenbrauen. Ach so, ich zupf keine Augenbrauen. Das sind meine eigenen Augenbrauen. Und ich bin auch... Also ich habe nichts an mir gemacht. Das ist so, wie Allah mich schuf. Okay. Niemals Gesichtsbehaarung entfernt. Niemals irgendwas. Schnurrbart, so. Weißer Damenbart. Kennt man ja. Ich habe keinen weißen Damenbart. Also ihr seid echt amant, Bruder. Ihr seid echt amant. Also... Ja, ich bin schon... Ganz ehrlich. Und wenn auch, ne. Guck mal. Ich sage immer eins. Es ist mein Glaube. Und das, was zwischen mir und Allah ist, das interessiert null. Jemanden. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, dich zu verurteilen, Fio. Darum geht es. Ich warte, warte, meine Lieben. Es geht niemals darum, einen Menschen zu verurteilen. Es geht... Wie bitte? Ich will nur sagen, ich will mich verabschieden. Ah, okay. Gottessieger. 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 Guten Abend euch. So, Gottessieger. Ähm, was würde ich sagen? Äh, ach ja. Wir sind nicht hier, um einen Menschen zu verurteilen. Da sind wir nicht, Fio. Wir sind alle Sünder. Das würde ich dir jetzt schon vorab sagen. Ich will dir jetzt nur zeigen, warum ich nicht mal in den Islam glauben kann. Das würde ich dir jetzt nur zeigen. Was der Islam über Frauen sagt und wie er die Frauen behandelt. Das würde ich dir nur zeigen. Ich will dir nicht verurteilen. Du bist doch eine Sünderin, wie ich auch ein Sünder bin. Wir sind alle Sünder. Wir sind doch nicht perfekt. Na? Natürlich sind wir nicht perfekt. Natürlich sind wir nicht perfekt. Nobody is perfekt. Ja, und deswegen will ich dir aber was zeigen. Ich will dir wirklich was zeigen und das wird dich schocken, Fio. Weil ich glaube nicht, dass du diese Stellen kennst. Das wird dich wirklich schocken. Oban. Oban, hörst du mich? Oban. Ja, Oban, was ist mit einer Frau, wenn die kein Hijab trägt? Was passiert, laut Allah? Eine Frau, die kein Kopftuch trägt, geht 500 Jahre in die Hölle. Eine Frau, die Parfüm trägt, wird den Geruch der Hölle nicht mehr, den Geruch des Paradieses nicht riechen. Eine Frau, die ihr Gesichtsbehaarung entfernt, wird von Allah verflucht. Eine Frau, die nicht mit ihrem Mann ins Bett möchte, wird Allah bis zum nächsten Morgen verfluchen. Drei Engel schickt, ja. Dann wird sie bis zum nächsten Morgen die verflucht. Und dann gehe ich sogar auf eine Koranstelle ein, mit Surah 4, Vers 34. Kennst du diese Koranstelle, Fio? Oder vielleicht kennst du die ja, kann ja sein. Also, ich sag dir, wie es ist, ne? Ich sag dir, ich bin noch, wie sagt man, ich bin gerade dabei… Zu lesen. Ne, ja, auch zu lesen, aber es ist halt ein schwerer Schicksalsschlag bei mir passiert, wo ich wirklich… ein sehr, sehr schwerer Schicksalsschlag, wo ich erstmal selber an Glauben an die Menschheit verloren hatte. Ja, ich bin ehrlich. Und ich musste mich jetzt erstmal selber wiederfinden und ich habe mich wieder selbst gefunden. Aber mit der Hilfe von Allah, der war immer an meiner Seite und der hat mich auch wieder zum Leben erwacht. Also kann man so sagen. Und ich bin gerade dabei, auf jeden Fall den Koran zu lesen. Und ich will das auf jeden Fall… Ich mach das auf tiefstem Herzen. Und wie gesagt, wenn ich bereit bin, einen Koran zu tragen, dann ist das zwischen mir und Allah und auch meines Herzens und nicht gewollt. Also nicht gezwungen. Ich mach's freiwillig. Ich mach's freiwillig. Nee, nee, nee. Darum geht es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist gezwungen. Darum geht es nicht. Ich weiß, dass das im Islam, ähm, ähm, dass das dazu gehört, dass das eine Pflicht ist, dass man ein Kopftuch trägt. Das weiß ich. Aber jetzt geht es auch nicht mehr darum sogar richtig. Es geht jetzt um etwas ganz anderes, Fio. Wusstest du, dass laut Islam, ja, darf dein muslimischer Ehemann dich schlagen? Wenn der nur befürchtet, wenn du nicht Allah gehorsam bist, er muss es nur befürchten. Und er darf sie schlagen. Da steht drin, im Koran, Sura 4, Vers 34, er mahnt sie, meidet sie im Ebed und schlagt sie. Und ein Tessir erklärt das auch so. Zum Beispiel, Ibn Kathir, das ist die Erklärung des Korans. Ibn Kathir kann man nicht ablegen, weil das ja, Ibn Kathir, die Imame lernt sogar dazu. Guck mal, was da steht. Das habe ich extra gescreenshottet. Und der erklärt, Sura 4, Vers 34, so. Männer sind die Beschützer und der Halter der Frauen. Weil Allah einer von ihnen dazu gebracht hat, die andere zu übertreffen. Und weil sie von ihrer Mitte zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenden Frauen Quantität und bewachen in die Abwesenheit ihres Mannes. Was Allah ihnen befehlt, zu bewachen. Was die Frauen betrifft, ich höre genau zu. Was die Frauen betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen. Ermahne sie, sie lassen sie in ihren Betten zurück und schlagen sie. Aber wenn sie zum Gehorsam zurückkehren, suche sie nicht nach einem Mittel gegen sie. Wahrlich, Allah ist immer der Allerhöchste, der Größte. Okay, ich weiß, du hast mir das jetzt vorgelesen. Also, und es ist halt aber trotzdem immer noch so, dass ich, das wird immer mein Glaube sein. Und bis ich unter der Erde liege oder bis ich die Chance habe, ins Paradies zu kommen, inshallah, wie ich hoffe alle Muslime hier. Ja, aber du hast nichts mit deinem Glauben zu tun, weißt du das? Oh ja, wer bist du, dass du mir das sagst? Das ist mein Glaube, wen juckt dein Glaube? Ganz ehrlich, es ist mein Glaube. Wenn ich hundertprozentig dahinter stehe, dann bist du, Hans-Peter Wolf Jürgens, ein stiller Punkt. Sie ist Muslime, Sie ist Muslime, Sie ist Muslime, Sie ist Muslime. Ich bin Moslem und ich werde auch Moslem sein bis zum letzten Abend. Das ist mir doch scheißegal, wenn du mir das sagst, ob ich 500 Jahre gesichert habe. Aber bist du Allah, also ganz ehrlich, bist du über mir? Nein, nur Allah kann das sein. Allah ist über mir, kein anderer Mensch ist über mir. Und genau Allah sagt es dir, verstehst du das nicht? Ja, Abdullah, wo denn, steht er vor mir, neben mir, über mir? Weißt du was, wo Allah war? Allah war neben mir, wo mein Schwestern und meine Schwestern. Und du bist auf einmal abführend. Ich dachte, du warst voll lieb, ey. Du bist auf einmal, auf einmal zeigst du deine islamische Seite oder wie. Hast du gehört, Allah war an meiner Seite, wo ich meine Schwester zu Grabe getragen habe. Da war Allah an meiner Seite. Und bei Gott, ich spüre, es gibt keinen Besseren als ihn. Einfach. Geilen, keinen Besseren. und ich, und ich werde Ja, ja, alles klar, eine Frau, die geschlagen, nein, 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 langsam, nein, 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 langsam kann ich hier sowas nicht anhören. Also eine Frau, die geschlagen werden darf, ja, das ist richtig, das ist moralisch verwerben, das ist moralisch richtig, also der Mohammed, der größte Frau, guck mal, jetzt geht sie raus, der Mohammed, der ein Kind penetriert hat, ja, also beziehungsweise Geschäftsverkehr mit ihr hatte, aber sie keine Meditation hat, das ist richtig, ich weiß, Allahs Bein ist richtig, Allahs Bein ist wahrhaftig. Oder wenn eine Frau den Mann das Bett verweigert, werden die Engel sie verfluchen bis zum Morgen kommen? Ja. Ja, das ist nicht wahr. Wo der Oberste, weißt du, die Quelle dazu, oder? Ja, ich weiß, die Quelle dazu, aber ich hab grad meinen PC nicht an. Ich verstehe, aber da steht drin, das hundertprozentig steht das dran. Habt ihr gemerkt, wie sofort dieser Geist rauskam, sofort? Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, ich meinte, dass, dass die allgemein ... Die meinen, dass wir holen und die greifen uns an. Ja, ich meinte allgemein, als Person hat sie nichts mit dem Glauben zu tun, weil sie sah ja auch nicht aus wie eine Muslime. Ja, die Willkommar, und dann wird sie den Herrn Jesus Christus eines Tages stehen und sagt, aber ich dachte, du bist aller Schienbein. Das sagt dann rein. Dann ist dann die Hölle groß. Aber wir wollen ja nicht, dass die Hölle geht. Die soll doch sich bekehren, die soll doch ein offenes Ohr. Aber wer seine Ohren zuhält und seine Augen zuhält, dann kann man auch nicht mehr helfen. Ein blinden Mensch kann man auch nicht mehr helfen. Dann tut man auch rein. Lass mir den Nächsten auch. Vielleicht wird der ein bisschen ... Ich wollte nur eine Sache kurz ansprechen, wenn ich darf. Ja, gerne. Und zwar habt ihr ja auch eben ganz kurz über das Thema Opferung im Alten Testament oder so, habt ihr angesprochen, ne? Ja. Und ich lese ja auch gerade die ersten Bücher Mose und da geht es ja auch ganz viel um Opferung. Und da wurde mir irgendwie eines klar, wenn man sich so alte Dokumentarfilme anguckt, von irgendwelchen Leuten, die im Dschungel leben, dass die ja auch schon so Dinge geopfert haben. Dass man mitbekommt, dass diese ganzen Stämme, die irgendwo auf der Welt verteilt sind, auch irgendwie opfern. Und da habe ich mich immer gefragt, warum machen die sowas? Warum machen die sowas, ne? Selbst die haben irgendwie so ein ... Irgendwas in sich, die, ja, die dazu anregt, irgendwie Gott was zu opfern und ihm wohlgefällig irgendwie was darzulegen, ne? Das ist interessant, oder? Ja, das ist interessant, weil die haben alle noch nie die Bibel gelesen. Warte, Danny fragt, ob ihr rüberkommt. Ja, gerne, ich komme gerne rüber. So, kein Problem. Aber der Bruder, Danny hat keinen Livestream an. Der hat keinen Ahnung. Wie soll ich rübergeben, wenn er keinen Ahnung hat? Was kannst du da beweisen? Warte, Osmani, können wir gleich alles reden. Pavlos, Danny fragt, ob wir rüber ... Ja, wo ist der denn das Team? Bei mir steht der jetzt gar nicht on. Warte mal. Ach, da ist der. Jetzt sehe ich das. Ja, meine Lieben, wir müssen das fortsetzen. Also, kurzes Gespräch mit Olli. Ja, Olli, es ist so, ne? Der, lass mich jetzt nicht lügen. Ja, die Teufels, also die Diener des Teufels letztendlich, die kopiere immer Gott. Immer. Ja, und das ist immer ein Verweis tatsächlich darauf. Die wollen die immer kopieren und dann das Schlechte sogar draus machen. Verstehst du? Und ich das Gerechte noch draus machen. Ja, und das ist Katastrophe, weiße. Meine Lieben, wir müssen jetzt bei Bruder Danny weiter. Ich schmeiße jetzt alle raus. Geht alle bei Bruder Danny rein. Ich mache jetzt was. Meine Lieben, könnt ihr in Chat sagen, Bruder Danny soll kein Gast hochheben, dass ich hosten kann und dann alle Zuschauer bei ihm reingehen und dann haben wir direkt 400, 500 Zuschauer sofort. Bitte, sagt einmal Bruder Danny Bescheid. Wo ist der? Kann ich den hosten? Bruder, wir müssen eine Match machen, bitte. Der Gewinner muss Spenden geben. Ja, okay, komm. Und dann komm rüber. Wie viele Zuschauer hast du? 200. Leute, alle tippen und alle liken. Ich habe jetzt 300, 300, 300. Leute, teilen, 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 teilen. Ich habe das gar nicht erwartet, ey. Ich habe das gar nicht erwartet, ey. Teilen, teilen, Leute. Ich gehe gerne, ich bin an Spenden. Spenden, 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 Leute, für Kneipe. Spenden. Warte, 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 ich muss auch noch das Bild nutzen. Warte, ich muss dieses, guck mal, Bruder, welches Bild ich jetzt nutze, guck mal. Na, bitteschön. Warte, ich will einmal was vorlesen. Alle, alle, alle. Warte, ich will einmal was vorlesen. Muslime, es geht hier um die Ewigkeit. Ihr geht verloren. Muslime, wollt ihr verloren gehen? So, ich lese euch vor. In Markus 16, 500. Alle, tippen und spenden, Leute. Geht hin in aller Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, passt auf. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wollt ihr verdammt werden? Ihr geht freiwillig in den Feuersee? Ist das euer Ernst? Freiwillig? Wie kann man nur freiwillig in diesen Feuersee gehen? Nee, kann man nur freiwillig. Das ist so heftig, ne? Jesus ist Gott, meine Lieben. Jesus ist die Wahl. Jesus sagt. Leute, Sugar-Omi. 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 Bei mir ist mein Drei, ne? Alle, alle, alle. Danke, Leute, Walla. Walla, danke, danke, Leute. Aber das kriegt ihr gleich alles in den Schatztrum zurück. Ihr kriegt das gleich alles zurück, Leute. Ich hau jetzt wieder einen Schatztrum raus. Ihr kriegt das alles zurück. Walla, danke, Leute. Walla, danke. Danke, danke, Leute. Alles, mein Drei. Die TikToker sich hier fühlen heftig, ey. Wir machen, ey, warte, Pavlos. Wir machen Bestrafung. Wir machen mit Bestrafung. Verlierer, Verlierer kämpft gegen einen 30 Meter à la Conda mit verbundenen Augen. Verlierer auf dich. Verlierer kämpft gegen einen 1,1 Conda à la Conda 30 Meter mit verbundenen Augen. Verlierer. Verwundenen Augen. Alles doppelt, doppelt, doppelt. Verlierer geht, geht, sparen. Nein. Verlierer, äh, nein. Alles doppelt, bitte. Danke, danke. Alles mal drei. Mal drei Leute, tippen, tippen, tippen. Kommst du jetzt rüber? Ich wollte zu dir rüber gehen. Ich wollte, dass alle Zuschauer bei dir reinkommen. Okay, dann, ja, okay. Ich hab jetzt auch so knapp. Mega, lass es doch beenden, ne? Lass es doch beenden. Lass den Herrn in der Zeit jetzt verkündigen. Nein, warte ganz kurz. Ich will die Spenden wieder verteilen. Warte, ich will, dass die Spenden verteilt werden. Ich will alles, was wir jetzt bekommen, will ich in Schatz truen. Walla, danke. Danke, 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 Leute. Schickt. Danke, danke, Leute. Schickt Universität. Ja, zum Universum. Leute, alles, was ihr mir gebt, mal fünf. Ihr kriegt das alles zurück. Ihr kriegt das alles zurück, Leute. In Schatz, ich gebe euch das alles zurück, Leute. Die geben jetzt Gas bei mir. Die geben jetzt Gas. Die snipen jetzt alle. Die schicken jetzt Universum. Schicken Kreditkarte rein. Alles. Ich habe ja gerade gelesen, in Markus 16, habe ich ja gerade gelesen, Vers 15. Und er sprach zu Ihnen, geht hin, in aller Welt. Wir haben einen Auftrag bekommen von dem Herrn Jesus Christus. Danke, dass wir das Evangelium erstens der ganzen Schöpfung verkündigen sollen. Egal wer. Das spielt auch keine Rolle. Die Hausfrau spielt keine Rolle. Egal, was du getan hast. Wir sollen das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und darum verkündigen wir auch den Menschen das Evangelium. So, deswegen sage ich das Wort Gottes, wer glaubt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, was haben die dir gegeben? Die hat mir so ein, ich weiß nicht, so ein Schild gegeben. Alles wird gespendet. Es wird alles zurückgegeben. Wir geben das den Einrufe rein. Also auf jeden Fall das Wort Gottes sagt, also wer glaubt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und ich sage dir, es wird ein schreckliches Gericht über dich kommen. Und ich habe damals auch nicht geglaubt. Und wäre ich so in den Tod gegangen, ich wäre in den ewigen Feuersee gelandet. In den ewigen Feuersee. Danke, 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 alle, alle. Danke, danke. Verlierer kämpft gegen 30 Meter Alaconda mit verbundenen Augen. Verlierer kämpft gegen vier Vogels. Warte, Strafe, erst, guck mal. Verlierer kämpft gegen einen 30 Meter Alaconda mit verbundenen Augen. Oder du springst vom Helikopter, machst 6000 rückwärtsrollen. Warte, warte. Ja, warte, du lass. Oder dritte Strafe ist, ein Monat im Bulli-Leben. Du hast verloren. Der findet die Verlierer schon, macht er erst, wenn er schon entschieden ist. Und dann gibt er uns alle rein. Ein Monat im Bulli-Leben. Oder, ne. Weiß man. Helft dich, ey. Warte, ich krieg ne Frage. Darf man eingeäschert werden? Also der Herr sagt nichts darüber, aber warum soll man den, danke aller allem, warum soll man Dings einäschern, also den Menschkörper. Lass die Toten die Toten sein. Danke, Leute. Und nichts damit zu tun haben, mit diesem Weltlichen. Ganz normale Begrabung machen. So, ich geb euch jetzt. Also ich werd das gleich. Alle Zuschauer, geht bei denen rein. Geht alle bei denen rein. Alle reingehen, meine Lieben. Geht bei Bruder Danny rein, weil ich beende ja den Stream. Ich komm bei ihnen rein. Alle rein. Ich möchte null Zuschauer sehen. Null. Meine Lieben, null. Danke bei den Herren, Beber. Null möchte ich sehen. Geht doch mal bei mir mehr rein. Die müssen doch bei dir reinkommen. Ich wollte einmal ganz kurz was über diesen Per Vogel nochmal sagen. Hast du das Video gesehen, wo die ihn so gefragt haben, mit Himmel, so, also, was macht das jetzt? Verlierer muss, äh, muss Hans in die Toilette rein. Nein. Nein. Das ist keine Strafe. Das sind Kinderstrafen. Oder würd ich auf TikTok Match machen? Ich würd richtig brutale Match, so, Bestrafung machen. Du würdest sagen Banshee Jumping oder so? Nein. Nein, also es muss schon harte Bestrafung sein. Verlierer muss eine Woche als Baby rumlaufen. Als Baby? Du kommst auf Sachen, ne? Verlierer, Verlierer, Verlierer muss so eine Maske wie Per Vogel haben und eine Woche so rumlaufen gehen. Leute, bitte tippen, tippen und auch liken, Leute. Ja, auf jeden Fall, ich wollte einmal was sagen. Er hat ja sich so wittlich gemacht. Hast du das gehört in diesem Video, wo er dann sagt, äh, mit, äh, Paradies im Himmel, äh, der lebt, äh, also so Paradies im Himmel und dann hat er so gesagt, ja, was wollen wir denn, äh, so wie ich das jetzt gehört hab, im christlichen Himmel? Sollen wir da Hafe spielen oder was? Der macht sich lustig über den christlichen Himmel. Ja, 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 weißt du, was Per Vogel doch gesagt hat? Der so, weil einer hat gefragt, darf man SCX im Paradies haben? Ja, ja, ja. Der, 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 der sonst machen, sagt der. Da lächelt der dabei, weil er an seine 72, äh, Jungfrauen denkt im Paradies, ne, mit allers Bein zusammen. Aber kommt dir das nicht vor wie so ein Genie-Gott? Jetzt sei mal ehrlich, ist es nicht wie so ein Genie-Gott, wo du dann Waller-Danke für den, äh, Mütze, danke, äh, für die, für den Kauf. Jetzt kommt's, warte, noch nicht spenden, noch nicht spenden, Leute. Jetzt mal zwei, mal zwei. Kommt das auch bei dir nochmal drei, mal zwei. Das ist Sport, ne, du weißt. Das ist der Herr, warte mal ab, was der Herr Jesus mit ihm machen wird. Naja, weil du musst bedenken, das ist richtig heftig, ne, darf ein SCX im Himmel haben. Ja, 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 was soll man sonst machen? Das ist wie Genie, das ist, das ist absolut schlimm, sowas. Absolut schlimm. Eines Tages, er wird ja seine Packung bekommen. Dann werden wir mal sehen, ob er dann auch Allahs Belohnung bekommen hat. Und dann wird er 72 Dämonen bekommen und dann in den ewigen Feuer sehen. Und dann kann er eine junge Jahre darüber nachdenken, was er da eigentlich getan hat. Das wird er bekommen. Warte, Bruder Danny, warte. Warte. Kennst du den hier noch? Warte, kennst du das noch? Heftig, ne? Ja, hast du das gesehen mit Barello? Barello Rothschild hat er sich genannt, ne? Hast du das gesehen, gell? Ja, Barello Rothschild, ne? Das ist doch heftig. Ey, bei mir war einer drin, Bruder Danny. Die Bruder Riese war auch dabei. Einer Toni, 1,5 Millionen Abonnenten hat er. War bei mir drin, ne? Ah, okay. 400 Millionen Klicks, ne? In einem Video. Der behauptet, er sei der echte, mit 11 Millionen Abonnenten. Das ist sein anderer Account angeblich. Ja. Und der Typ, ne? Hat alles, ich hab das aufgenommen. Der so, ja, wir trinken Blut und so weiter. Hat er alles zugegeben. Hat er das nicht gesagt? Der hat das so gesagt, frag Bruder Riese. Der hat detailliert geredet. Der kam an, ruf rein, er musste sofort raus. Ich schenk mir das, ich brauch die Aufnahmen. Ich schenk dir das, ich schenk dir das. Weil er kann sich auch ein Video, äh, ist der bekannt auf TikTok? Bekannt? Der ist weltweit bekannt. Waller, danke für die Brille. Danke, Waller. Nochmal alles teilen. Leute, doppelt, doppelt, doppelt. Seid nicht so geizig. Shoga-Omis, jetzt, letzte Minute. Go. Waller, danke, danke, danke. Was ist das? Zeig mal nochmal diesen Typen. Wer war das? Verlierer muss einen Tag neben ihm im Bett liegen. Leute, bitte alles teilen, teilen, Leute. Nochmal, komm. Zeig mal nochmal diesen Typen. Verlierer muss einen Tag neben ihm im Bett liegen. Häftig. Meine Lieben, ne, kehrt alle um zu den Herrn Jesus Christus. Und er ist die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, Johannes 14, 6. Deswegen empfehle ich euch, liest die Bibel. Liest wirklich die Bibel. Frag Gott, geht ins Gebet. Geht auf die Knie und sag Gott, wer bist du? Safe, und das ist alles TikTok. Das ist alles Show. Das ist TikTok sportlich. Und deswegen geht ins Gebet und ich werde Gott sehen und erkennen. Genau, Amen. Genau, Amen. Aber das Video will ich unbedingt sehen. Also das ist echt heftig. Meine Lieben, ne, nach dem Match gehen wir dann bei Bruder Danny alle rein und dann supporten wir richtig und dann wird richtig hier gepredigt. Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir richtig das Wort Gottes verkündigen. Ja, ich... Dann machen wir wieder diese Party, Bruder Danny und dann müssen wir wieder richtige Aufklärungsarbeit machen. Jemand hat sich die Mühe gemacht und die Best-Off geschnitten, wo wir doch bei dir waren und dann mit Hamdi und so alle debattiert haben, ne? Ich muss das noch anschauen. Jemand hat das gut geschnitten und alle wichtigen Teile gezeigt. Ja. Komplette Aufdeckung bis höchster Form. Bis höchster Form. Das ist heftig. Das ist... Ex-Katholic arbeitest du sonntags. Du darfst sonntags natürlich arbeiten. Wir haben ja nicht den Schabbat oder so. Ja, auf jeden Fall. Aber Gottesdienst war immer schon halt. Kannst du... Schick mir mal das Video, dann kann ich das gleich abspielen bei mir. Das... Ja, 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 warte. Dann beende ich jetzt. Meine Lieben, geht jetzt alle bei Bruder Danny rein. Alle rein, geht alle hundert, alle rein. Na? Ich schicke dir das direkt mit Telekom und dann können wir sofort mal alle rein. Bitte, meine Lieben. Bleibt nicht bei mir drin. Geht doch einfach rein bei Bruder Danny. Drücken und anschauen. Live drücken. Ja, okay. Ich will nur Zuschauer sehen. Dann breit dir einfach ab. Komm, ich mach jetzt aus. Ist gleich Bruder Danny. Müll gemacht und jemand muss jetzt für den Müll gerade stehen. Und der Herr hat dann ein Opferblut verlangt, also ein Opferlamm, hat es getan. Wer ist unser ewiges Lamm gewesen, der für unsere ganzen Sünden gestorben ist? Jesus Christus. Man nennt ihn ja in Offenbarung sogar das Lamm Gottes. Er ist für uns gestorben, auferstanden, dass wir befreit sind. Weil wie lange bist du den alten Bund gebunden? Also den alten Testament, solange der Mensch lebt. Wie kannst du befreit werden? Indem du stirbst. Wir sind mit dem alten Bund gestorben, wenn wir an Jesus glauben und mit ihm sind, dann sind wir mit ihm zusammen gestorben und auferstanden. Und so sind wir in einen neuen Bund eingegangen. Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6 empfehle ich jeden einzeln zu lesen. Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6, da ist die komplette Antwort und da wird ein menschliches Beispiel genannt. Wie lange ist die Frau dem Mann gebunden, bis der Mann stirbt? Dann ist sie eine Witwe und hat das Recht, einen neuen Mann zu heiraten, ohne Ehebruch zu begehen. Und so ist es auch mit dem alten Bund. Wie lange bist du gebunden? Bis du stirbst. Und wenn du dann gestorben bist, darfst du in deinen neuen Bund eintreten. Eine Frage ist für uns gestorben. Ja, kein Problem. Erzähl. Worum geht es denn um welches, also worum geht es jetzt gerade? Ich bin jetzt nur kurz dazu gekommen. Weil ich sehe die Kabat, also auf dem Bild und dann steht da, Muslime kehrt zurück oder ich kann das nicht lesen. Jemand ist da oben. Ja, siehst du gerade nicht, weil es so viele oben sind. Er kehrt um, bevor es so spät ist. Jesus ist Gott. Aber was meinst du damit, Muslime kehrt um? Also dass wir den Herrn Jesus Christus annehmen, bevor die natürlich in die ewige Hölle gehen. Ja, weil nach dem Tod oder wenn der jüngste Tag da ist, dann gehst du natürlich in den Paradies oder in die Hölle. In die Hölle und in die Hölle. Und natürlich möchtest du ins Paradies. Und wenn du im Paradies sein möchtest, musst du den Herrn Jesus annehmen. Weil Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer Jesus nicht annimmt, der ist verloren. Weil der hat für dich bezahlt und Gott schenkt dir dann noch Gnade. Bedeutet, er vergibt dir und bezahlt deine Sünden. Also ich verstehe vollkommen. Du bist wahrscheinlich, bist du Christ oder was bist du? Genau, ich bin Christ. Ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Also nein, alles gut. Ich respektiere dein Glauben bei Gott. Ich respektiere jeden Glauben. Also ich bin Moslem. Ich wollte nur halt wissen, was du damit gemeint hast. Also ich muss mich nicht bekehren. Ich will nur einfach wissen, was los hier war. Und jetzt hast du es mir erklärt. Und ich danke dir. Du warst sehr nett, sehr freundlich. Und ich akzeptiere deine Religion. Aber ich bin hier falsch am Platz. Sorry. Nein, nein, wir können über deinen Glauben reden. Das ist ja kein Problem. Achso, ich dachte... Ja, ja, wir können über deinen Glauben reden. Nein, 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 dafür bin ich ja da. Fio, Fio, ich seh jetzt dein Profil. Ich seh jetzt nicht ganz genau, aber ich seh, du hast jetzt kein Hijab an oder Kopftuch. Nein, ich trage kein Kopftuch. Genau. Und du zupfst auch Augenbrauen? Nein, ich zupfst keine Augenbrauen. Ach, du zupfst keine Augenbrauen? Das sind meine eigenen Augenbrauen. Und ich bin auch... Und ich bin auch... Also, ich hab nichts an mir gemacht. Das ist so, wie Allah mich schuf. Auch niemals Gesichtsbehaarung entfernt. Niemals irgendwas. Schnurrbart, so weiße Damenbart. Das kennt man ja. Ich hab keinen weißen Damenbart. Also, ihr seid echt amart, Bruder. Ihr seid echt amart. Ja, ich mach mal Platz. Ganz ehrlich. Und wenn auch, ne? Guck mal, ich sag immer eins. Es ist mein Glaube. Und das, was zwischen mir und Allah ist, das interessiert null jemanden. Nein, nein, nein. Es geht nicht darum, die zu verurteilen. Darum geht es. Ich warte, warte, meine Lieben. Es geht niemals darum, einen Menschen zu verurteilen. Es geht... Wie bitte? Ich will nur sagen, ich will mich verabschieden. Ah, okay. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Guten Abend euch. So, Gottes Segen. Was wollte ich sagen? Ach ja. Wir sind nicht hier, um einen Menschen zu verurteilen. Da sind wir nicht viel. Wir sind alle Sünder. Das würde ich dir jetzt schon vorab sagen. Ich will dir jetzt nur zeigen, warum ich nicht mal in den Islam glauben kann. Das würde ich dir jetzt nur zeigen. Was der Islam über Frauen sagt und wie er die Frauen behandelt. Das würde ich dir nur zeigen. Ich will dir nicht verurteilen. Du bist doch eine Sünderin, wie ich auch ein Sünder bin. Wir sind alle Sünder. Wir sind doch nicht perfekt. Natürlich sind wir nicht perfekt. Nobody ist perfekt. Ja, und deswegen will ich aber was zeigen. Ich will dir wirklich was zeigen. Und das wird dich schocken, Fio. Weil ich glaube nicht, dass du diese Stellen kennst. Das wird dich wirklich schocken. Oban, Oban, was ist mit einer Frau, wenn die kein Hijab trägt? Was passiert, laut Allah? Eine Frau, die kein Kopftuch trägt, geht 500 Jahre in die Hölle. Eine Frau, die Parfüm trägt, wird den Geruch der Hölle nicht mehr, den Geruch des Paradieses nicht riechen. Eine Frau, die ihr Gesichtsbehaarung entfernt, wird von Allah verflucht. Eine Frau, die nicht mit ihrem Mann ins Bett möchte, wird Allah bis zum nächsten Morgen verfluchen. Drei Engel schickt, ja. Dann wird er bis zum nächsten Morgen die verflucht. Und dann gehe ich sogar auf eine Koranstelle ein, mit Suche 4, Vers 34. Kennst du diese Koranstelle, Fio? Oder vielleicht kennst du die ja, kann ja sein. Also ich sage dir, wie es ist. Ich sage dir, ich bin noch, wie sagt man, ich bin gerade dabei... Zu lesen. Ja, auch zu lesen, aber es ist halt ein schwerer Schicksalsschlag bei mir passiert, wo ich wirklich ein sehr, sehr schwerer Schicksalsschlag, wo ich erst mal selber an Glauben an die Menschheit verloren hatte. Ja, ich bin ehrlich. Und ich musste mich jetzt erst mal selber wiederfinden. Und ich habe mich wieder selbst gefunden. Aber mit der Hilfe von Allah, der war immer an meiner Seite und der hat mich auch wieder zum Leben erwacht. Also kann man so sagen. Und ich bin gerade dabei, auf jeden Fall den Koran zu lesen. Und ich will das auf jeden Fall... Ich mache das auf tiefen Herzen. Und wie gesagt, wenn ich bereit bin, einen Koran zu tragen, dann ist das zwischen mir und Allah und auch meines Herzens und nicht gewollt, also nicht gezwungen. Ich mache es freiwillig. Ich mache es freiwillig. Ich weiß nicht, warum geht es nicht. Ich weiß nicht, warum du es gezwungen bist. Darum geht es nicht. Ich weiß, dass das im Islam, dass das dazu gehört, dass das eine Pflicht ist, dass man ein Kopftuch trägt. Das weiß ich nicht. Aber jetzt geht es auch nicht mal darum, sogar richtig. Es geht jetzt um etwas ganz anderes, Fio. Wusstest du, dass laut Islam darf dein muslimischer Ehemann dich schlagen, wenn der nur befürchtet, wenn du nicht Allah gehorsam bist? Er muss es nur befürchten. Und er darf dich schlagen. Da steht drin in Koran, Surah 4, Vers 34, er mahnt sie, meidet sie im Ehepett und schlag sie. Und ein Tessir erklärt das auch so. Zum Beispiel, Ibn Qatir, das ist die Erklärung des Korans. Ibn Qatir kann man nicht ablegen, weil das ja, Ibn Qatir ist die Imamenlernung dazu. Guck mal, was da steht. Das habe ich extra gescreenshottet. Der erklärt, Surah 4, Vers 34 so. Männer sind die Beschützer und der Halter der Frauen, weil Allah einer von ihnen dazu gebracht hat, die andere zu übertreffen. Und weil sie von ihrer Mitte zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenden Frauen und bewachen in die Abwesenheit ihres Mannes. Was Allah ihnen befehlt zu bewachen. Was die Frauen betrifft, hier genau zu, was die Frauen betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen, ermahne sie, sie lassen sie in ihren Betten zurück und schlagen sie. Aber wenn sie zum Gehorsam zurückkehren suchen, sie nicht nach einem Mittel gegen sie. Wahrlich, Allah ist immer der Allerhöchste, der Größte. Okay, ich weiß, du hast mir das jetzt vorgelesen. Und es ist halt aber trotzdem immer noch so, dass ich, das wird immer mein Glaube sein. Und bis ich unter der Erde liege oder bis ich die Chance habe, ins Paradies zu kommen, inshallah, wie ich hoffe, alle Muslime hier. Ja, aber du hast nichts mit deinem Glauben zu tun. Weißt du das? Oh ja, wer bist du, dass du mir das sagst? Es ist mein Glaube. Wen juckt dein Glaube? Ganz ehrlich, es ist mein Glaube. Wenn ich hundertprozentig dahinter stehe, dann bist du Hans-Peter-Wolf-Jürgens ein stiller Punkt. Sie ist Muslime, Sie ist Muslime, Sie ist Muslime, Sie ist Muslime. Ich bin Moslem und ich werde auch Moslem sein bis zum letzten Abend. Du hast 500 Jahre schon in die Hölle gesichert. Das ist mir doch scheißegal, wenn du mir das sagst, ob ich 500 Jahre gesichert habe. Aber bist du Allah? Also ganz ehrlich, bist du über mir? Nein, nur Allah kann das sein. Allah ist über mir. Kein anderer Mensch ist über mir. Und genau Allah sagt es dir, verstehst du das nicht? Genau Allah sagt es. Wo denn? Wo denn? Steht der vor mir, neben mir, über mir? Weißt du was, wo Allah war? Allah war neben mir. Und geht's auf einmal abfühlen. Ich dachte, du warst voll lieb. Du musst auf einmal, auf einmal zeigst du deine islamische Seite. Hast du gesagt, Allah war an meiner Seite, wo ich meine Schwester zu Grabe getragen habe. Da war Allah an meiner Seite. Und bei Gott, ich höre, es gibt keinen Besseren als ihn. Einfach. Keinen Besseren. Und ich, und ich werde... Ja, ja, alles klar. Eine Frau, die geschlagen werden darf. Nein, 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 nein. Jetzt langsam. Nein, 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 nein. Langsam kann ich hier so was nicht anhören. Also eine Frau, die geschlagen werden darf, ja, das ist richtig. Das ist moralisch verwerben. Das ist moralisch richtig. Also der Mohammed, der größte Vor... Guck mal, jetzt geht sie raus. Der Mohammed, der ein Kind penetriert hat, ja, also Spülzei, beziehungsweise Geschlechtserklärung mit ihr hatte, aber sie keine Menstruation hat. Das ist richtig. Ich weiß, Allahs Bein ist richtig. Oder... die Engel sie verfluchen bis zum Morgen kommen. Ja. Ja, das ist... Aber ich habe gerade den PC nicht an. Ich sehe mal, da steht dann das 100%ig. Hat die gemerkt, wie sofort dieser Geist rauskam? Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, ich meinte, dass sie allgemein... dass wir hohen und die greifen uns an? Ja, ich meinte allgemein, als Person hat sie nichts mit dem Glauben zu tun, weil sie sah ja auch nicht aus wie eine Muslime. Ja, die Willkommahm. Und dann wird sie vorhin den Herrn Jesus Christus eines Tages stehen und sagt, aber ich dachte, du bist Allahs Schienbein. Was hat denn noch ein? Und dann ist dann die Hölle groß. Aber wir wollen ja nicht, dass die Hölle geht. Die soll doch sich bekehren. Die soll doch ein offenes Ohr. Aber wer seine Ohren zuhält und seine Augen zuhält, dann kann man auch nicht mehr helfen. Einem blinden Menschen kann man auch nicht mehr helfen. Dann tut mir auch leid. Lass mir den Nächsten auch. Vielleicht wird der... Gott segne, mein Lieber. Gott segne. Ich wollte nur eine Sache kurz ansprechen, wenn ich darf. Ja, gerne. Und zwar habt ihr ja auch eben ganz kurz über das Thema Opferung im Alten Testament oder so, habt ihr angesprochen, ne? Ja. Und ich lese ja auch gerade die ersten Bücher Mose und da geht es ja auch ganz viel um Opferung. und da wurde mir irgendwie eines klar, wenn man sich so alte Dokumentarfilme anguckt, ja, von irgendwelchen Leuten, die im Dschungel leben, ja, und dass die ja auch schon so Dinge geopfert haben, dass man mitbekommt, dass diese ganzen Stämme, die irgendwo auf der Welt verteilt sind, auch irgendwie opfern. Und da habe ich mich immer gefragt, warum machen die sowas? Warum machen die sowas, ne? Selbst die haben irgendwie so ein, irgendwas in sich, die, ja, die das so anregt, irgendwie Gott was zu opfern und ihm wohlgefällig irgendwie was darzulegen, ne? Das ist interessant, oder? Ja, das ist interessant. Wir haben alle noch nie die Bücher gelesen. Warte, Danny fragt, ob ihr rüberkommt. Ja, gerne. Ich komme gerne rüber. So, kein Problem. Sag, aber der Bruder Danny hat keinen Livestream an. Der hat keinen Ahnung. Wie soll ich rübergehen, wenn er keinen Ahnung hat? Was kannst du da beweisen? Warte, Osmani, können wir gleich alles reden. Pavlos, Danny fragt, ob ihr rüber... Ja, wo ist er denn? Bei mir steht das gar nicht on. Herr Wartemann. Ach, da ist er. Jetzt sehe ich das. Ja, mein Lieben, wir müssen das fortsetzen. Also, kurzes Gespräch mit Olli. Ja, Olli, es ist so, ne? Lass mich jetzt nicht lügen. Ja, die Teufels, die Diener, das Teufels letztendlich, die kopieren immer Gott. Immer. Ja, und das ist immer ein Verweis, tatsächlich darauf. Die wollen den immer kopieren und dann das Schlechte sogar draus machen. Verstehst du? und ich das Gerechte noch draus machen. Na, und das ist Katastrophe, weißt du? Meine Lieben, wir müssen jetzt noch was machen. Wir müssen jetzt bei Bruder Danny weiter. Ich schmeiß jetzt alle raus. Geht alle bei Bruder Danny rein. Ich mach jetzt was. Meine Lieben, könnt ihr in Chat sagen, Bruder Danny soll kein Gast hochheben, dass ich hosten kann und dann alle Zuschauer bei ihm reingehen und dann haben wir direkt 400, 500 Zuschauer sofort. Bitte, sagt einmal Bruder Danny Bescheid. Wo ist der? Kann ich den hosten? Bruder, wir müssen eine Match machen, bitte. Der Gewinner muss Spenden geben. Ja, okay, komm. Der Gewinner muss Spenden geben. Dann komm rüber. Wie viele Zuschauer hast du? 200. Leute, alle tippen und alle liken. Ich hab jetzt 300, 300, 300. Leute, teilen, teilen, teilen. Ich hab das gar nicht erwartet, ey. Ich hab das gar nicht erwartet. Teilen, teilen, Ich geh, ich geh gerne. spenden. Spenden, spenden, Leute, für Kneipe. Spenden. Warte, 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 ich muss auch noch ein Respekt nutzen. Warte, ich muss dieses, guck mal, wo der denn, welches bitte ich jetzt nutze. Guck mal. Na, bitteschön. Ich will einmal was vorlesen. Alle, alle, alle. Warte, ich will einmal was vorlesen. Muslime, es geht hier um die Ewigkeit. Ihr geht verloren. Muslime, wollt ihr verloren gehen? So, ich lese euch vor. In Markus 16, alle tippen und spenden, Leute. Ihr geht hin in aller Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. So, passt auf. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wollt ihr verdammt werden? Ihr geht freiwillig in den Feuersee? Ist das euer Ernst? Freiwillig? Wie kann man nur freiwillig in diesen Feuersee gehen? Nie kann man nur freiwillig, das ist so heftig, ne? Jesus ist Gott, meine Lieben. Jesus ist die Wahrheit. Jesus sagt. Leute, Sugar-Omi, 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 bei mir ist mal drei, ne? Alle, alle, alle. Danke, Leute, Walla. Walla, danke, danke, Leute. Aber das kriegt ihr gleich alles in den Schatzraum zurück. Ihr kriegt das gleich alles zurück, Leute. Ich hau jetzt wieder einen Schatztrum raus. Ihr kriegt das alles zurück. Walla, danke, Leute. Walla, danke, 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 Leute. Alles, mein drei, wir machen Bestrafung. Wir machen mit Bestrafung. Verlierer, Verlierer kämpft gegen einen 30 Meter à la Conda mit verbundenen Augen. Verlierer, auf dich. Verlierer kämpft gegen einen à la Conda 30 Meter mit verbundenen Augen. Verlierer. Verbundenen Augen. Alles doppelt, doppelt, doppelt. Verlierer geht, geht Sparling, Nein. Verlierer, nein. Alles doppelt, bitte. Danke, danke. Alles mal drei, mal drei, Leute. Tippin, tippin, tippin. Kommst du jetzt rüber? Ich wollte zu dir rüber gehen. Ich wollte, dass alle Zuschauer bei dir reinkommen. Okay, dann, ja, okay, ich hab jetzt auch so knapp. Lass es doch beenden, ne? Lass es doch beenden. Lass den Herrn in der Zeit jetzt verkündigen. Nein, warte ganz kurz, ich will die Spenden wieder verteilen. Warte, ich will, dass die Spenden verteilt werden. Ich will alles, was wir jetzt bekommen, will ich in Schatz truen. Waller, danke. Danke, 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 Leute. Danke, danke, Leute. Schickt Universum, Universum. Leute, alles, was ihr mir gebt, mal fünf, ihr kriegt das alles zurück. Ihr kriegt das alles zurück, Leute. In Schatz, ich geb euch das alles zurück, Leute. Die geben jetzt Gas bei mir, die geben jetzt Gas, die snipen jetzt alle, die schicken jetzt Universum, schicken Kreditkarte rein, alles rein. Ich hab ja gerade gelesen, in Markus 16, hab ich ja gerade gelesen, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin, in aller Welt, wir haben einen Auftrag bekommen, von den Herrn Jesus Christus, dass wir das Evangelium erstens der ganzen Schöpfung verkündigen sollen, egal wer, die Haushabe spielt keine Rolle, egal was du getan hast. Wir sollen das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündigen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, und darum verkündigen wir auch den Menschen das Evangelium. So, deswegen sagt man das Wort Gottes, wer glaubt, wer glaubt, und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, was haben die dir gegeben? Die hat mir so ein, ich weiß nicht, so ein Schild gegeben. Alles wird gespendet, es wird alles zurückgegeben. Wir geben das den Eindöfen rein. alles, also auf jeden Fall das Wort Gottes sagt, also wer glaubt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und ich sage dir, es wird ein schreckliches Gericht über dich kommen. Und ich hab damals auch nicht geglaubt. Und wäre ich so in den Tod gegangen, ich wäre in den ewigen Feuersee gelandet. In den ewigen Feuer. Danke, 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 alle, alle. Danke, danke. Verlierer kämpft gegen 30 Meter Alakonda mit verbundenen Augen. Verlierer kämpft gegen vier Vogels. Warte, Strafe, erst, guck mal. Verlierer kämpft gegen einen 30 Meter Alakonda mit verbundenen Augen. Oder du springst von Helikopter, machst 6000 rückwärtsräumen. Warte, warte. Ja, warte, du lachst. Oder dritte Strafe ist, einen Monat im Gully leben. Du hast verloren. Der findet die Verlierer schon, macht er erst, wenn er schon entschieden ist. Und dann gibt er uns alle rein. Einen Monat im Gully leben? Oder, ne? Weiß man. Hälfte, ich kriege eine Frage. Darf man eingeäschert werden? Also der Herr sagt nichts darüber, aber worum soll man den, danke aller allem, worum soll man Dings einäschern? Also den Menschkörper. Lass die Toten die Toten sein. Danke, Und nichts damit zu tun haben mit diesem Weltlichen. Ganz normale Begrabung machen. So, ich gebe euch jetzt. Also ich werde das gleich. Alle Zuschauer, geht bei denen rein. Geht alle bei denen rein. Alle reingehen, meine Lieben. Geht bei Bruder Danny rein, weil ich beende ja den Stream. Ich komme bei ihnen rein. Alle rein. Ich möchte null Zuschauer sehen. Null. Meine Lieben, null. Danke bei den Herren, Beber. Null möchte ich sehen. Warum kommen bei mir mehr rein? Die müssen noch bei dir reinkommen. Und einmal ganz kurz was über diesen Per Vogel nochmal sagen. Hast du das Video gesehen, wo die ihn so gefragt haben mit Himmel, so, also, was ist das jetzt? Verlierer muss, äh, muss Hans in Toilette rein. Nein, nein, das ist keine Strafe. Das sind Kinderstrafen. Oder würde ich auf TikTok Match machen? Ich würde richtig brutale Match so Bestrafung machen. Du würdest sagen Banschenjunking oder so. Nein, das ist schon harte Bestrafung. Verlierer muss eine Woche als Baby rumlaufen. Was ist Baby? Du kommst aufs Sagen, ne? Verlierer, Verlierer, Verlierer muss so eine Maske wie per Vogel haben und eine Woche so rumlaufen gehe. Leute, bitte tippen, tippen und auch liken, Leute. Ja, auf jeden Fall, ich wollte einmal was sagen. Er hat ja sich so wittig gemacht. Hast du das gehört in diesem Video, wo er dann sagt, äh, mit, äh, Paradies im Himmel, äh, der lebt, äh, also so Paradies im Himmel und dann hat er so gesagt, ja, was wollen wir denn, äh, so wie ich das jetzt gehört habe, im christlichen Himmel sollen wir da Hafe spielen oder was? Der macht sich lustig über den christlichen Himmel. Ja, ja, weißt du, was Pivote doch gesagt hat? Der so, weil einer hat gefragt, darf man STX im Paradies haben? Ja, wir wollen so einen Launch machen. Ja, wir wollen so einen Launch machen, sagt der. Da lächelt er dabei, weil er an seine 72 jungen Frauen denkt, im Paradies, ne, mit allers Bein zusammen. Aber kommt dir das nicht vor wie so ein Genie-Gott, jetzt sei mal ehrlich, ist es nicht wie so ein Genie-Gott, wo du dann Waller-Danke für den Mütze, danke, äh, für die, für den Kauf. Jetzt kommt, warte, noch nicht spenden, noch nicht spenden, jetzt mal zwei mal zwei. Kommt das auch mal drei mal zwei? Das ist Sport, ne, du weißt, das ist der Herr, warte mal ab, was der Herr Jesus mit ihm machen wird. Naja, weil du musst bedenken, das ist richtig heftig, ne, darf ein SCX im Himmel haben. Ja, was haben wir sonst machen? Es ist wie Genie, das ist das absolut schlimm, sowas. Absolut. Okay, eines Tages, er wird ja seine Packung bekommen, dann werden wir mal sehen, ob er dann auch Allahs Belohnung bekommen hat und dann wird er 72 Dämonen bekommen und dann in den ewigen Feuer sehen. Und dann kann er Millionen Jahre darüber nachdenken, was er da eigentlich getan hat. Das wird er bekommen. Warte, Bruder Danny, warte. Warte. Kennst du den hier noch? Warte, kennst du das noch? Heftig, Ja, hast du das gesehen mit Barello? Barello Rothschild hat er sich genannt, ne? Hast du das gesehen, ne? Ja, das ist doch heftig. Ey, bei mir war einer drin, Bruder Danny, Bruder Reza war auch dabei, einer Tony, 1,5 Millionen Abonnenten hat er, war bei mir drin, okay, 400 Millionen Klicks, ne, in einem Video, der behauptet, er sei der Echte, mit 11 Millionen Abonnenten, das ist sein anderer Account angeblich, und der Typ, ne, hat alles, ich hab das aufgenommen, der so, ja, wir trinken Blut und so weiter, hat alles zugegeben. Hat er das nicht gelassen? Der hat das so gesagt, Frau Bruder Reza, der hat detailliert geredet, da kam ein Anruf rein, er musste sofort raus. Hä, ich schenke mir das, ich brauch die Aufnahmen. Ich schenke dir das, ich schenke dir das. Weil dann kann ich auch ein Video, äh, ist der bekannt auf TikTok? Bekannt? Der ist weltweit bekannt. Walla, danke für die Brille, danke Walla, nochmal alles teilen, Leute, doppelt, 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 seid nicht so geizig. Schoga Omis, jetzt, letzte Minute, go. Walla, danke, danke, danke. Was ist das? Zeig mal nochmal diesen Typen. Wer war, wer war das? Verlierer muss einen Tag neben ihm im Bett liegen. Leute, bitte alles teilen, teilen, Leute, nochmal, komm. Ich schenke nochmal diesen Typen. Verlierer muss einen Tag neben ihm im Bett liegen. Heftig. Meine Lieben, er kehrt alle um zu dem Herrn Jesus Christus. Und er ist die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, Johannes 14, 6. Deswegen empfehle ich euch, liest die Bibel. Liest wirklich die Bibel. Fragt Gott, geht ins Gebet, geht auf die Knie und sag Gott, wer bist du? Das ist alles TikTok, das ist alles Show, das ist TikTok sportlich. Und deswegen geht ins Gebet und ich werde Gott sehen und erkennen. Genau, Amen. Genau, Amen. Aber das Video will ich unbedingt sehen, also das ist echt heftig. Meine Lieben, nach dem Match gehen wir dann bei Bruder Danny alle rein und dann supporten wir richtig und dann wird richtig hier gepredigt. Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir richtig das Wort Gottes verkündigen. Ja, ich, dann machen wir wieder diese Party, Bruder Danny und dann müssen wir wieder richtige Aufklärungsarbeit machen. Jemand hat sich die Mühe gemacht und die Best-Off geschnitten, wo wir doch bei dir waren und dann mit Hamdi und so alle debattiert haben. Ich muss das noch anschauen. Jemand hat das gut geschnitten und alle wichtigen Teile gezeigt. Komplette Aufdeckung bis höchster Form. Bis höchster Form. Das ist heftig. Das ist, ex-Katholik arbeitest du sonntags. Du darfst sonntags natürlich arbeiten. Wir haben ja nicht den Schabbat oder so. Ja, aber Gottesdienst war immer schon halt. Kannst du, schick mir mal das Video, dann kann ich das gleich abspielen bei mir. Ja, 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 warte, dann beende ich jetzt. Meine Lieben, geht jetzt alle bei Bruder Danny rein. Alle rein, gehen alle hundert, alle rein. Ich schicke dir das direkt auf und dann können wir sofort machen. Alle rein, bitte meine Lieben. Bleibt nicht bei mir drin. Geht doch einfach rein bei Bruder Danny drücken und anschauen und live drücken. Ja, okay. Ich will so ein Zuschauer sehen. Dann brech ich einfach ab. Komm, ich mache jetzt aus. Bis gleich, Bruder Danny. tippen, 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 Leute. Hallo Bruder Risa. Leute, wir brauchen noch ungefähr zwölf Panda, Leute. Waller, Leute, bitte nochmal zwölf Panda, Leute und teilen. Bruder Risa. Ich gebe euch das alles im Thrun wieder zurück. Ja, gut. Dann warte ich jetzt, bis das Video kommt und dann blende ich das jetzt hier einmal ein, damit das auch die anderen hier alle sehen. Leute, bitte teilt den Stream. Alle bitte nochmal, bitte Doppelklick machen. Alle nochmal teilen, weil ich möchte euch gleich einige Videos zeigen. wenn ich das Video gleich bekommen habe. Bruder, bitte auch. Wo ist denn der Bruder Dingens? Wo ist der, äh, Angelo. Weiß ich nicht. Was war denn da gerade im Stream? Hört ihr mich? Ja, ja, wir hören dich. Bruder Risa, was war denn da eben im Stream? Nichts. Diese Anatolie oder was. Es scheint aber nicht der echte zu sein. Die Stimme hat sich aber so angehört wie der echte Originale. Naja, jedenfalls kam der hoch und hat mich direkt angegriffen, beleidigt und hat die Kindergarten von sich gegeben. Wie solltet er dich beleidigt? Mit was denn? Ja, da hat er halt so ein bisschen die Bibel angegriffen, mich angegriffen. Ja, ja, dann haben die Geschwister gesagt, dass der irgendwo doch, ähm, dass die Geschwister irgendwo gesehen habe, dass der 1,5 Millionen Abonnenten hat und solche Scherze halt, ne? sehr heftig. Das hat mich befreit, diese. Heftig, heftig. Ja, also ich weiß nicht, wo Pablo's ist. Leute, teilt noch mal bitte alle den Stream. Ja. Leute, alle noch mal tippen, 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 tippen. Aber hat er denn auch gesagt mit Blut trinken oder war das jetzt so Spaß? Bruder Reza. Ja. War das Spaß mit Blut trinken oder? Ja, das weißt du halt nicht, die reden ja immer so durch die Blume, sarkastisch manchmal, aber wir wussten ja, dass die halt, dass sie dann halt trotzdem, dass sie da trotzdem, auch wenn die sarkastisch reden, dass sie trotzdem dazugehören. Ja. So ist das. Hast du gehört? Hast du gesehen? Ja, ich weiß, was soll man machen? Wir können da nur etwas gegensteuern. der Arme macht da gute Arbeit. Und die sollen ja auch, der Herr Jesus erlaubt ja auch, dem Satan und seinen Dienern eben auch zu tun, ihre Werke. Es ist ja nicht so, dass die, dass nur die, wir wiedergeborene Christen den freien Willen haben. Jeder Mensch hat den freien Willen, auch die Satanisten, auch die Muslime, alle Atheisten. Am Ende wird abgerechnet. der Herr Jesus geht ja nicht dazwischen, also der freie Wille ist für den Herrn, für unseren Herrn Gott Jesus eben heilig. Das hat er den Menschen geschenkt. Und dann am Ende wird dann abgerechnet, was der Mensch mit seinem freien Willen alles getan hat. Ja, heftig, ja. Ja, genau so ist es auch. Am Ende wird dann abgerechnet und dann, ja, wird auch den Leuten das Lachen vergehen, wenn sie dann vor dem heiligen Gott stehen, vor dem Könige der Könige. Ja. Es ist wie so ein Vertrauensvorschluss, was Gott den Menschen gibt. Du darfst machen mit deinem freien Willen, aber dann musst du gerade stehen und die Konsequenzen auch tragen. Dafür hat er uns Gott ein paar Beispiele gegeben. Zum Beispiel, wenn wir einen Samen sehen, einen Roggensamen, dann ernten wir auch Roggen und nicht Weizen. Ja. Ja, das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, was in Galater Kapitel 6, Vers 7 beschrieben wird. Was der Mensch sät, das wird auch exakt ernten, nicht mehr und nicht weniger. Das ist das Gerechtigkeitsgesetz, was Gott hineingeweckt hat in die Schöpfung. Und damit wir wissen, aha, okay, wir können exakt die Konsequenz unserer Handlung berechnen. Wenn wir Roggen sehen, bekommen wir auch Roggen und nicht Weizen oder einen Elefanten. Ich habe mal eine kurze Frage, ja. Wenig hast du das damals herausgefunden mit dieser Schweigegeste und ein Augegeste, wie bist du da drauf gekommen, weil irgendwie musst du ja darauf gestoßen sein. Das kommt ja nicht einfach von heute auf morgen. Ja, ich habe die Elite immer beobachtet. Ich wusste ja, dass sie irgendein Geheimnis haben. Ja. Ich wusste aber nicht, was das für ein Geheimnis ist. Ja. Ich habe dann herausgefunden, halt, weil ich auch mich mit alten Mysterienschulen und so weiter, Mysterien, Kulte, Religion beschäftigt. Und dann habe ich gesehen, dass diese Leute, die Elite auch, solche Gesten machen, wie die alte ägyptischen, ich weiß es nicht, ein bisschen. Bitte? Ja, wie die alten Götter und ihre Mysterien, Kulte und ihre Symbole. Und dann habe ich gesehen, dass die Elite, zum Beispiel hier sieht man ja eben diese Schweigepflicht-Geste, ja, das ist Arcanum. Das ist also der Gott des Schweigens, Apokrates, was ja eben im alten Ägypten, das Pendant dazu war ja Horus. Und das ist dann sein Symbol, ja, dieses Finger auf den Lippen oder eben dieses apokratische Eid. Eben nicht zu verraten. absolute Stillschweigen. Ja, und jetzt hat es ja auch ein Katholik in dem Stream, der hat ja auch als Symbol diese gekreuzte Schlüssel. Und diese gekreuzte Schlüssel ist ja auch ein ganz altes, mystisches Symbol, was die Freie Morerei auch benutzt. Das ist auch ein Symbol des Arcanum, des Schweigens. Deswegen verwendet ihr auch die Freie Morerei eben auch diese gekreuzte Schlüssel. Das hat nichts mit Katholizismus zu tun, sondern eben die katholische Kirche, die Oberhäufter der katholischen Kirche sind eben solche Mysterien, Zeremonienmeister, die insgeheim diesen alten Götzen, Götter anbeten, Dämonen und Satan und seine Dämonen eben unter verschiedenen Namen. Osiris, Horus, Ra, Stol Invictus, Mitra, Venus und so weiter. Aber bringen wir auch den Menschen Opfer. Opferungen. Da wollen ich habe dir was geschickt. Das müsste jetzt gleich ankommen. Telegram. Ah, Telegram. Okay, top. Top, top, top. Ja, und dann wusste ich aber trotzdem nicht, warum die jetzt solche alten mysterischen Kulte angehören. Ich wusste ja nicht, dass das Satan ist, der im Endeffekt dahinter steckt. Und da habe ich gedacht, gut, das sind Illuminati irgendwelche geheimen Logen, die eben aus irgendwelchen Gründen diese komischen Götzen da anbeten. Aber dann, als ich die umgedrehten Kreuze gesehen habe bei dieser Elite, dann auf einmal wusste ich, okay, alles klar. Jetzt weiß ich, wer dieser komische Kollege da ist, das Auge im Dreieck da repräsentiert, der Lichtbringer. Warum er so leuchtet. Warum er so Licht in unsere Welt hineinbringt. Ein falsches Licht. Und er leuchtet seine Leute. Kräfte hier. Und dann ist mir das alles wie die Schuppen von den Augen gefallen. Ja, ist ja gut. Jetzt Annoi ist da die ganze Zeit hier zu spammen hier. Irgendwelche lateinische Trotzsachen. Ich schaue mir das jetzt gleich mal an. Ja. Dann habe ich ja herausgefunden, dass das eben ein Mörderkult ist, das so hierarchisch aufgebaut ist. Ein absolutes, bösartiges Mörderkult, eine bösartige Mörderkult, der eben das Sagen hat und dass die ganze Elite hierarchisch hier über die Erde herrschen, von Politiker, Wirtschaftsmagnaten, Finanzbosse, Bankiers, etc., Sportstars, Schauspieler und, und, und. Dass das so hierarchisch aufgebaut ist. Und eben, dass die Freimaurerei eben über diese Hierarchie eben dem Satan dienen. Dass sie halt in diesen Freimaurerlogen aktiv sind und unter sich sind. Wobei diese ermächtigsten Leute hier in der Welt die Welt beherrschen, die sind dann halt in diesen geheimen Losen aktiv, die nicht unbedingt bekannt werden. Aber Bruder, du kannst ja was darfst du einmal sagen, von dir, die das jetzt zum Beispiel. Warum machen die das? Warum machen die das mit Baphomet oder mit Warum macht man sowas? Oder Rieser? ist auch gleichzeitig der Baphomet-Kult. Das geht dann halt einher mit mit Programmierung, Opferung und eben auch Programmierung, um Leute in den Kult hoch aufzuziehen, um sie dann halt für eigene Zwecke zu benutzen. Das geht also immer um Mind Control. Satan schert sich ja nicht um den freien Willen des Menschen. Er will die Menschen kontrollieren wie so ein Sklave. Ohne freien Willen. Weil er ja den Gott und die Menschen ja hasst, weil die Menschen eben mit dem freien Willen ausgestattet sind, nach Gottes Ebenbild. Und das hasst er. Und er will auch den Menschen den freien Willen entziehen und sie zu einer Art Roboter machen. Und das wird er auch durch Transhumanismus, demnächst mit diesem Chip, den er den Menschen einpflanzt, wird er das auch schaffen. Das heißt, der Mensch wird wirklich wie so ein Zombie werden. Ja. Das ist das Ziel. Und das wird er auch erreichen mit vielen, vielen Menschen auf der Erde in der neuen Weltordnung. Und hier sieht man im Hintergrund eben die Rothschilds. Das ist eine der wenigen Bilder, die überhaupt durchgesickert sind von ihren sogenannten Partys. Und da sieht man eben diese berühmten Masken, was die Satanisten dann halt in ihren Ritualen benutzen. Beispielsweise Ziegenkopf, Ziegenbockkopf. Und dann fangen die an mit diesen Ritualen, mit den Opferungen. Und das ist dann halt Lord Rothschild, da links. Und diese ganze Symbolik hin da. Das ist im Endeffekt, ja, der Kult des Baphomets. Viele von denen sind ja auch als Kind zum Beispiel also männlich geboren und die werden gezielt zu Frauen gemacht, also transsexuell. Also es ist ein Hämaphroditenkult, weil der Baphomet ist ja auch halb Mann, halb Frau. Hat Brüste und hat auch einen Phallus. Dass diesen Hermesstab als Phallus hat. Höflich, das ist so krank. Das ist so gestört, das ist so krank. Also wir, die wir von der anderen Seite da hineinschauen, das und dann auch mit dem Heiligen Geist, das ist dermaßen krank und pervers schlimm. Das ist das absolute Böse. Da ist die Welt der Finsternis. Das Gegenteil von uns. Ein Video ist da, wo der Dänid, du kannst ja schon abspielen. Einer ist schon angekommen. Bruder Riesa, ich habe das ja aufgenommen. Ich konnte sofort aufnehmen, wo er direkt gesagt, ich mache diese Babys Sachen und so weiter. Aber ich habe auch das Ganze gespielt, weil ich habe das gar nicht erwartet. Und deswegen konnte ich dann direkt aufnehmen, wo er die Sätze hat. Was, 1,5 johon hatte? Ja, ja, ja. Ich habe mir das eingebaut, Riesa, ne? Seine Seite. 60 Millionen, 70 Millionen pro Video. Wer ist das da? Neulich, weil wie heißt der auf TikTok? Anatoly, ich kenne den, ich habe das auch mal in YouTube gesehen, in TikTok gesehen. Der ist, vergleicht sich gerne als Hausmeister und veräffelt die Menschen, die in der Gym sind und dann sagt das ich muss da putzen. Und dann putzt das und die lassen ihre fetten Handzellen fallen, so über 100 Kilo, wo diese richtige Bodybuilder sich abgespitzt haben, dann kommt der mit einem Arm und hebt das Ding so auf einmal, dass sie richtig geschockt gucken und dann trainiert das so ein bisschen mit einem Arm, was die in zwei Armen richtig geschwitzt haben. Ja, ja, das ist sehr eigenartig. Wahrscheinlich ist das ein Kollege von Ihnen. Du bist geschockt, was er alles gesagt hat. Macht das an, dass die Leute auch hier davon hören. Das zweite Video kommt auch. Was die Menschen nicht wissen, wenn sie die Bibel lesen würden, dann würden sie verstehen, dass dieser Kult nie aufgeheirrt hat, dass diese Menschen das früher gemacht haben und heute weiter in dem Verdeckten machen. Das ist immer so. Und die Menschen, wenn man die Bibel nicht liest, dann weiß man sowas halt nicht. der kam einfach so zu euch hoch. Ja, der kam einfach so hoch, Bruder. Und ist gleich auf Buda Reza los. Gleich. Endlich mal erwachte Menschen. Ja, wir sind schon lange erwacht. Spiel das mal ab, Bruder, Danny. Das ist ja das, was er gesagt hat. Bruder, das Lied, sende ein Video. Also ich habe nichts bekommen. Nix habe ich bekommen. Video hat es nicht bekommen. Warte. Ist hier jemand, der hochkommen möchte? Bruder Axel, gottesreiches Segen. Bruder, wir haben einen Gast und wir haben den nicht begrüßt. Jetzt ist er Kaffee trinken und ist raus. Hat noch kurz einen Kaffee getrunken und ist weg. Ja, Leute, möchte denn jemand hochkommen? Möchte jemand hochkommen? Möchte jemand hochkommen? Möchte jemand schreibt, ja, ich gerne. Kannst du was, wenn man hier nochmal sagen? Nein, ich habe nochmal, du siehst das, der sagt, der fängt schon direkt an, selbstverständlich, jeder macht so was, wo Bruder Reza, da hab, da hab ich gefilmt. Okay. Da sind es heftig, was er davor gesehen hat. Ich war geschockt, wo er das gesagt hat, weil ich das gar nicht erwartet hab. Ja, okay, wo geht es? mach laut, wie die Leute. Wer verkauft, wenn möglich für eine Fanpage sein, als Beispiel. Du kriegst doch nicht so viel Klee, was ist das denn? Wenn du ihn verkaufst, kriegst du auch für Dreck verlor. Wer sich kleidet wie die Kufat, der gehört zu Ihnen. Ich mach das jetzt, aber ey, nicht, dass mein Stream gesperrt wird, da sagt er nicht, ne? Nein, nein. Der sagt nur, alles, mein Stream hat, aber ist nicht gesperrt. Der hat alles erzählt. Der hat gesagt, wie die du auf IP gebracht werden. Die stecken Nadel rein und Saugen dran. Du warte. Wo ist jetzt das Problem? Ich hab kein Problem. Ich hab ja da die Beiträge gemacht in YouTube, dass eben die Leute, die eben ihre Seele verkaufen in diesen satanischen Lojen sind und eben Babyblut trinken. Richtig, ja, machen wir hier. Mindestens, mindestens ungefähr sechs bis sieben Liter pro Jahr. Wo kommen die Babys her? Wo kommen die Kinder und Babys her? Wo kriegt sie die? Das muss man hier nicht bei TikTok sagen. Und auch, du bist ein mutiger Typ. Hier hört sowieso keiner. Die raffen das sowieso nicht, die Leute. Von der Kirche. Von der Kirche. Ja, sag, sag ja. Ich sag ja nicht, ja. Von der Kirche. Auf einmal hat er Schiss. Auf einmal hat er Schiss, dann irgendwie einmal in seinem Leben mutig zu sein und mal ein bisschen so reden. Auf einmal hat er zu seinen Kollegen. Sei doch mutig, aber ist egal. Die Leute machen, dass du mit so nichts. Frag mich gern weiter, wenn du bist für die Höhe. Ich hab doch noch gefragt, woher kommen die Babys? Was kostet zum Beispiel ein Baby? Und wie oft trifft ihr euch dann? Wir bezahlen solche Sachen nicht. Das macht die Organisation. Oder ist die Organisation? Nehmen wir keinen Namen. Darüber darf man nicht sprechen. Was macht ihr dann mit den Babys dann? Wir trinken deren Blut. Wir nehmen auf. Nein, sowas verboten. Mit der 8mm-Kammer. Ist das jetzt ein Problem? Ne. Ich weiß es ja. Die Leute glauben es mir. Und du bist dann halt jetzt ein bisschen mutig und erzählst das auch. Du stehst auch dazu. Ja. Was heißt denn die Organisation? Ist das jetzt die deutsche Organisation oder ist das eine internationale Organisation? Ich rede nicht. Das sind die über mir. Die Sachen entscheiden, die mir auch diese Reichweite geben, die mich hier auf TikTok unterstützen, dass ich diesen Fame bekomme. Ja. Dass diese Sachen nicht mitmache, dann wird mir das weggenommen. Ja. Und wie oft passiert das denn da? Wie oft musst du Baby die Blut trinken? Also 6 Liter im Jahr. Einmal die Woche oder was? Aufgefähr einen halben Tag kann man sagen. Und dann lädst du dich damit auf oder wofür ist das Blut? Das ist sehr... Also ich muss wirklich zugeben, es gibt natürlich Kraft. Also wie soll ich das sagen? Es erneuert die Zellen im Körper. Die Haut wird dadurch besser. Einige Sachen. Und du kannst auch aussteigen oder nicht aussteigen? Wenn ich aussteige, dann werde ich wohl an einen Drogen, über Dosis von Drogen sterben. Ja. So kommt das. Und kannst du mal ein paar Namen von Logemitgliedern nennen, die so ein bisschen bekannter sind? Nein, solche Sachen. Ich habe gesagt, ich kann darüber gerne reden. Ja. Sehr kurz. Ja. Aber Namen und so, das ist schon sehr kritisch. Okay, ohne Namen. Okay, wie läuft so ein Ritual ab? Wie sind die gekleidet? Wie viele Leute nehmen da dran rein? Sind alle weiß gekleidet mit Spitzen... mit Spitzen... Mützen, ne? Spitzen, Kapuzen, ja. Genau. Spitzen, Kapuzen, alle im Kreis auf dem Altar. Dann legt man dort das Kind hin. Dann nimmt man sich solche Nadeln mit dem Schlauch dran und dann tut man das ins Kind rein. Wird vorher betäubt und dann trinkt man. Ach so, ihr macht keine Opferung. Nein. Und das Kind überlebt. Das Kind wird dann, also wie auch in der Bibel auch steht, das wird dann immer rezitiert. Das ist einfach wohl dem, der ein Kind nimmt und dann... Und dann... Hast du dir das wissen? Ja, ja. Und jetzt wirst du wieder nicht... Nein, warte mal... Nein, warte mal. Nein, warte mal. Aber ohne geht's. Erst, ich zeig dir das auch, weil das wird immer oft da... Ja, zitiert auch. Wohle dem, das Kind nimmt und es an... Heftig. Heftig. Das zweite Video kommt auch. Martin. Ja, das Lied. Was gibst, Abonaji? Hast du dich entschieden? Was war denn das für ein Geisteskranker? Abonaji! Abonaji! Ja, machen die du noch nicht... Abonaji! Bruder Denny, das zweite Video ist da. Der war ja noch abgefahren, der ist die Christen, die ich kenne. Abonaji! Möchtest du heute zu den Herren kommen? Abonaji! 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 Was ist das für Rube Kapuze? Abonaji hat schon bekommen, Bruder Reza. Der hat auch Kofarklamotten an der Abonaji, man weiß nicht, dass er schon zu den Kofar gehört. Warum haben wir das gesagt, dass wer die Klamotten der Kofar trägt, der gehört... Aber Bruder Reza, der Typ hat nicht so ganz die Wahrheit gesagt, Der hat auch ein bisschen so... Weil... Durch die Blume halt, ne? Ja, der hat da ein bisschen so... Nicht die komplette Wahrheit gesagt. Ja, genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass da eine 8mm Kamera auf ist. Es gibt unterschiedliche Rituale. An die Christen, kehrt um und rettet eure Seele. Abonaji, bitte! Abonaji, bitte! Wir sind umgeben von Satanisten. Wir sind umgeben, du Muslime! Errettet eure Seele, meine Lieben. Ich weiß auf jeden Fall, die diese Völker, die auch wieder... Das nehmen die... Das nehmen die... Das nehmen die auch Satan. Das machen wir auch, damit wir auch diese Kraft... Warte, ich will das nochmal... Warte, wir wollen das wohl haben. Und wir haben mehr Reichtum bekommen, mehr Geld, mehr Ansehen. Wir lieben das, diese Fame-Faschissor. Ja, aber warum erzählt die das dann nicht der Welt, dass sie dadurch dann halt so Fame und Reichtum bekommen? Warum macht ihr da so ein Geheimnis daraus? Dass so viele Garten so fallen, die fallen. Zeig das so, damit sie wissen. Warum ist das stumm? Jetzt lesen wir. Warum ist das? Der einen Anruf bekommen, ne? Äh, die... Er hat safe einen Anruf bekommen. Er hat safe, der hat zu viel geredet. Er hat zu viel geredet. Jetzt, Bruder Rieser, jetzt wird er auf MK sein. Willst du jetzt sehen? Willst du jetzt sehen? Der kriegt jetzt einen Spruch und dann ist er auf einmal ganz anders. Willst du jetzt sehen? Ja, kann sein. Der Herr hat übrigens eine kleine Tür geöffnet, was geöffnet werden sollte, dass die Leute es hören. Aber jetzt, guck mal, jetzt wirst du sehen. Der wird jetzt weggehen oder der wird jetzt ganz anders... Da, siehst du? Er ist weg. Siehst du, Bruder Rieser? Er hat einen Anruf bekommen. Er hat zu viel geredet. Er hat zu viel geredet. Siehst du? Ich habe sogar mit Anlage gesagt, er wird jetzt auf einmal weggehen. Siehst du, er hat einen Anruf bekommen. Das ist ein Wut passiert. Ja, ja. Ich guck mal, ob er Einladung geschickt hat. Nein, hat er nicht. Der ist komplett weg. Guck mal, der ist komplett weg. Ah, nee, der ist noch hier. Ich gebe ihm noch eine Einladung. Mal schauen, ob er annimmt. Ich bin jetzt gespannt. Weil Bruder Rieser, der hat so viel geredet. Ich war selber baff, dass er das hier sagt. Er hat so viel geredet. Weil das machen diese Illuminaten. Genau das machen die. Ja, die sind es natürlich irgendwie lächerlich, obwohl sie halt da drin sind. Die versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen. Das ist der Beweis. Habt ihr es selber gesehen und werden das noch immer nicht glauben. Aber Bruder, Bruder Rieser, Bruder Rieser, der hat das so harmlos, die Rituale erzählt, der hat nicht die volle Wahrheit erzählt. Ja, weiß ich nicht. Das hat schon gereicht. Das hat schon gereicht. Der hat so eine Version ab, der hat verarscht. Nein, der hat nicht verarscht. Der hat nicht verarscht. Der ist involviert. Der hat so eine Version ab 12 erzählt, ab 16. Nicht die komplette volle Version. Nein, das würden wir nicht machen. Das würden wir nicht machen. Warte mal ganz kurz. Ich will mal den Eindruck holen. Ich hab doch diese volle Version kurz erzählt bei denen und dann ist er doch rausgegangen. Ja. Genau. Ja. Ja, so ist das. Aber dieser originale Alatolli da, dieser Typ, der mit den Videos dieser Dreikämpfer da, Kreuzheber und so, dieser starke Junge da, der ist da überall viral gegangen. Der ist da weltberühmt jetzt, der Typ. Welcher? Ja, dieser Original-Anatolli, dieser Gewichtheber, Dreikämpfer da, dieser Kreuzheber. Aber mit seinem Gewicht, das ist schon möglich, was er macht, oder Reza, das ist ja, der hat irgendeine Gabel gekriegt von dem. Das kann ja wohl nicht sein, was er mit sein, was du siehst. Natürlich wiegen 80 Kilo, das ist von der Wiegen. Und der hebt da 300 Meter. Die Sanatolli, der wiegt, glaube ich, zwischen 60 und 70 Kilo. Und dann hebt er so fette Gewichte. Also irgendwas stimmt er nicht. Gar keinen Fall. Ja, der ist im Bunde. Der ist da mit dementsprechenden prinzipalen Mächte im Bunde. Ja, genau. Bruder Reza, hast du das Video gesehen von Pierre Vogel, was er gesagt hat? Der sagt in so einem Video, ja, wo ist das Problem, SEX im Paradies zu haben? Und dann sagt er, was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir Harfe spielen? Und dann lacht er so. Und wir wissen, dass er auch mehrmals in der Bibel vorkommt. Also er wusste, was er sagt. Ja, ja, genau. Er weiß, was er macht. Ja, ich sage, wem geht's, die haben mit Gott nichts zu tun. Die wollen auch nach dem Tod nicht bei Gott sein, mit dem ewigen Schöpfer zusammen. Das ist denn zu langweilig, da mit dem Schöpfer. Die wollen, was so Spaß macht, so diese zwei Minuten, die auf der Erde. Aber wo ich das heute gesehen habe, ich wusste, er weiß ganz genau, wovon er redet. Und da hat er so gespottet, noch durch die Lache. Ja, ja, klar. Natürlich verspottet er. Klar. Auch sein Profilbild hier auf TikTok, das ist auch sehr merkwürdig mit den offenen Armen. Ist das sein Profilbild, was er im Hintergrund hat? Auf TikTok, ja. Diese Kreuzigungspose da. Natürlich tut das so, als ob der da hier die Berge zeigt. Was soll die Schweiz oder was, wo das ist. Oder Österreich oder Bayern. Ja, aber eine Frage, wer hat eigentlich Per Vogel diese Plattform gegeben, dass er so bekannt ist, dass er international ist. Er ist ja international so bekannt, denn der war in jeder Fernsehshow aufhand. Überall hat er das ist unfassbar. Ja. Voll im Film seid ihr. Nein, wir sind nicht im Film. Vor allen Dingen, liebe Geschwister, ihr wisst ja, dass er zum Beispiel mit dem Arafat Aboujaka und so ganz dick ist. Das ist nicht einfach nur jemand, der ein bisschen islamisch ist und Muslim ist und an Allah glaubt, dass er mit dem Arafat Aboujaka zusammen live geht. Nein, nein, nein. Der hat großen Einfluss. Ja, ja. Und vor allen Dingen jetzt zu dem Nahost-Konflikt ist er jetzt pünktlich auf TikTok live. Nochmal schön die Jugendlichen zu mobilisieren. Ja, das versucht natürlich auch zu fischen gegenzuhalten, weil wir eben die Diener des Herrn Jesus Christus, die Wiedergeborenen, die echte Brüderschaft eben auch am Werke sind. Dann versucht er natürlich die Gegenseite auch gegenzuhalten. Das ist normal. Denn der Kampf ist erlaubt. Genau, genau. Und der hat auch, der ist rhetorisch sehr gut und hat so dieses Charisma, dieses sympathische und verfügbare Normal. Mit mich pflicht er natürlich, ne? Ja, ja. Was ist ein Charisma, wenn ich ihn doch lächle, sehe? Ja, das ist ein Charisma, Du hättest sympathisch aus. Ja, Gottes Willen. Hallo? Ich bin der Gast ist weg. Gute Abend, geht's dir gut? Ja, dem Herrn sei Dank. Alles okay, alles in Ordnung. Schön. Schön zu hören. Aber ich wollte noch mal zu diesem Aris was sagen, der vorhin auch Trainer war, ne? Ja. Der gesagt hat, man sieht doch nur das eine Nasenloch von mir, nicht? Ich mach keine Augengeste. Ich schick nachher mal was rein. Das ist auch so ein Wolf im Schafspelz. Ja, okay, ja. Hier kam mir auch schon ein bisschen komisch vor, ja. Ja, ja, ja. Das hat nicht gepasst. Er ist eben voll populär als Bodybuilder und dann sowas. Ja, ja, ja. Ich weiß ja nicht, wie weit er involviert war. Wer meinte, das wäre sein Zeugnis gewesen. Aber ich weiß aber allerdings nicht, wie viel da drin war. Das sind 700 Leute, die 300 Zuschauer erreichen. Ja. Und er sagt auch, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Bruder Rese, er sagt, er hat keine Firma geleitet. Er hat nicht gesagt, ich war da nicht drin. Ich habe keine Firma geleitet, hat er gesagt. Er war nur bekannt. Er ist sein Bekannter, meinte er. Er ist sein Bekannter. Genau. Und er sagt aber, er sagte von sich aus, hat er doch gesagt, er war berühmt bei sich so in Österreich, aber er hat keine Firma geleitet, hat er gesagt. Ich will ganz kurz sagen, hier ist auch einer drin, gerade mit einem Million Abonnenten, der uns hier gerade beobachtet, dieser Jogo wieder heißt. Komm doch mal bitte hoch. Er beobachtet mich auch öfters. Wir haben doch schon mal das Vergnügen gehabt, denn komm doch mal hoch und dann können wir ja ein bisschen über dein Erfolgsgeheimnis reden, wie du das geschafft hast mit einem Million Abonnenten. Wie heißt er, Bruder? Er hat doch ein Video mit Joker. Ja, der LKW-Fahrer, das ist der LKW-Fahrer. Das ist der. Ja, da soll man hochkommen und uns erzählen, was er so transportiert. Komm, LKW-Fahrer mit eine Million Abonnenten. Ja, das ist auch heftig. Wie bitte? Das ist der LKW-Fahrer, der eine Million Abonnenten hat. Erzähl mal, Bruder Rieser, wie bist du denn LKW-Fahrer mit einer Million Abonnenten? Erzähl doch mal. Du hast das geschafft. Wo ist der denn? Ja, der ist jetzt, den versuche ich die ganze Zeit hochzuholen, aber ja, jetzt ist er leider, warte, ich gucke, wo er noch ist. Und die erzählen immer das Gleiche, ne? Danny, die erzählen immer das Gleiche und sagen, ja, ich war fleißig, ich habe die Woche zwei, drei Videos gepostet. Immer, immer das Gleiche. Alle, die erzählen alle dasselbe. Wir sind 24. 27 auf TikTok, was er zählt, oder? Ja, ich bin auch 27 auf TikTok und habe ich eine Million Abonnenten. Papus ist auch 24. 27 auf TikTok. Du bist ja auch immer fleißig, drei, vier Stunden am Streamen, sogar manchmal fünf, sechs Stunden. Armi ist auch, hat der Armi eine Million Abonnenten? Nein. Wir sind auch fleißig und haben ein paar tausend Abonnenten. Wir wollen aber auch die Millionen knacken. Also, was ist das Geheimnis dahinter? Keiner wird dir diese Millionen einfach so geben. Wir wollen die Millionen. Weißt du doch, was man machen muss dafür? Hat er ja erzählt, ne? Die haben ihm diesen Erfolg gegeben, also haben sie ihn gepusht. Tja, bietet was Besseres an, ewiges Leben können wir anbieten. Ewiges Leben, das können wir anbieten. Weil mit einer Million, ne? Diese Leute, die viel Reichweite haben, diese Leute haben ja viel Einfluss. Und mit Einfluss kannst du Menschen steuern und bestimmte Richtungen lenken. Das wird dir keiner einfach so geben. Das Heftige ist, Provatus, Bruder, Reza. Wirklich, das ist mir zu viel. Also, ich kann das auch nicht mehr ertragen. Die machen so, die weinen da so im Livestreams, Reza. Und dann sagen die, ey, ich muss den Stream einen Moment abbrechen. Ich kann gerade nicht mehr. Und dann machen sie die Kamera aus, kommen die dann wieder, sitzen da ganz normal. Und dann sind die voll so emotional, wo ich mir denke, ihr, ihr. Boah. Wo war das? Weiß nicht. Auf jeden Fall, ihr, ne, Reza. Die sind selber involviert und machen sich so Sorgen um Kinder. Wie krank ist das, Bruder, Reza? Die sind involviert und machen sich Sorgen um Kinder. Das darf so niemand erzählen. Ja, die schützen sich auch, ne? Dass der Wolf in Schärfswehr sein. Wolf, der sich versteckt. Boah, Herr, was du schreibst, lieber eine Minute auf der Erde als die Ewigkeit mit dem Herrn. Was ist das denn, hey? Ich schätze mal, Wolf. Das ist so ein Wolf, ne? Das ist so krank. Auch dieser Ufug und mit dieser Steffi, die machen so Streams über so Kinder mitbrauchen und auf einmal sagt er so ein, Moment, Leute, ich kann gerade nicht mehr. Nee, das ist mir gerade zu viel. Ich muss den Film jetzt abbrechen. Das darfst du niemandem erzählen, Bruder, Reza. Ich bin in einem falschen Fünf. Das darfst du niemandem erzählen. So geistesgestört ist das. Und die Leute alle... Ja, deswegen soll man ja auch gar nicht... Ja, natürlich. Deswegen soll man ja auch sich distanzieren und sich absondern von der Welt. Die Ermanung vom Apostel Paulus zu Absonderungen und so weiter ist ja nicht einfach so, sondern da ist was dahinter. Wir sollen ja auch den Geist nicht dämpfen. Deswegen sollen wir untereinander bleiben, damit wir den Heiligen Geist eben nicht dämpfen in uns. Weil die Welt außerhalb der Gemeinde ist eben des Teufels und des Todes. Und wir sind hier in diese finstere Welt hineingestellt worden, damit wir eben das Licht des Evangeliums, des Herrn Jesus Christus, in der Finsternis leuchten lassen und eben ein Licht sind für die in der Finsternis. Ja. Der Herr hat uns ja nicht in das Licht hineingestellt oder in die Nichtwelt. Wie sind der Lichter in der Finsternis? In der Nacht? Wie sollen wir leuchten? Bruder Riesa, der Muslim, der bei uns hoch war mit den Hodja, der hat mich angeschrieben. Er hat gesagt, welche Thematik wir besprechen wollen. Ich habe das geschickt. Und dann, ja, mal schauen, ob er jetzt diesen Termin macht mit diesen Hodja. Ja, okay. Sehr gut. Oder meinst du, mit Ernst, da müssen wir bereit sein, Bruder Riesa. Teilen und folgen, Leute, bitte. Dankeschön. Damit wir auch diesen Wolf in Schafpätschen aufdenken. Dieses Teufelskind hier, dieser Verführer. Leute, bitte teilen, 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 Leute. 325 Zuschauer, 330 Zuschauer. Teilen und folgen, Bruder Benni, wenn du dir deinen Bart ein bisschen weiter wachsen lässt und die Haare schneidest, ist es so gar nicht so anders aus. Kannst du als... Bruder Riesa. Bruder Riesa. Bruder Riesa. Das ist ein Matchmachend, Verliererrasierbart. Er ist ein bester Mann. Nein, nein. Er ist ein Verführer. Er ist ein Lügner. Er ist Lügen verbreitet über die Bibel und hat sich lustig gemacht über den christlichen Himmel. Er ist ein Verführer und ein Wolf in Schafspelz, der nur Lügen verbreitet. Und er wird auch gewichtet werden. Wartet ab, das Gericht Gottes ist über ihn gekommen. Warten wir mal sehen. Haar, spiel in die Mille. Warten wir mal sehen, was auf dich zukommt. Dann kannst du Millionen Jahre im Feuersee irgendwann irgendwann nachdenken. Per Gockel. Kliffeknechtle. Nee, ich weiß das. So, gut. Du lachst. So. Dann komm doch mal hoch. Möchte ein Moslem hochkommen? Oder möchte ein Satanist hochkommen? Möchte ein Atheist hochkommen? Eine Anfrage bitte senden. Okay. Oh, vielen Dank. Aber ihr braucht wirklich nichts schicken. Kein Christ, Leute. Kein Christ. Wir sind hier genug Christen. Also, kein Christ. Sonst muss ich dich leider wieder rausziehen. Wir sind hier ein, zwei, drei, vier, fünf. Gottes Segen. Moin. Gottes Segen. Eine Frage. Bist du Christ? Ich bin Moslem. Gut. Ich wollte nur kurz mal was fragen. Ja. Du hast auch dieses Bild von diesem Vogel da, ne? Also per Vogel oder wie der sich nennt. Ja. Der ist auf der anderen Seite live. Warum gehst du nicht mit denen live rein? Warum kommt er nicht zu uns in live rein? Er weiß ja nicht, dass du drin bist oder wie auch immer. Du hast doch sein Bild. Geh doch mal da rein. Ich würde das interessant finden, wenn du dich mit dem bisschen austauschen würdest. Also ich bin kein Anhänger von ihm oder ich halte nicht zu dem. Ich bin gegen ihm. Ich bin ehrlich zu dir, weil ich den gar nicht als Moslem bezeichne. Aber es wäre interessant, wenn du ihn mal reinlässt. Wer würde mich niemals reinlassen? Niemals. Niemals. Versuch das doch mal. Ich würde das wohl interessant finden. Der würde dich mit dem Thema vor Ort erlässt mich nicht rein. Weiß ich nicht. Hast du das schon mal probiert? Ausprobiert? Da hat man ja nur mein Video gesehen. Ich habe nicht mal mit dem geschrieben. Der hat mich blockiert. Der wird niemanden von uns reinlassen. Weil da war vier Leute, die angefragt haben. Ich habe auch angefragt, weil es gab es ein Thema. Ich wollte gerne mit denen darüber reden. Aber komischerweise nimmt niemanden dran. Aber ich dachte, vielleicht würde er dich. Geh doch mit Pierre Vogel. Schreib du ihn doch an. Geh mit dir live und sagst du denen Pavlos, Reza, Danny, Amir will mit dir live gehen. Ja, der kann auch Muslime rein. Ich habe ja versucht gerade, weil er stellt... Der kann auch Muslime holen. Der kann auch Muslime noch holen. Dann gehen hier auch noch ein paar Christen runter. Da kann er zwei, drei Leute mitnehmen, wenn er will. Also ich wäre gerne mit dem reingegangen, weil er redet über Themen. Aber komischerweise, er lässt keinen da in sein Live rein, der ihn argumentieren kann. Weil es gibt viele Leute, die sich als Moslems bezeichnen. Aber komischerweise sind das für mich Hobby-Muslems. Also möchte ich gern Moslems. Da sind solche Leute, die sich als Moslems bezeichnen. Und wenn du fragst zum Beispiel, warum der kein Schwein essen darf, dann sagt er dir, ja, weil das in dem Islam so steht, aber er kann kein Argument dazu geben. Und solche Leute sind das. Und die nimmt er gerne rein, aber uns nimmt er leider nicht rein. Ja, genau so ist das. Und deswegen sagen die Geschwister ja auch, dass er eben die Leute, also die Christen nicht annehmen würde, weil sie eben eventuell ihm, eben sein Gesicht, dass er das durchstellen, sein Gesicht verlieren wird. Und deswegen macht er das nicht. Ja, weil, guck mal, es gibt immer so Fragen. Und zum Beispiel hier der andere, wie heißt er nochmal, Abu Barra zum Beispiel, der war in der Nähe von uns, so, sag ich mal, 15 Kilometer. Und da ist jemand hingegangen und hat den vor alle Leute, der hat den gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich mit dir zu streiten oder dass du rumbrüllst. Ich stelle dir mal eine Frage. Dann hat er dir eine Frage gestellt. Dann hat er darauf geantwortet. Dann hat er ihm auf die Antwort nochmal eine Frage gestellt und das war eine Falle. Und dann fing der an, ihn zu beleidigen. Ja, du bist von der Sekte und von der Sekte. Der so, warum? Ich habe dir jetzt eine Frage gestellt. Du hast eine Antwort gegeben. Ich habe dir die nächste Frage gestellt. Und jetzt weißt du, du kannst dich mir entweichen. Und dann wurde er direkt, ja, ich sei falsche Sekte und dann bla bla bla. Und danach haben alle da rumgeschrien, Allahu Akbar und bla bla. Und dann haben sie den Mann weggejagt, weißt du? Nur weil er den in die Enge gedrängt hat. Und für Per Vogel habe ich viele Fragen, wo er sich dann automatisch widerspricht. Und deswegen nimmt er uns nicht dran hier. Weil er hat seine Leute so manipuliert, dass sie nur noch gegen die Wand laufen. Tut mir leid, ist aber so. Welche Achide hast du denn? Also ich bin ein Moslem, Sunnite. Und ich glaube nur an den Islam. Ich folge keine Sekte. Gott hat mir ein Gehirn gegeben, wo ich mehrere, ich sag mal, ich sag mal jetzt Bücher, den Koran und viele Leute, Gelehrte, mir anhöre und dann eins und eins zusammenrechne. Und deswegen, weil der Islam, wo der Prophet gekommen ist, der hat gesagt, es gibt nur einen Koran und einen Gott, an den wir glauben. Und das ist euer Buch, das ist der Koran. Aber leider gibt es so viele, die sich als Moslem bezeichnen. Beispiel, ich hatte einen gehabt, der sagt, er ist Moslem und hat mit einem Christ geredet. Und dann hat der Christ ihn beleidigt gehabt. Und weißt du, was er darauf als Antwort gibt? Da sagt er zu denen, ja, der fing an, auch Jesus zu beleidigen. Dann habe ich ihn in die Enge genommen und habe ihn gefragt, was das sein soll. Ich habe gesagt, sagen wir, der Christ ist gerade falsch. Wie kannst du Jesus beleidigen? Der so, ja, weil er an Jesus glaubt. Ich so, warum glauben wir Muslime nicht an Jesus? Weißt du, und dann stand er da. Und da sind zum Beispiel Leute, die nur von zu Hause was gehört haben oder von irgendwelchen Opa und Tante und Onkel und nie selber recherchiert haben oder gelesen haben oder jemals eine Schule besucht haben. Egal, ob das jetzt hier, sage ich mal, eine Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder sonst was. Weißt du, das war für die ein No-Go gewesen. Aber da sind die Besten, die immer bei den Islam sind. Ich habe eine Frage an dich, ist der Per Vogel für dich ein islamischer Bruder oder ist er für dich ein Ehrlehrer? Wie siehst du ihn? Für mich ist das einer, der mit dem Islam sein Geld macht. Mehr ist er nicht. Weil im Koran, ich gebe dir ein kleines Beispiel, im Koran steht, wir glauben ja alle an Gott, also auf Deutsch heißt er Gott. Wir sagen Allah dazu und er hat in vielen Sprachen einen anderen Namen, aber im Endeffekt ist das ein Gott. Dann sagt er, wo im Koran steht, Gott hat sich nirgendwo beschrieben. Dann will er mir schwarz auf weiß beweisen, wie er bla bla, nach seiner Glaube, dass Gott auf dem Thron war, dass Gott Hände hat. Und jetzt vor kurzem erzählen die, dass Gott Hände hat, aber sie nicht wie unsere Hände und Füße. Solche dumme Sachen einfach, die widersprechen sich einfach. Und Per Vogel ist ein Spiel. Aber das ja in dem Koran und in der Sunna so beschrieben wird, weil Prophet Muhammad hat das ja selber in den Hadithen gesagt. Und in den Koran steht das ja auch. Nein, ich sag dir mal was. In dem Koran, in der arabischen Sprache. Komm mit sofort, Bruder, den ich geh kurz raus. Ja. Das war gerade Reza, der mit mir gesprochen hat, ne? Ja, ja, genau. Guck mal, Reza, ich sag dir mal was. Im Koran steht zum Beispiel Gott, so die bezeichneten Hände. Hände heißt nicht auf Arabisch das Wort Hand. Aber wenn du auf Deutsch Hand sagst, dann verstehst du ja unsere menschlichen Hände. Aber Hand hat in den arabischen auch ganz so als, es liegt in deinen Händen. Das bedeutet in deine Macht, in deine, verstehst du, was ich meine? Das hat mehrere Bedeutungen. Weißt du? Und die nehmen das, die übersetzen das so, als wenn die das in Hand. Hand bedeutet im Koran, wenn du das übersetzt, das heißt in Gottes Wille, in Gottes Macht. Das bedeutet das. Und die übersetzen das so, dass das in menschlichen Händen so ähnelt wie menschliche Hände. Aber auf Arabisch, die arabische Sprache, deswegen sagt man, das ist eine schwere Sprache. Ja, und da wird vieles anders gemeint. Ja. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt, wenn einer zu dir sagt, du bist ein Schweinchen, ne? Dann ist das nicht böse gemeint, oder? Das ist jetzt ein dummes Beispiel. Aber ich sag mal, eine Frau sagst du dir, Schweinchen, komm her. Sie meint das doch nicht böse. Aber wenn die zu dir sagt, du Schwein, komm her, ist eine Beleidigung, oder? Ist eine andere Meinung jetzt. Verstehst du, was ich meine? Und das war jetzt, was du genau willst. Ja, nur eben, du darfst ja nicht den Koran auslegen. Du musst ja zu den früheren, die großen Gelehrten zurückgehen, ne? Die eben den Koran auslegen und die gesamte islamische Welt von denen eben lernen. Guck mal, es gibt zum Beispiel, das ist auch fast die letzte Sura, wo er sagt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Arabisch kennst oder so, da sagt er, da beschreibt er sich, wo er sagt, ich weiß nicht, ob du Arabisch kennst, das ist einer der kleinsten Sura, was jeder zweite Muslim auswendig kann. Und da ist schon mal eine Beschreibung, wo Gott, weißt du, sich beschreibt, er existiert, aber er hat sich nicht beschrieben oder mit Ort oder wie auch immer. Ist genau so, du selber, du führst einen Schmerz an deinen Armen, aber siehst du deinen Schmerz oder deine Seele? Kannst du deine Seele sehen, aber deine Seele existiert, oder? Und Gott existiert für uns, aber er hat sich nicht mit einem Ort oder sonst was beschrieben. Und wir glauben, dass Gott alles erschaffen hat. Und wenn du glaubst, dass Gott alles erschaffen hat, alles bedeutet, alles, was du dir vorstellst, oder? Dann stell dir vor, es hat nicht oben, unten gegeben oder vorne und hinten. Was hat dann gegeben? Verstehst du, was ich meine? Und das ist der Islam bei uns. Und das ist diese Sachen, was diese Salafisten oder wie die sich Wahhabiten oder wie die sich nennen, die verarschen Menschen bis zum Gehtnichtmehr und machen so viel Geld, das glaubst du mir nicht. Ich kenne so viele, ich habe sogar Privatvideos von denen, ich habe jetzt die Namen nicht von den Kollegen von ihnen, wo die richtig an Geld gemacht haben, indem sie den falschen Islam den Menschen beigebracht haben. Und für mich tut mir leid, da sind keine Muslime, die... Es kann sein, dass du zum Beispiel nicht richtig liegst und die schon richtig liegen. Das kann ja auch andersrum sein, das ist eine Frage. Ja, es kann sein, aber man kann mit einem Menschen zusammensitzen, zusammen reden und dann erkennt man schon, wer richtig und falsch ist. Und nicht den Islam so beibringt und die verdienen sich Gold in der Nase damit. So etwas kenne ich gar nicht. Das hat mit Islam nichts zu tun. Und er ist so einer. Tut mir leid, ist aber halt so. Ja gut, also du akzeptierst ja trotzdem die Tafsire, die Hadithe, weil du bist der Sunnit, hast du ja gesagt. Ja. Na gut, dann ist das der Sunnit, so wie der Pia Vogel auch auf diese Hadithe und Tafsire zurückgreift. Und das ist ja das, was wir ständig dann auf allen Plattformen versuchen, den Muslimen zu erklären, dass eben die Hadithe und die Tafsire und den Koran suchen, eben bedenkliche Dinge beinhalten, die eben darüber muss man reden. Und nicht unter den Teppich kehren, was die meisten muslimischen Gelehrten enttun. Das ist die Suche 68, Vers 42 mit Allah, wenn er sein Bein offenbart und dass die Leute dann, wenn er das tut, dass sie dann halt anbeten, sich niederwerfen. Und das steht da ja im Koran. Und Mohammed sagt das ja auch in einem authentischen Hadith, dass da eben Allah wirklich sein Bein entlöst. Ja, aber das heißt nicht, dass wir die Wörter so nehmen, wie wir das lesen. Deswegen sagt man, es müssen mehrere Gelehrte sitzen und dann die Bedeutungen, weißt du, was da drin steht, die müssen auf ein Länder kommen und so musst du das aufnehmen. Und komischerweise, da sind die Leute, so wie per Vogel, ja, die nehmen das so, wie ich die vorhin gesagt habe, wenn da jetzt Hand drin steht, dann sagen die sofort, oh, hier steht ja Hand und bla bla, weißt du. Das sind so Sachen, was ein gesundes Gehirn sowas gar nicht aufnimmt, weil ein Kind wird sowas gar nicht verstehen. Das sind so viele Sachen, was man aufzählen kann. Das ist metaphorisch gemeint. Aber zum Beispiel, manche Koransuchen sind sehr explizit und bedarf, also die bedürfen auch keiner weiteren Erklärung. Also die sind sehr einfach und steht auch hier, zum Beispiel in Surah 24, Vers 33, da erlaubte Allah den Muslimen zu Hälterei und Prostitution. Zu was nochmal? Allah erlaubt in Surah 24, Vers 33, den Muslimen, dass sie ihre Sklavinnen zu Prostitution schicken können. Wenn diese Sklavinnen? Stimmt gar nicht. Zum Millionen, zum Millionen Prozent, zum Millionen Prozent. Der Islam, da sind, da sind, da sind irgendwelche Bücher, da sind irgendwelche Bücher, keine Ahnung, ob du das von Schiiten oder von irgendwelche, die so wie per Vogel solche Sekte genommen hast. Aber in dem Koran steht nirgendswo in dem Koran, dass es erlaubt wird. Hast du Koran dabei? Hast du Koran bei dir? Ne, habe ich gerade nicht, habe ich im Wohnzimmer, ich bin gerade in der Küche. Achso, okay, dann wenn du willst, kannst du es aufschlagen, dann kannst du es sehen. Kannst du das vorlesen oder so? Ja, Sekunde. Auf Arabisch oder auf Deutsch? Nee, auf Deutsch übersetzt, du kannst auch Arabisch, da steht dasselbe da. Na, suche 24, Vers 33, da erlaubte Allah eben den Dschihadisten, seinen Dschihadisten, dieses Frauen, die sie dann einnehmen, als Annehmer, als Kriegsbeute, dass man die zur Prostitution schicken kann, wenn diese Frauen nicht, also ehrbares Leben führen wollen, also nicht heiraten wollen und dass sie auch eben Geld verdienen wollen. Suche 24, Vers 33. Also da hast du eine falsche Übersetzung, wie ich die gesagt habe, weil das steht niemals, da verwertet ich meinen Kopf und meine Kehle darauf, dass das niemals in dem Islam... Dann lauf doch kurz im Wohnzimmer, du weißt ja bestimmt nicht im Wohnzimmer, dass du ein Auto nehmen musst, da hinzukommen, kannst ja kurz rüberlaufen und den Koran aufschlagen. Das Problem ist, bevor ich den Koran anfasse, muss ich... Ich muss nicht warten, wir warten gerne, wir warten. Wenn ich selber bezeugen möchte, ist das kein Problem. Wenn einer das selber bezeugen kann, dann soll er mir das kurz vorlesen. Ja, ich lese es dir vor. Lies mal vor. Und zwingt nicht eure Sklavinnen... Nein, du liest mir das auch durch, nicht die deutsche Übersetzung, das kann ein Jude, die auch geschrieben haben, das kann ich dir auch sagen. Weil niemals in dem Islam... Guck mal, wenn der in dem Islam sogar steht, der Prophet hat uns gesagt, wenn ihr sogar Geisel nehmt, Geisel, ja, dann musst du den sogar füttern und essen und trinken gehen. Ja, dann willst du mir erzählen, dass er sagt, hier schickt den auf den Strich oder was. Das widerspricht sich gegen den Islam, das wird niemals stehen. Nein, du kennst nicht in dem Islam. Das wollte ich dir gerade beweisen, dass du eben wirklich keine Ahnung hast von deiner Religion und Pierre Vogel eben hundertfach Ahnung hast. Leider muss ich das so sagen. Du bist in einer Walt Disney-Version von Islam. Und deswegen wollen wir solche Leute wie dich rausholen, dass wir dir sagen, diese Religion ist nichts für dich. Warum? Was wissen wir, wenn ich fragen darf? Ohne, dass du jetzt hier am Kochen bist. Du kannst auch ein bisschen ruhiger. Ich bin ein wiedergeborener Diener des Herrn Jesus Christus. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Ich kann mit dir wetten, du folgst niemanden. Schon wie du redest, weil dieses Hass von dir gerade so am Kochen ist, weißt du, ich merke das an einem Menschen und du bist gerade so. Nein, ich habe keinen Hass. Aber das merken wir, glaub mir das. Nein, ich bin neutral. Ich sehe dich und ich sehe Pierre Vogel. Und ich weiß, ich sehe, dass der Pierre Vogel wirklich dir überlegen ist, weil du wirklich keine Ahnung hast von der Religion. Weißt du, warum du das sagst? Weil du mir gerade, weil du den Islam gerade schlecht machen willst oder sowas, weißt du? Und weil ich das nicht wahrnehmen möchte, was du für ein Mist gerade erzählt hast. Guck mal, dein Name sagt mir schon, du kommst aus Iran und von den Leuten halte ich erst recht nichts. Weißt du, weil das sind Leute, die sogar ihre Ärsche verkaufen würden. Okay, dann red mal ein bisschen ruhiger und versuchst mir nicht... Sehst du, das ist dein Problem, du kannst nicht... Nein, das ist nicht dein Problem. Nein, das ist aber dein Problem, weil ich die sage, steht nicht im Koran und du... Es zwingst mir schwarz auf, was man... Lass uns gucken, was im Koran steht und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie erbar sein wollen, zu Hucherei, im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, altvergeben und barmherzig. Bruder, wie heißt die Suche nochmal? Wie heißt die Suche? Ich kann es nämlich... Ich glaube, 24, Surat Anur, Vers 33. Klasse 33. Genau, das obliegt dem Muslim selber. Wenn er Lust hat, kann er die zwingen. Wenn er nicht Lust hat, kann er es auch sein lassen, wie der Burkhardt der Muslim. Das ist dem erlaubt. Wenn er möchte, kann ich Ihnen auf Arabisch verzeihen, das ist Koran.com 24. Warte mal, ich schreibe mir das ganz kurz auf. Ja. Ich kann es verzeihen, kannst du selber lesen auf Arabisch. Warte mal kurz. Arabisch kann er ja, glaube ich, nicht. Er ist, glaube ich, ein Türke, oder? Woher kommst du da, 18? Ich? Du hast gut geraten. Ich bin Arab aus der Türkei. Arab aus der Türkei? Ja. Du kannst also, aber du musst doch Arabisch können. Ja, ich kann Arabisch, ich kann es gerne mit mir Arabisch reden. Ach so, hier gut. Oder Denning. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Wo wird das denn stehen? Sura 24, das ist Surat Anur. Warte, halt mal dein Handy andersrum. Ja. Nein, das war schon richtig so. Noch mal zurück. Wo der denn ist. Du hältst es auch im Kopf. Ja, ja, genau so. Er kann sagen, immer weiter und ich bewege es halt immer weiter, wie er es braucht. Sag mir noch mal, wo das drin steht. Ich gucke mal gleich selber. Also Surat 24, Surat Anur. Surat Anur. Surat Anur. Das sehe ich auch. Surat 33. Surat 33. Surat 33. Surat 33, ja. Okay, ich schaue mal gleich nach. Nur 5 Minuten. Surat Anur. Bruder Risa. Ich war bei der Vogel, ne? Der hat mich ja blockiert. Ich muss den anderen Akkord nutzen, um reinzugehen, ne? Ich bin nur reingegangen. Ich sehe schon, wie alle schreiben. Pavlos hoch, Pavlos hier, da. Und dann habe ich geschrieben, entblockier Pavlos. Dann hat er auf mich reagiert. Der so, ich kenne Pavlos gar nicht. Ich sage, was an euch ist das? Das hat mich einfach blockiert. Das soll mich mal entblockieren. Wahnsinn. Dann sagst du so, kennt mich nicht. Aber hat mich nicht blockiert. Er empfängt mich aber nicht, weißt du. Aber hat mich nur blockiert. Naja. Der würde niemals jemanden da reinlassen, glaube ich. Ja. Aber was dich betrifft, mein lieber Dark, du musst wirklich diese Religion wirklich kritisch untersuchen. Richtig kritisch. Nicht einfach oberflächlich. Du musst dich hinsetzen und in die Tiefe gehen. Bruder, sag mal, die Bibel. Hast du die Bibel schon mal gelesen, Dark? Hast du schon mal die Bibel in die Hand genommen? Weißt du, was da drin steht in der Bibel? Also, selber gelesen ist, aber ich höre das von vielen. Also, ich höre von vielen Christen, was da drin ist und was sie glauben. Und im Endeffekt, ich sage immer zu denen, weißt du, ich kann niemandem Messer am Hals halten. Jeder soll das glauben, was er für richtig hält. Weißt du, und ich greife niemanden damit an. Aber ich möchte auch nicht, dass einer den Koran angreift oder dass man uns Muslime als Terroristen oder als, keine Ahnung, Blabla Menschen darstellt. Umgekehrt auch. Ich sage dir ehrlich, wenn du das wirklich so siehst, wie Muslime, sei ich ehrlich, vor zig Jahren hatten nicht das Problem mit den Christen, sondern mit Leuten, die wir ungläubig genannt haben. Und das waren die Leute, die nicht an Jesus geglaubt haben, an Isaac oder wie auch immer, und an die Juden. Weißt du, was da drin ist? Aber du kannst doch nicht, du kannst nicht sagen, dass man dieses Buch kennt, wenn man mal von einem Christen was gehört, dann voneinander steckt doch die Mehr dahinter. Ich habe mit vielen Christen schon gesagt. Das ist egal. Keiner kann dir das vermitteln, wie wenn du selber die Bibel lest, wenn du so ehrlich mal wirklich lesen würdest. Einfach mal, ein Evangelium. Weißt du, du kennst ja immer nur Teile von einem Evangelium. Du hast doch nie ein Evangelium gelesen. Du hast recht, ich kenne wirklich nur Teile. Ich habe viele Sachen gehört. Weißt du, viele Sachen, sage ich dir, was gestimmt haben und viele Sachen, die ich für falsch gehalten habe. Das ist meine Meinung. Das kommt aber, guck, und das, pass auf, ich kann dir sagen, das kann dir vielleicht falsch kommen, weil du den ganzen Kontext von dem ganzen Evangelium, was die Bibel sagen möchte, nicht kennst. Und deswegen kommt dir das unglaubwürdig vor, oder der kommt es vor, dass du es nicht glauben kannst, und du sagst, das kann nicht sein. Aber wenn man das Buch liest, es gibt dir ein viel mehr. Du verlierst doch nichts. Du verlierst nichts, wenn du, das ist sowieso erlaubt, dieses Buch zu lesen, und du musst sogar dran glauben. Also tust du nicht mal sündigen, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst und liest. Warum, wenn ich den lese? Ich glaube ja nicht, ich muss nicht daran glauben. Ich kann das lesen, um zu sehen, was die glauben. Das ist genauso, wenn du jetzt meinen Koran liest, und um zu sehen, was da drin steht. Warte bitte, im Koran steht drin, dass du das glauben musst. Du musst an den Injil und an den Toraa glauben. Zurück hier warst 50. Ja, aber guck mal, ich sag dir, eine Sache, an den Injil und Taurat und Sabur, haben wir damals Muslime geglaubt, bis irgendwann die Zeit gekommen ist, jetzt zum Beispiel, jetzt in der Kirche, da gehst du einmal in der Kirche, in der Kirche, da holst du den Bibel, den Bibel, und in jedem Bibel steht was anderes. Und nur in dem Koran steht, egal woher du einen Koran holst, da steht immer dasselbe drin. Marc, habe ich einmal das Wort Kirche in den Mund genommen? Bitte? Habe ich einmal das Wort Kirche in den Mund genommen? Nein, ich habe dir gesagt. Ich rede, ich rede, pass auf, wir sind nachvollziehbar zu Christi. Für uns, wer in eine Kirche gehen möchte, oder glauben möchte an eine Kirche, der kann das machen, ist mir egal. Aber wir glauben rein an die Bibel. Wir glauben das, was die Bibel uns sagt. Und ich kann dir sagen, dieses Buch ist viel mehr als nur so, wenn mein Herr der Ringe lesen würde oder sowas. Weißt du, das gibt es, das hat viel, es geht viel tiefgründiger. Und du musst sogar, du kannst es lesen, du kannst es, du darfst eigentlich nicht mal in diese Bücher 2, weil der Koran sagt euch das. Du kannst es lesen, du darfst nicht mal in die Sünde machen. Ja, in der Bibel, wo Jesus gegeben hat. Aber wir nennen den Issa. Diese Bibel, was Jesus in der Hand hatte, das war für uns die wahre Islam. Verstehst du? Aber danach, was danach gekommen ist. Da Jesus hatte doch kein Evangelium, wo er weitergegeben hat. Das ist, das sagt, warum glaubt er so was? Warum glaubt ihr, dass der Herr irgendwas geschrieben hat und dann gibt es die Bibel nicht. Warte mal ganz kurz, bitte. An diese Diana, die gerade ganzheit schreibt, ich habe den Koran nicht gelesen. Lass uns einfach bitte, wir unterhalten uns gerade hier mit den Jungs. Ich beleidige niemanden. Wir sind ganz normal am Reden. Vergiss die Kommentare. Aber wir schreiben immer dasselbe, das geht nicht von der Früge. Ich weiß nicht, was dir geschieht, weil ich nicht drauf gucke, aber ich hoffe, ich hoffe, ich konzentriere. Weil ich möchte, dass du das mal aus einer ganz neutralen Seite siehst, weil du sprichst vieles nach, was man hört, aber du selber von mir aus hast du nicht geprüft. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe, bis heute sage ich dir, ich habe nie, oder wir haben niemals, guck mal, wir sind ja nach Deutschland gekommen. Deutschland ist kein islamisches Land. Und wir sind nach Deutschland gekommen. Wir sind dafür dankbar, ich rede nicht von allen, ich rede von mir als Person. Ich bin dafür dankbar. Ja, guten Abend. Guck mal, die sind Christen, die haben mich aufgenommen, die haben mir mein Essen, mein Trinken gegeben und die haben mir das Dach über den Kopf gegeben. Ja, ich bin dafür dankbar, ich greife die nicht an. Aber Leute zum Beispiel, die reinkommen, die andere Religionen haben, als Moslems, ja, und uns beleidigen und das. Ich lese den Koran, ich gehe beten, ich tue niemandem was an. Da, wo ich arbeite, sind so viele Christen, ich verstehe mich mit denen gut. Ja, jeder glaubt seine Glaube. Gut ist, aber. Aber Dark, 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 ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ohne, ich möchte dich nicht beleidigen, ich sage dir ganz ehrlich, dann bist du kein wahrer Muslim. Richtig, Dark. Warum, Ministerin, dann gib mir bitte einen Grund, warum du das Wort wahrer Muslim... Pass auf, pass auf, ich habe dir gesagt, ich habe dir noch extra gesagt, ich will dich nicht beleidigen. Habe ich dir eine Frage, ich will dich nicht beleidigen. Warte, ich habe eine Frage. Bitte, einer nach dem anderen. Wir haben genug Zeit, bitte eins nach dem anderen. Ich habe kurz eine Frage, bitte. Eine Frage. Kennst du Jineb? Also, kennst du das, diese Jineb? Jineb? Ja. Ja. Was ist das denn, erklär man? Jineb, wenn einer, willst du jetzt sagen, mit einer Frau geschlafen hat und sich nicht gewaschen hat? Oder was machst du? Ja, genau. Und darf man, darf man als muslimischer Ehemann mit seiner Frau, wenn die Menstruation hat, sogar zusammen baden, baden, darf man das als Muslim? Nochmal, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Wenn die Frau ihre Tage hat, ihre Menstruation, darf man mit dem muslimischen Ehemann zusammen baden, obwohl die die Menstruation hat? Also, da fragst du mich gerade, war ich jetzt, ich bin ehrlich zu dir, ich will dir keine falsche Antwort darauf geben. Ja, okay, wenn du keinen Antwort geben hast, dann hat das ja keinen Sinn, ne? Weil, guck mal, diese Jineb und so weiter, diese Menstruation, das geht halt dreckig, weil die Frage habe ich... Dann darf man doch nicht, dann darf man doch nicht zusammen baden oder sonstiges, das geht ja gar nicht. Richtig? Guck mal, äh, also ich kenne das so. Guck mal, hier einer hat reingeschrieben, man darf es nicht, bis ihre Tage vorbei sind. Genau, genau, das ist ja wirklich so. Guck doch mal, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Ja, Ruli? Ja, Ruli, was hast du gesagt? Ja, es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage. Nee, wie, es gibt keine richtige oder falsche Antwort? Also, man darf das nicht, richtig? Ja, guck mal, die einen Muslimen sagen so, die anderen Muslimen sagen so. Nee, wie, die anderen Muslimen, du sagst doch nicht mit deiner Frau zusammen, wenn die doch mit der Sohn hat, noch die Islam. Ja, Digga, ich bin kein Muslim, aber ich weiß ja jetzt genau, dass die Muslime sich untereinander über sowas streiten. Da sieht man so an diesen Sunniten und diesen Schiiten, die glauben alle an denselben, an dieselbe Geschichte, sag ich mal so. Einer streit, warte bitte, wer geht mit einem Baden, wo ihre Tage hat? Ja, frage ich mich auch, aber Mohammed hat es getan in Sayyar Bukhari, 299, 300 und 101, da steht, Aisha berichtete, der Prophet Mohammed und ich nahmen ein Bad aus einem einzigen Topf, als wir Jinnüpf waren. Während der Menstruation, während der Menstruation befahl er mir, ein Isakleit, das unterhalb der Teile getragen wird, anzuziehen und pflegte mich zu streicheln. Während ich in Idkav war, ne, ich da war, brachte er wie gewöhnlich seinen Kopf in meine Nähe und ich würde ihn waschen, während ich meine Periode Menses hatte. Mohammed hat es gemacht. Mohammed war ihm egal. aber, aber das sind auch Sachen, was irgendwelche Leute gestrichen haben, da musst du nicht direkt glauben. Was war noch mal, Jinnüpf? War das nicht so Geschlechtserkehr und danach ist man so dreckig? Ist das richtig? Unrein, ja, ja, genau. Unrein, warum hat Mohammed mit Aisha Geschlechtserkehr gehabt, obwohl die Menstruation hatte und ich glaube, das war sogar noch ein Ifta, ne, also ein Ramadan und so weiter. Okay, den Ifta kannst du ruhig machen, habe ich noch gehört. Aber die war doch Menstruation hier, ne, und da haben wir es oder meinen Arzt genommen. Ja, da sind auch Sachen, was irgendwelche Leute geschrieben haben und dann haben wir es. Bukhari, 299, 300, 101. Ich habe noch mehr Sachen, ne, was Mohammed und Aisha so alles getan haben. Was ist das denn hier? Aber, lass dir Mohammed auch machen. Guck mal, wenn er die Aisha damals geliebt hat vor 1400, 1500 Jahren, dann können wir doch auch mit ihr zusammen baden gehen. Ja, aber laut Islam ist das verboten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen immer laut Islam gehen, nicht laut menschlichen Wegweins. wenn wir jetzt laut Islam gehen, dann streiten sich die Muslime doch schon untereinander. Es geht auch schon damit los, dass sich Sunniten und Schiiten untereinander streiten, wer die Rechten mit ihr... Oder die Vierrechtsschulen, die immer uneinig sind. Immer, wenn man eine Frage stellt, den Arab-Dubara, ja, die Vierrechtsschulen sind sich uneinig, also die Gelehrten sind sich immer uneinig. Einer sagt so und der andere so, einfach so verschiedene Antworten. Die sind sich immer uneinig. Ob es jetzt Muslime sind oder Christen oder Juden, es gibt immer unterschiedliche, verschiedene Glaubensauslegungen, Glaubenslehren, wie auch immer. Rolly, Bruder Reza, Bruder Reza, diese Dschündeten und so, erzähl mal ein bisschen was davon. Was ist das hier so alles? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, man darf sich ja laut Islam nicht den Frauen nähern während ihrer monatlichen Reinigung. Man muss das abwarten, bis die wieder ihre Reinigung hinter sich haben, ihre Menstruation. So ist es ja auch überliefert, dass zum Beispiel Mohammed mit einer einzigen Waschung mit allen seinen Frauen in derselben Nacht geschlafen hat, hintereinander. Mit einer einzigen Waschung. Fertig. Oder der macht zusammen mit Aisha einen schönen Bad nach den Genüb, wo die Menstruation hat. Oder die tut seinen Kopf zwischen ihrer Beine während die Menstruation hat und beten zusammen und fasst sie noch so an. So ist alles okay, alles normal. Warticke, aber warum geliebt, wenn der Prophet, dieser Prophet Mohammed von den Muslimen diese Frau geliebt hat, diese Aisha, was spricht denn dagegen? Ich war neun und sechs Jahre alt, ich war sechs und sie war neun und hat ein Geschlechterkirr und war mit mir 50. Ja, ne, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist ein Thema, Zu dem Zeitpunkt, sie war 50 Jahre alt und die Aisha war sechs Jahre alt. Ja, wenn das wirklich so stimmt, das ist mega schräg, also das ist... Das ist Herr Bukhari, 6,1, Herr Bukhari, Sunder Nassai 3378. Da stand drin, Aisha berichtete, ich muss selber überlegen, ich war sechs Jahre alt, als ich den Gesandten Allahs, den Apostel Gesandten Allahs heiratete und mit neun habe ich mit ihnen die Ehe vollzogen. Ja, aber es gibt wieder Muslime, die erzählen, dass Aisha 18 war. Nein, da gibt es keine Ahnung, der Bukhari, Sunder Nassai, Sunder Nassai, Sunder Nassai, Sunder Nassai, Abu Dhabu. Das sind Friedrichquellen, das sind die Sterne. Die Eiche selber sagt es auch. Die Eiche selber sagt es ja auch. Das sind die Muslime, die gar keine Ahnung von ihr, selbst Abdu Baratow gesagt, ja, die ist sechs gewesen und neun, ja, und? Dann sagt einer, was ist die weiße Tente? Ja, Mohammed hat es geträumt. Bei Mohammed hat es geträumt, wenn er ein Traum gibt, dann ist es wahr. Guck mal, die Muslime, die streiten bis heute darüber, wer die rechtmäßige, ich sag mal Thronfolge oder das rechtmäßige Prophetentum von Mohammed angetreten hat. Ob es jetzt dieser Ali war oder dieser andere Typ da. Aber von den Muslimen ist es so nie die echten. Das sind ja 90 Prozent der Muslimen. Aber davon gibt es auch nochmal Abspaltungen. Nochmal Salafis, nochmal, die streiten sich die Leute wieder leisten. Also warum soll man das an diesem Eiche-Thema festmachen, sag ich mal so? Auch wenn es schwer verwerflich ist. Wenn Eiche wirklich sechs oder neun war, dann muss man sehen, warum. Das ist ja das Tatwandel an der Geschichte. Und nicht nur das, sie wollte gar nicht mit dem Heiraten. Die hat sogar Panik bekommen. Die war sogar krank drei Jahre lang. Die hatte ihre Haare ausweihbekommen, Fieberkrampf und sowas. Und Mohammed heute trotzdem. Bruder, lese ihn mal in Suche 65 Vers 4 vor, mal sehen, was er versteht. Ja, Suche 65 Vers 4 steht ja auch drin. Das ist auch für alle Muslime, nicht nur für Mohammed. Dürfen die, Suche 65 geht es um die Scheidung. Und da gibt es einen Bericht, wie lange die Wartezeit ist, bevor man sich scheiden lässt und so weiter. Und da ist Kinder gemeint, die keine Menstruation haben, nur nicht das Alter der Pubertät erreicht haben. Sechsjährige, Babys, es können alles sein. Und die dürfen mit den muslimischen immer verheiratet sein und geschlechtsverkehrt haben. Die müssen ein bisschen gemästet werden, wie Aisha zum Beispiel. Die Mutter hat ja Aisha gemästet. Sie haben auch in Sayyar al-Bukhari, bevor die Mohammed abgegeben worden ist, dass sie ein bisschen dicker wird mit Datten und Gurken. Und sie gemästet. Datten und Gurken. Genau, Datten und Gurken. Und damit die überhaupt nicht den Geschlechtsakt mit Mohammed überleben kann. So eine kranke Ideologie ist das auch noch. Und dann kommt die Muslime aus der Ecke. Hör auf, so zu reden. Was ist das? Und dann sage ich, nein, es ist nicht unsere Meinung. Es sind olden Hadithe. Ja, aber guck, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Islam so eine barbarische Religion ist, wie das, sag ich mal, unser Eins annimmt, dann kann man diesen Muslimen auch wieder nicht übernehmen, wenn die sagen, dass das Christentum so eine barbarische Religion ist. Weil genauso wie wir in den muslimischen Schriften oder in diesen Schriften vom Koran irgendwelche Dinge finden, die wir verurteilen können, genauso finden diese Muslime auch in unseren christlichen Schriften etwas, was... Die finden ja nicht in christlichen Schriften die Bibel ist rein und unmoral. Also voller mit Moral und so alles so richtig, alles mit seinen Grenzen. Und das findest du nie. Aber mal halt schon. Komm, erzähl mal den guten Roli, dass Eichler sechs Jahre alt war und mit neun sogar den Geschlechtsakt mit Mohammed vorgebracht hat. Du egal, ich kenne die ganze Story. Ich weiß Bescheid, alles gut. Okay, alles gut. Aber ich hab auch schon mal mit einem Muslim diskutiert, der hat mir erzählt, dass... Okay, warte doch mal ganz kurz. Pablo, schau mal eine Frage an dich. Was ist mir mit Korinther 15, Vers 36? Erklär mir das mal. Nochmal? Welcher Bibelfers? 15, 36. Ja, was ist denn 15, 36? Was ist denn 15, 36? Korinther, 2. Korinther. 2. Korinther? Ja. Ja, was steht denn da? Erzähl mal, komm, ich vertraue dir. Erzähl doch mit der Kinderehe. Erzähl doch mal. Ist da gar nicht Kindererehe? Ja, welcher Kinderehe ist da? Was steht denn da? Erzähl dir immer aus Korinther. Ich hab das jetzt nicht vor mir. Du hast das ja vor mir. Ja, doch, erzähl doch. Komm, du musst doch Sachen vor dir liegen haben. Ich frage dich. Du bist doch belesen in deiner Schrift. In deiner verfechtlichen Schrift, nicht ich? Ja, dann gucke ich jetzt nachfällig und lese jetzt vor. Und dann sehen wir, dass du wieder natürlich null Ahnung von der Bibel hast. Pass mal auf, ich gehe jetzt gleich raus. Aber was ich noch sagen möchte, ist, der Punkt ist der, dass wir Christen oder wir Muslime untereinander immer Verfechtungen, immer Probleme in unseren Schriften finden. Und ich bin der Ansicht, man sollte das auflösen und einfach mal erkennen, dass wir alle an den selben Gott glauben, dass wir alle an den Schöpfer glauben. Ich glaube, ich ernähre mich aus dem Glauben. Ja, dann streitet ihr wieder. Nein, Wolli, das tut mir wirklich nicht, Wolli. Dann solltest du die Schrift lesen, Wolli, bevor du das sagst. Wolli, du musst die Schriften lesen und dann vergleichst du und dann siehst du, das ist nicht der gleiche Gott. Unser Gott verlangt keine Unterwerfung. Unser Gott spricht von Liebe und der andere spricht von Unterwerfung. Und du weißt nicht, ob du gerettet bist. Du bist nur gerettet, Inchallah. Und bei uns hast du... Amo Marke, welche Korinther? Amo Marke, welche Korinther? Pass mal auf, man findet in den christlichen Geschichten genauso Verfehlungen wie in den muslimischen Schriften. Das ist der Punkt. Nein, gibt es nicht. Amo Marke, gib mir Korinther bitte. Erschwängert sie. Jesus erschwängert sie. Ja, erzähl kein Quatsch. Jetzt komm bitte, gib mir jetzt Korinther. Ich hab denen festgegeben. Ja, sag doch nochmal, ich hab den vergessen. 1536. Ja, welche? Erste Korintherbrief, zweite Korintherbrief. Ich glaub, das war der erste. Erste? 1536. Warte, ich muss nochmal schauen. Ich schau mal nach. Ja, wir als Menschen maßen uns an, die Deutungsruhe zu behaupten, aber keiner von uns hat die Deutungsruhe zu behaupten. Das geht drinnen, du gedankloser. Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Ja, bitte schau. Das ist dein 1536. Ja. Haben wir es gesehen. Na, haben wir es gesehen. Deine Gedanklosigkeit. Abomarch. Habe ich jetzt gerade geprüft. Ja. Da merkt man, dass du gar keine Ahnung hast. Es gibt keine Kinderehe in der Bibel. Matthäus Kapitel 18 sagt sogar, der Herr Jesus Christus selber, wie er den, der ist nur ein Anschluss der Sünde, sei gegenüber einem Kind. Viel ist es besser gewesen, einen Müllenschlag am Heil zu bekommen und ihn für die Meere geschmissen zu werden. Das wäre besser gewesen. Okay, Carlos, wie alt war Maria, als sie Jesus bekam? Ja, dann gib mir jetzt den Alter aus der Bibel. Gib mir den Alter, aber gib mir die Bibel fest. Ich bin hellhörig. Wie alt war Maria, als sie Jesus bekam? Ja, ich bin hellhörig. Gib mir den Alter. Jungs, ihr müsst doch einfach mal erkennen, unser Schöpfer, der wird nicht gewollt haben, dass wir uns untereinander streiten. Und das ist doch der Punkt. Der Schöpfer hat gesagt in Epheser 5, Vers 11, wir sollen keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben, sondern aufdecken. Und das tun wir. Und prägen dabei das auch Gottes. Und wir decken vom Christentum auch von dieser falschen Sekte, die Menschen. Ja, du hast keine Ahnung. Jetzt gib mir, guck mal, ich gebe eine Quelle, da wusste deine Quelle. Ich habe dir gesagt, wie alt war Maria, als sie Jesus bekam. Nochmal. Ja, sag mal bitte, sag du mir den Alter. Ja, hier steht kein Alter in der Bibel. Was hast du herausgefunden? Laut christlichem Gelehrten, was sie zwölf Jahre alt hat. Nein, 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 laut Bibel, bitte. Laut christlichem Gelehrten, was sie zwölf Jahre alt hat. Was die christliche Gelehrten, laut Bibel, bitte. Aber mal, die Bibel, das Christentum ist ja nicht wie bei euch mit Gelehrten. Okay, dann antworte mir von der Bibel. Antworte mir mal. Ja, wo ist das? Lieber beschreibt das Alter von Maria nicht. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, im Islam. Ja, was sie gelernt hat, wir sind nicht beim Islam. Wir sind schon wieder nicht im Islam, die Mehrheit der Gelehrten. Sie war zwölf Jahre alt. Ja, in deinen Gedanken war sie zwölf. Du suchst immer verzweifelnd irgendwas von dem Christentum. Egal, Gottes Segen, meine Lieben. Morgen hören wir uns wieder. Nein, schau doch, schau, 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 schau. Google mal, wie alt man ist. Oder leserlich. Für mich ist doch die Bibel, was zählt, und nicht was gucklen. Dann schau doch, wie alt Maria war. Jungs, das steht der Punkt. Maria war, Maria war, Maria war, laut einem Kirchenväter zwölf Jahre alt. Ja, die Kirchenväter wird dahin gehen und hingehören. Jungs, der Punkt ist einfach, ja, pass mal auf, ob ihr jetzt Muslime oder Christen seid, glaubt ihr, dass der Schöpfer das gewollt hat, dass wir uns untereinander streiten, wir haben Rechtes? Du musst die Wahrheit verteidigen. Du darfst nicht zulassen, dass die Wahrheit aufweicht. Ja, und die Wahrheit ziehen wir uns aus diesen über tausend Jahre alten Schriften, ohne wirklich zu wissen, was der Schöpfer wollte oder was er nicht wollte. Wolli, die Wahrheit ist, dass es keinen anbetungswilligen Gott gibt, außer dem einzigen Gott Allah, und dass alle Propheten von ihm gesandt wurden. Dann nenne mal die Namen von allen 144.000 Propheten. Wenn du so ein guter Muslim bist, dann musst du auch die Namen kennen. Die stehen doch gar nicht im Koran, 124.000. Die stehen vor von 20 nur im Koran. Aber es sind 144.000. Nein. 124.000, du Jel. Entschuldigung, 124.000. Oh, Entschuldigung. Nenn mir die mal. Wie gesagt, Allah hat viele Gesandte geschickt. Und die wichtigsten stehen im Koran. Denen auch ein Buch gegeben wurde, vor allem. Die fünf Menschen. Denen allen wird ein Buch gegeben. Oder nur deinem. Abraham, Moses, Jesus. Abraham, Moses, Jesus, Mohammed und David. Mit den Psalmen, was ihr nennt. Und welches ist das wahre Buch? Und welches ist der wahre Prophet für dich? Du verwirrst doch die anderen. Alle Propheten sind wahre. Aber du verwirrst doch die anderen. Weil die anderen haben doch den Herrn prophezeit. Und du verwirrst die. Welchen Herrn haben sie prophezeit? Die Propheten, die du aus der Bibel genannt hast, die haben den Herrn Jesus Christus prophezeit. Okay, steht nicht im Alten Testament, dass Gott es hasst, Menschenopferung zu machen? Ja. Okay, und warum soll dann Jesus dann später kommen und sich opfern für die Menschen? Oder für die Sorge? Es geht um das gewaltsame Opfern von anderen Menschen, die nicht opfert werden wollen. Der Herr Jesus ist ja in diese Welt gekommen, sagte er zum Beispiel in Johannes Kapitel 10, Niemand nimmt mein Leben von mir, ich lasse es freiwillig. Ich habe die Macht, es zu lassen, und ich habe auch die Macht, wieder das Leben an mich zu nehmen. Das heißt, der Herr Jesus hat sich selber aufweckt vom Toten. Das ist Gott, der sich selber von Toten auferweckt. Das heißt also, er lässt es freiwillig. Du kannst es nicht von ihm leben. Zum Beispiel, wenn du dich für dein Kind opfern willst, weil du es schützen willst, weil jemand zum Beispiel auf dein Kind schießen will, und du schmeißt dich davor und nimmst die Kugel auf dich, weil du das Kind liebst, und du stirbst für dein Kind, weil du dein Leben hingibst aus Liebe für dein Kind, und du stirbst für das Kind, dann hast du freiwillig entschieden, aus Liebe, dass du dein Leben opferst, um das Leben deines Kindes zu retten. Wo ist die Prüfung hier? Wo ist die Prüfung, Reza? Die Prüfung erreicht, wo wir uns untereinander streiten, wer am Recht ist. Das ist die Prüfung. Und hier gibt es alle den Fehler, was treibt, was soll ich? Was, wie bitte, Reza? Welche Prüfung meinst du genau? Die Prüfung, laut Christentum, was ist denn die Prüfung von euch? Also ihr kommt ins Himmel, wenn ihr an den Opfertod von Jesus glaubt, oder? Nein, Jesus ist wiedergeboren. In den christlichen oder muslimischen Schriften steht ein Jungs vor drin, dass man so viel richten soll, oder urteilen soll. Was? Johannes 3, Vers 3 sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, werdet ihr nicht das Reich Gottes sehen. Also es geht darum, dass wir der Welt absterben und der Sünde und frei gemacht werden und dann haben wir das ewige Leben. Du musst aber der Sünde absterben vorher. Dann bekommst du deine Freiheit. Und das ist die Prüfung, ja? Ja, und dann fängt die Prüfung erst an. Und dann musst du bestehen. Okay, und die Prüfung fängt an mit was? Du bist doch gesichert. Da kämpfst du gegen die Welt, da kämpfst du gegen die Sünde, gegen das Böse. Da bist du 24 Stunden dann in der Prüfung. Welche Sünde? Die Prüfung steht darin, dass man gegen Anderswebe gekämpft, oder wie? Die Sünde ist frei geworden worden. Nein, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, sehen wir. Gegen die Gewalt, gegen die Gewalt, gegen die Verheerste der Finsternis in den himmlischen Örtern. Das heißt also, die dämonischen Mächte, die hier ihr Wesen treiben, ihr Unwesen treiben hier auf der Erde und auch Menschen für sich in Anspruch nehmen und sozusagen durch diese Menschen wirken, das Böse hier auf der Erde. Gegen diese Mächte kämpfen wir, die auch zum Beispiel Ehelehren verbreiten, verschiedene Religionen aufstellen, um eben von der Wahrheit des Evangeliums, des Herrn Jesus Christus, ablenken. Bruder, wenn ich noch was hinzufügen darf, wir kämpfen noch gegen die Sünde an, weil uns die Sünde, warte bitte, wir kämpfen noch gegen die Sünde an, weil die Sünde uns viel mehr bewusster ist. Das glaube ich. Natürlich, erst dann fängt der Kampf zum Beispiel gegen die eigene Sünde an, was wir vorher die ganze Zeit gesündigt haben in der Welt, bevor wir wiedergeboren wurden. Das war für uns überhaupt kein Problem, jede Sünde zu tun. Wir haben richtig Freude gehabt an der Sünde. Also Pia Vogel, was ist denn das für eine Message? Was wollt ihr einmal sagen? Mit dieser Kreuzes-Pose sagte eben, dass der Herr Jesus der wahre Boss ist. Abonagi, wie fandst du die Antwort? Abonagi, verlass deine Religion, Abonagi, und bring deine Sicherheit. Danny, ich heiße nicht Abonagi. Entschuldigung. Danny, ich heiße nicht Abonagi. Ja, ich habe das gerade voll verwechselt. Also da ist er, ich habe mich gerade total verwechselt. Da steht Abonagi, ich verstehe nicht, warum du das nicht. Abo, Abo. Ich will dir was in der Liebe sagen. Abo, ich will dir was wirklich in der Liebe sagen. Guck mal, wir wollen, guck mal, wir möchten, auch, dass eure Seelen gerettet werden. Und wir lieben ja auch die Muslime, wir lieben alle Menschen und wir möchten auch diese Botschaft weitergeben. Der Bruder Riese hat ja gesagt, in Johannes 3, Vers 3, da sagt ja, hat der Herr Riese ja gerade gesagt, wenn jemand, also wenn jemand nicht von neu geboren wird, er kann das Reich Gottes nicht sehen. Es ist eine geistige, also eine geistige Wiedergutung, dass du den Heiligen Geist Gottes empfängst. Und dieser Kampf mit der Welt, wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut, zu kämpfen, sondern mit dieser geistigen Mächte. Mit Satan, seine Dämonen. Dann fängt ja auch erst richtig der Kampf an. Wir kämpfen ja dann auch gegen die Sünde an. Und es ist immer so traurig, dass Muslime immer sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr habt einen Freischein. Nein, wir wollen das gar nicht. Wir kämpfen gegen dieses Dämon. Ja, das stimmt. Ihr habt ja den Freischein in den Zirnfeuer. Okay, weiter? Ja. Warum sagen sie so was? Das ewige Leben. Warum erzählst du mir jetzt so? Paul Schreit. Rolly, das sind nur Worte, die treffen mich. Keine Sorge. Wir sind ganz liebliche Menschen. Lass ihn reden. Der ist uns sympathisch. Wir versuchen den eigentlich zum Herrn zu bringen. Da versteht es nur nicht, dass wir nur sagen, was mich so stört, dass ich euch gegeneinander verurteile, dass ich euch gegenseitig versuche, irgendwas zu bringen, was ihr gar nicht seid. Der ist ein Herrn, der aus seiner Jugend hat gewonnen hat. Rolly, lese mal die Bibel. Lese mal die Bibel, bitte. Ja, Bruder, ich habe sie gerne gelesen. Aber hast du die Bibel richtig gelesen? Hast du die Bibel dann auch richtig gelesen? Welche Bibel hast du gelesen? Natürlich, Bruder. Ich habe auch den Choral schon gelesen. Und da ist dir kein Unterschied aufgefallen vom Geist her? Natürlich, da ist mir auch so ein Unterschied aufgefallen, wie wenn ich die Tora oder die dazugehörigen Schriften gelesen habe. Ja, die Bibel besteht ja aus der Tora und das Neue Testament. Also das alte Testament, das Danach-Tora und das Neue Testament. Richtig. Genau. Und den Choral, der Unterschied hat es nicht geweckt, dass es nicht mehr ist. Nee, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr eigentlich alle denselben Schöpfer anbetet. Nee, wir beten nicht einen Menschen an, Herr Bauke. Ganz kurz. Okay, Menschen, Schöpfer. Schöpfer bedeuten doch nicht Mensch, du ja. Aber unser Schöpfer ist ein Mensch geworden, die war, die Stimme, die Bibel, 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 Johannes 1,1, das Wort, und das Wort, und das Wort, oder Fleisch, und lebte unter uns. Warte mal, Gott, Jesus Christus ist der ewige Gott und daran glauben, die Muslime nicht. Genau. Wir glauben daran, dass er ein Prophet ist, aber aus zwei verschiedene Wege. Das ist, wenn du sagst, die A3 und die A3, ein Prophet, und die A3 nach Süd, und die A3 nach Süd, und die A3 nach Süd, und du kommst dann nach Kiel an. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Botschafter Gottes, oder nicht? Aber auch, Leute, Jesus ist mehr als ein Prophet, er ist der ewige Sohn Gottes, Gott selbst. Sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also steht ja auch in der Bibel. Genau, der Vater hat den Sohn gesagt. Philippa 2,5 bis 11, er äußerte sich, wurde Mensch und vergab Sünden, nur Gott ist in der Lage, Sünden zu vergeben. Also sprechen wir hier von Gott selber inkarniert. Ihr kapiert das einfach nicht, ihr streitet euch über solche Nichtigkeiten, das, guck mal, diese ganzen Schüttel, die sind über, hör doch mal zu, hör mal zu, die sind, das sind alles über 1000 Jahre her. Nein, das Wort Gottes ist lebendig und ist über Zeit und Raum, lieber Rolly. Also ich sage dir mal, die Prüfung im Islam, wie sie aussieht, ja? Die Prüfung im Islam ist so, im Koran steht geschrieben, in Sura 60, ich glaube, Sura Al-Mulk sagt Allah, der, er, der das Leben und den Tod erschuf, damit ihr euch prüfe, wer die besten Taten begeht. Ja, also, bist du bereit, ins Paradies zu kommen? Abu Majin, kommst du ins Paradies? Bist du bereit? Wie bitte? Ja, kommst du ins Paradies, du weißt ja, was du machen musst. Kommst du ins Paradies? Ja, Allah Subhanallah sagt im Koran, wa ma khalaqtu al-jin wa al-lali ya'abudu. Aber antworte doch bitte, ich habe dich gefragt, du weißt, was du zu tun hast, also mach das, kommst du ins Paradies? Ich habe dir eine Gegenfrage gestellt, ich habe gesagt, Nein, du kannst doch nicht eine Gegenfrage stellen, wenn ich dir eine Frage stelle, ich habe dich gefragt, kommst du nicht, du weißt, was du zu tun hast, kommst du ins Paradies? Ja, Allah sagt, wie gesagt, ich sage es auf Deutsch, er hat die Menschen und die Djinns erschaffen, nur damit sie mir dienen. Nein, das kann er doch nicht sagen, weil kein Muslim weiß, ob er in den Himmel kommt, das ist ja eine Gotteschlästerung, nur Gott weiß das, also was soll Amo Majin die da sagen? Natürlich nicht, natürlich weiß es nicht. Der muss sagen, Inshallah. Inshallah, genau. In Sora Fusil, jetzt steht ja, wenn ihr am Tage des höchsten Gerichts wieder auferweckt werdet, so habt keine Angst und fürchtet euch nicht, denn die Engel werden euch mit einer frohen Botschaft erlangen, für die Gottesdienst. Also kommst du ins Paradies, also weißt du, du kommst ins Paradies. Guck mal, die Christen, die aus dem Benehmen. Ja oder nein, weißt du oder weißt du nicht? Ja, ich komme ins Paradies, sicherlich. Wer holst deine Prüfung, holst deine Prüfung, wenn du weißt, dann hast du Freifahrtschein. Nein, Reza. Der Prophet, a.s.a. 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 hat gesagt, jeder, der mit den Worten kommt ins Paradies. Weißt du, was Johannes 14,6 sagt? Ich bin der Weg, du hast ewiges Leben und jetzt kannst du sie auch auslassen. Aber manche Liebe sagt, in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Und da hast du doch direkt, direkt Fahrschein. Durch den Herrn. Ich bin der Weg, folge dem Herrn. Lege deine Sünden ab, du Buße, du Buße, lege deine Sünden ab, wird deine Sünden dir bewusst und lebe, wie der Herr das möchte. Okay, aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn er gesagt hätte, ich bin, ich bin das Ziel, ich bin der Einzige, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch mich. Was genau genau ist das Weg, das wird es noch machen. Kannst du Deutsch oder bist du ein Sonderschüler? Was bedeutet, ich bin der Weg? Ich bin kein Weg. Guck mal, jetzt sagst du, der Herr segne sich. Der Weg wohin? Der Weg wohin? Guck mal, Jungs, betrasche das doch mal so, es gibt zwei Bücher. Mohammed Ali Sadhu Salim ist auch der Weg. Moses ist auch der Weg. Es gibt zwei Bücher. Nein, aber nicht. Keiner von denen hat gesagt, ich bin das Leben. Das hat nur Allah gesagt. Allah hat gesagt, ich bin das Leben. Das ist der Titel von Allah. Keiner hat gesagt, ich bin der Erste und der Letzte. Der Unterricht von der Ahl. Hat keiner gesagt. okay. Wohl, Wohl, okay. Wow, du hast zwei arabische Wörter gelernt. Guck mal, ihr müsst mal darüber geht es doch gar nicht, aber es geht auch um die Wahrheit. Okay, ihr müsst mal erkennen, ihr streitet euch darüber, welches Buch im Recht ist, ob es jetzt der Koran oder die Bibel ist. Warte mal, Wolli, wir streiten uns gar nicht. Also ich rede ganz normal mit denen. Wolli, du müsst jetzt eins verstehen, dass es nach dem Tod weitergeht. Und wir haben ein Glauben, wie es nach dem Tod weitergeht. Guck mal, kennst du dieses Cola-Pepsi-Prinzip? Nein, das ist nicht Cola-Pepsi. Das ist viel mehr als Cola-Pepsi. Hören wir mal bitte ganz kurz zu. Da geht es nur darum, dass der Herr sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, nur durch ihn. Wer nicht von Neuem geboren ist, wird das Himmelreich nicht sehen. Das ist das, was der Herr in der Bibel sagt. Aber wer das nicht macht, der Herr, wenn einer das nicht macht und daran nicht glaubt, dann kommt der nicht im Himmelreich für uns. Das ist diese neuen, moderne Götter, die sich die Menschen da bauen und sagen so, ja, wir sind alles eins, es gibt nur einen Gott. Nein, der Gott hat sich offenbart. Guck mal, jeder Prophet kam mit einer Botschaft. Jeder Prophet kam mit einer Botschaft, dient Gott und gesellt ihm nichts bei. Was redest du da? Natürlich gibt es nur einen Gott. Im ersten Mose steht, dient Gott und gesellt ihm nichts bei. Höre Israel, Gott sei Dank. Sag ich, es gibt mehrere Götter oder was? Ja, eben gerade sagst du ja, die Propheten haben gesagt, es gibt mehrere Götter. Was hast du denn gerade gesagt? Du redest ja nur Quatsch. Nein, siehst du, du hast ja gar nicht zu. Das ist das Problem. Du hast gesagt, die Menschen haben sich irgendwas gebastelt. Nein, die Menschen von heute basteln sich irgendwelche Götter. Menschen von heute basteln sich irgendwelche Götter. Sie ihren eigenen Gottformen, die sich und sagt, nein, Gott ist so und so, Gott ist so und so, weil ich im Internet gelesen habe, das und das und sagen, dieses alte Buch, das glaube ich nicht. Das Buch, was die Wahrheit sagt, mit über 3000 wahrgewordenen Propheten, das glaubt man nicht. Aber jedes Ding im Internet, glaubt man, man baut sich den eigenen Gott. Und ganz einfach. Und unser Buch sagt, das ist Galater 1.8, sagt uns das Buch, und wenn gar ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium verkündet, als wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Und dein Buch macht das. Dein Buch macht das. Dein Buch ist eine Fälschung. Dein Buch wurde geschrieben und von unserem Buch geglaubt. Ganz einfach. Die Bibel, mein Lieber, mit so vielen Widersprüchen. Ja, dann zeig mal, wo die Bibel verfälscht wurde. Zeig mal bitte. Ja, beweist das mal. Soll ich dir die Widersprüche zeigen? Nein, das was ein Beweis sind. Ich muss leider raus. Ich muss leider raus. Ich wollte mich nur verabschieden. In Gottes Segen euch allen, auch Abu Majin, dem Herrn Jesus anbefohlen. Bis bald. Gottes Segen, Gottes Segen. Du kommst hier rein und sagst Fälschung. Der Koran ist seit 1200 Jahren unverfälscht. Wir haben diese Ermahnung herabgesandt. Und wir werden die Hüte darüber sein. Die Bibel wurde verstanden. Wieso gibt es denn dann einen Koran, der 111 Surah hat, 114 Surah hat und 116 Surah hat? So was gibt es nur unter dem Traum. Nein, ich habe die Koran hier, der 111 Surah hat. Dieser Koran, den du hast, der 111 Surah hat, ist bei jedem Gelehrten unakzeptabel. Und wird nicht akzeptiert. Aber es gibt ihn. Zeig mir mal einen Koran mit 111 Surah. Zeig mir mal den Verfasser von Koran, wer das ist, dann sage ich dir, von wem das ist. Also mit Ahmadiyya Koran brauchst du nicht zu kommen, weil die haben sowieso viel Quatsch da drin. Hier geht es doch gar nicht um wen er ist. Es geht darum. Dass es ihn gibt. Du leugnest es, dass es ihn nicht gibt. Aber manche, mir ist es egal, wie du das Buch hast. Mein Buch sagt mir, dass dein Buch eine Lüge ist. Verstehst du das? Mein Buch gab 600 Jahre vor deinem Buch. Aber dann zeig mir wo. Dann zeig mir bitte wo. Dann zeig mir bitte diese Quelle wo. Zeig mir diese Quelle. Dann zeig mir doch endlich einmal von euch diese Quelle. Zeig mir das mal bitte. Der Koranbuch geht auch genauso. Oder zwei. Vers 64 sagt Ahmad, verflucht sind diejenigen, die ein Buch schreiben und sagen, es kommt von Gott, diesejenigen verkaufen es für einen geringen Preis und werden am Tage des Jüngsten gestraft. Ja, das geht an die Christen und an die Jüngsten. Kannst du aufschlagen. Dann sag mal, schreib mal die Quelle unten drauf, dass ich das spielschatten kann und nachbekommen kann, was du gerade gesprochen hast. Ja, Alter. Ja. Und dann möchte ich mal sehen, was da wirklich drin steht. Bei euch glaube ich nichts mehr. Ja. Kommst du mit der Bibel? Wundert mal umgeschrieben. Was ist das für ein Buch? Zeig mir doch mal wo. Zeig mir doch mal wo. Zeig mir doch mal wo. Geh mir zum Urtex. Urtex vergreifen wir die Bibel. Geh mir zum Urtex. Wie viele Abdex hat die Bibel? Die hat mehr Abdex. Du weißt gar nicht, dass dein ältester Koran ist nur eine Abschrift von Kopienmann. Verstehst du das? Der Koran wurde doch genauso von Usman umgeschrieben. Verbrannt. Verbrannt. Verbrannt wurde von Usman, genau. Die Schriften, alles verbrannt, alles. Drei verschiedene Versionen gibt es. Ich warte immer noch auf die Quelle. Wo ist die Quelle jetzt? Der hat noch kein Bild geschrieben mit der Quelle, oder? Aber manche ist die Quelle. Ich merke dir gar nicht, über was ihr hier streitet, dass ihr gegen Windmühlen kämpft. Ich meine, der eine sagt, die Bibel wurde umgeschrieben, der andere sagt, der Koran wurde umgeschrieben. Letztendlich haben beide recht. Ja, aber es gibt ja keine Beweise. Er behauptet ja nur. Es gibt keine Beweise. Wir bringen Beweise. Ich zeige gerade, dass der Koran, den ich habe, 111 Toren hat. Das ist bewiesen. Ich habe es gerade gezeigt. Er kann nichts beweisen. Er kann nichts dergleichen beweisen. Ich kann auch die Bibel beweisen, dass es authentisch ist. Wir wollen nur die Qumran-Hüllen raussuchen und das Jesaja-Text anschauen. Nein, der Koran ist in jedem Globus immer der gleiche geblieben. Jungs, die Bibel wurde genauso umgeschrieben der Koran. Weil Allah hat gesagt, dass sein Wort beschrieben wird. Nein, dafür gibt es keine Beweise. Auch man, die wüsste keine Beweise. Jeder Muslim weiß, dass der Koran sogar nicht mehr Dinge sagen, dass der Koran nicht mehr sagt. Das ist der Beweis, dass jeder Muslim weiß. Jeder Christ weiß, dass der Koran verfälscht ist. Jüdische Rabbiner sagen, dass der Koran wahr ist. Was sagst du? Jüdische Rabbiner sagen, dass der Koran wahr ist. dass der Koran wahr ist. dass der Koran wahr ist. Jüdische Rabbiner weiß noch gar nicht, was du sprichst. Aber manchen, wirklich. Ich kann sie einen jüdischen Rabbiner zeigen, der die Christen sind auf einem Konvertiert zu euch. Ist der konvertiert? Wahrscheinlich, ja. Möge allein recht halten, ja. Ja, Bruder. Ja. Wir sollen an einem Gott glauben, der seine Mutter geschwängert hat und sie dann erschaffen hat. Das war ein Gott. Aber manchen, ey, 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 ey. Bleib mal ein bisschen respektvoll. Aber manchen, bitte. Was hast du denn? Du redest von geschwängert, als hätten die Verkehr gehabt, ja? Ist der Abtum, ist der Heilige Geist nicht über sie gekommen? Ja, der Heilige Geist nicht über sie gekommen. Steht da drinne und er erkannte sie. Ich glaube, da steht nicht, er erkannte sie. Erklar, er kam über sie. Ich will gar nicht aussprechen. Aber das zeigt dein Geist, ein unrein Geist, Junge. Nein, nein. Der ganze Koran über Sexhandel. Da gibt es ja ganz viele Regen, die Sex haben daust, wann sie nicht haben daust. Der ganze Koran ist, wie kann man das gut machen? Also wurde Maria Jesus gezeugt und hat sie dann geschwängert, ja? Und dann kam er aus der Vagina raus. Und das soll ein Gott sein? Was sprichst du denn da? Was sprichst du denn da? Was sprichst du denn ohne Singen? Gottes Segen, Gottes Segen, Leute. Ich grüße euch. Gottes Segen. Was sprichst du denn da? Was sprichst du denn da? Er kam über sie. Über sie. Da steht nichts von Sex. Was sprichst du denn da? Ich habe nicht gesagt Sex. Er kam über sie. Aber es hat ein Zeugnis stattgefunden, oder? So wie Vater, Vater, Mutter, Mutter. Nein, Mann, was sprichst du denn? Was sprichst du denn? Ja, der tut das so hinstellen, als hätten die Verkehr gab. Genau, wie ist es im Koran drin? Da steht das reingehaucht, das Ding. Das steht da uns in der Bibliothek drin. Das spricht wieder von meinem Buch. Das kann Sinn machen. Sein allmächtiger Gott. In den Koran steht auch, dass Jesus Gott ist. In Surah 4, Vers 161. 271. In Koran steht das, Allah sagt, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist einer von dreimal lieber. Ja, wie kann denn Jesus der Geist von Gott sein? Wie kann Jesus der Geist von Gott sein von Allah? Ungläubig Wie kann Jesus der Geist sein? Der Isa ist Allah. Ganz klar. Ungläubig sagt Allah sogar. Also Kuffar. Auf Arabisch. Nein, Allah sagt Jesus ist der Geist von Gott. Und? Das steht im Koran ein. Er ist auch das Wort Gottes. Wer will sich darauf antworten? ich kann drauf und der geist von gott und was ist der geist von gott ist das göttlich ja also ja da muss auch gleich von anderen doch so steht es ja da okay aber adam ist auch gleich gottes zu erkennen dass die väter unserer väter schon vor nicht einfach nicht wiedergekommen ist es muss ich da ehrlich sagen mit den menschen wir reden nicht von weltlichen sachen ich will das ist um weltliche sachen geht es um weltliche sachen um sex und solche sachen und ich bin um ich denke nicht weltlich du kommst doch mit diesen dreckigen gedanken hier rein du bist du musst einfach mal verstehen und die väter haben die seit 100 jahren vor dem themen gestritten du musst verstehen dass es menschen gibt die nicht so denken wie du aber ich schreibe doch euch die gibt es in der mail muss schick ohne netz ist nicht ich werden muss man handel den großen jahren weiter über diese kleinigkeiten streiten wenn wir nicht erkennen dass wir alle das schon was haben die christen mit jesus zu tun was haben die christen mit jesus zu tun jesus trug bat er hat kein schwein gegessen er hat gebetet wie die muslime seine mutter trug kopftuch und er musste diese gesetze alle einheiten ist eigentlich nicht wenn man mit hier spricht und die sachen erklärt das neue verfälschte testament erlaubt schweine vielleicht zu essen ich bin nur zwei sachen hat gefastet wie die muslimen ja ist der mutter kopftuch wie die muslime und jetzt kommt und und er hat den vater und er nannte den vater ja ja kannst du sagen wir mal sagt wenn man allah ist mein vater mein lebendiger gott hat er ihn vater genannt da hätte noch sind gemäß gott genannt und her ich habe dich gerade eben gesagt sagt er tut das mal kannst du das sagen ist der und er hat ihn nie vater hat ihn immer vater genannt und ihr dürft das nicht also kann er niemals ein muslim gewesen sein verstehst du das jeder profil war kommt ihr kommt mit eurer eigenen lehre und eure eigene lehre nach dem selber konto merkt es nicht jeder prophet ist ein muslim gewesen und jeder hat ganz kurz mal leute dient gott und gesagt ihm nix bei und jetzt kommen die krassen und machen aus allen gott drei regeln machen sie nicht machst du das verständnis nicht du bist du bist einfach begrenzten ein verstand da war es sich schlimm ganz kurz mal ganz kurz mal bei dem einzig wahren gott ja ist auch okay aber manchmal eine frage ja an ein paar 30 nachgeschwerte weil ich kann mir das nicht mal anhören ich will nur kurz was sagen wenn die pharisäer ihnen damals nicht erkannt haben wie wollen denn die geschöpfe von heute in erkennen punkt das war es jetzt okay warum haben die denn die jesus denn getötet oder warum ja hier sagt er wurde nicht getötet ja klar 600 jahre danach kommt ihr jetzt und er wurde nicht getötet super alles klar wird das ist aber kein argument bei modem kam danach und jeder war muss ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht wie kann ich dann irgendwas sein was danach gekommen ist erst vorher ja auch von jesus ihr habt ein problem mit den neuen bunten das ist das problem ich bin gekommen um das gesetz zu erfüllen was für neuen bund was redest du von quatsch im alten testament wird schon das neue genau wie das neue kommen wird und nicht wie allein 600 jahren später irgendein müll auf der erde bringt du wirst einen neuen update für die bibel machen bibelschlachter noch mal mehr der unterschied zwischen jesus und mohammed ist dass jesus nur für die verlorenen zu vergleichen bei den vergleich verlierst du war sogar sogar im koran ist der jesus ein reinerer mensch als mohammed wie kannst du wie kannst du sagen wie könnt ihr sagen dass mohammed der beste mensch war wenn sogar der koran der händler zu christus reiner war als euer profil betrachten wir das ganze mal so ihr seid alle sehr gut darin unterschiede zu finden ich muss das jetzt einmal machen wie wärs denn mal wenn wir damit anfangen gemeinsam zu finden da stumm ich mich sogar da ist es ein schönes wo ist abo hin abo ja das würde ich mich wieder angucken wo bist du hin die wahrheit tut weh die wahrheit tut weh nicht anhand der taten von muslime die ungläubige im namen alas abschlachten oder ihre weiblichen gefangene vergewaltigen oder ihre frauen in dem gehorsam schlagen bewerten wir den islam anhand der lehren und dem vorbild von mohammed mohammed a dachte zu einem zeitpunkt dass er von einem dämon besessen war b versuchte mehrmals selbstmord zu begehen c gab zu mal offenbarung von folgen übermittelt zu haben d beschwerte sich ein opfer von einem magischen zauber zu sein e unterstützte seine religion dadurch dass er menschen ausraubte f begann einen krieg mit mekka obwohl er die chance hatte in frieden in medina zu leben e ließ leute ermorden die seine religion kritisierten h köpfte hunderte von juden dafür dass sie versuchten sich zu verteidigen i befahl seinen anhängern jeden hinzurichten der seine religion verlässt j befahl seinen anhängern gewaltsam die ganze welt zu unterwerfen k ließ jemanden wegen geldes folgern l kaufte verkaufte besaß und tauschte schwarze afrikanische sklaven m nannte ethiopier rosinenköpfe und behauptete dass satan wie ein schwarzer mann aussieht m hatte sex mit einem longjährigen mädchen o hatte zu einem zeitpunkt mindestens neun frauen obwohl seine eigenen offenbarungen nur vier erlaubten b heiratete die frau seines eigenadaptierten sohnes nachdem er die scheidung dadurch beursachte dass er nach ihr lustete q hatte sex mit einem sklaven mädchen r brach das versprechen nicht mehr sex mit seinem sklaven mädchen zu haben er gab das versprechen seiner frau nachdem er beim sex mit seinem sklaven mädchen in dem bett seiner frau hafse erwischt wurde s hoffte den anhängern ihre weiblichen gefangenen zu übergewaltigen t nahm die schönsten gefangenen in sein eigenes zelt u sagte seinen anhängern dass sie ihre frau zum wort am schlagen können v sagte dass frauen dumm sind und ihr zeugnis unzuverlässig ist w förderte götzendienerische praktiken wie den schwarzen stein zu küssen x wiederholte geschichten die auf fälschung basierten und gab sie als gottes offenbarung weiter y porträtierte gott als betrügerisch und jesus als ein totalen versager z hielt mehr menschen in der geschichte davon ab den wahren gott zu kennen als jeder andere falsche prophet in der geschichte nun wenn wir den islam anhand der person und der lehre von mormit beurteilen zu welchem schluss kommen wir dann das ist die schlimmste religion aller zeiten wir müssen hier aber konsequenz sagen das heißt wir sollten das christentum nicht anhand der handlung von christinnen beurteilen die krankenhäuser erfanden um sich um die kranken zu kümmern die weisenhäuser erfanden um sich um ungewollte kinder zu kümmern den weg für das westliche bildungssystem bereiteten indem sie universitäten wie oxford, cambridge, harvard, yale und princeton starteten die wissenschaftliche revolution anführten und so weiter wir bewerten das christentum nicht anhand der ganzen christen die die welt verändert haben wir bewerten das christentum anhand der lehre und dem beispiel von jesus a. durch ihn wurde das universum geschaffen b. alles besteht in ihm c. jesus legte seine herrlichkeit ab und bat als ein menschliches wesen in die schöpfung ein um unseres willens zu leiden d. wurde von einer jungfrau hier auf erden geboren e. erfüllte über dutzende von prophetien des alten testaments f. gab auf wunderhafte weise tausenden leuten an mehreren begebenheiten speise g. lieb auf wasser h. konnte durch worte stürme stehlen i. heilte die kranken j. reinigte die lebra kranken k. treibte dämonen aus l. erweckte menschen von den toten m. machte lahme gähnt n. gab blinden das augenlicht o. ließ taube hören p. gab seinen jüngern die macht den mon auszutreiben q. sagte dass die friedfertigen die kinder gottes heißen werden r. und dass die barmherzigen barmherzigkeit erlangen werden s. befahl seinen anhängern ihre feinde zu lieben t. sagte dass wer das schwert nimmt durch das schwert umkommen soll u. erduldete folter und den tod für unsere sünden v. bat seinen vater den zu vergeben die ihn kreuzigten w. stand von den toten auf x. gibt uns seine gerechtigkeit y. bittet für uns z. ist das ganze gericht übergeben k. ich bin der meinung das ist also das ist meine meinung und ich glaube dass der abonagi abonagi sage ich schon der abo hier ja genau ich sage mal abonagi abonagi ich verwechseln immer ich glaube dass meine meinung ich glaube es dämonisch besetzen und da ist was in ihnen dass sie ihn da so die ganze zeit geblockt hat auf jeden fall die tatsache dass er das mit dem heiligen geist so formuliert hat als hätten ich würde es sich aussprechen warum haut er jetzt auf einmal bei diesem video ab da sieht ihr das der ist immer hier der ist immer hier bruder guck mal wie oft der hier ist bei dir ja 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 aber jetzt mal ehrlich nach so einem propagandavideo nach so einem propagandavideo fühlt ihr euch jetzt besser oder wie oh rolle bitte was ist denn rolle was soll das denn das ist ein vergleich das ist ein vergleich was für ein propagandavideo das ist ein vergleich wenn ich mich jetzt wenn ich mich jetzt 15 minuten an youtube ranklemmer dann finde ich 10 videos die den islam genauso so toll darstellen ok rolle was ist denn dein problem ist schon mal direkt was ist denn dein problem dabei ein problem ist dass die christen dass die christen euch mit muslimen streitet und nein nein wir streiten uns doch gar nicht natürlich macht ihr das ihr vergleicht euch untereinander also scheiße darf man nicht mehr debattieren nein nein du darfst nicht streiten das stimmt schon aber siehst du rolle das ist das was ich vorhin gesagt hat wir menschen tendieren dazu unseren eigenen gott zu machen das tendieren wir und du machst dir deinen eigenen gott weil du sprichst nicht das was die bibel sagt aber du glaubst doch nicht dass jemand ein schlechterer mensch ist nur weil er irgendwie an allah glaubt und nicht an gott habe ich das gesagt das sagt doch keiner es sagt doch keiner aber für die erlösung brauchst du den herrn jesus christus du kannst der beste mensch der welt sein wenn du den herrn jesus christus nicht hast kommst du nicht in himmelreich weil keiner von uns ist gerecht keiner von uns ist gut genug um in himmelreich zu kommen weil wir alles sünder sind richtig sünder wir bezahlen für sex wir bezahlen für drogen ja keiner von uns ist ohne sünder genau wir töten für geld verstehst du und das nimmt der herr und der herr sagt das sollst du das ist die welt da sollst du absterben du sagst du wir sind 80 jahre hier der sagt was willst du da wenn du der reiztümer auf Pferde machst das wird nur gegessen vom würmer und wird und verfault das ist weg du kannst es nicht mitnehmen du sollst der reichtum im himmelreich machen sollst der reichtum in dem du in dem du nicht in dem du werke machst du den guten hilfst und da das das entsteht automatisch weil er prüft dein herzer prüft wie du bist natürlich das ist was ganz da muss man wirklich rolle deswegen meinte ich du sollst wirklich mal noch mal die bibel lesen und versuch mal davon gebet zu machen und den herrn um erkenntnis zu fragen und dann gehst du mal auf die knie weil johannes 3 3 sagt es gehe auf die knie und prüfe nicht prüft prüft den gott prüft ihn gehe auf die knie und sagt gott ich habe ich habe ich war in den stream mit 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 komischen vögeln die sich da unterhalten haben über den glauben und ich möchte wissen ist es wahr was sie gesprochen hat gibt mir erkenntnis bist du allah bist du gott wer bist du erkenntnis um erkenntnis offenbarung zu bitten das ist das ist ja nicht alles ja nicht alles ja dann ja macht das mal machen wir wurden die erkenntnis gegeben dass wir alle kinder gottes sind ob wir jetzt allah sagen oder aber da gibt ja das andere kind kost zu heißen wenn du vom bieter geboren bist sonst kein kind dort ist in der arabischen bibel steht auch aber was hat der ist er denn zu allah gesagt er hat den vater genannt und nicht alle hör auf bitte er hat den anderen genannt hör auf zu lügen er hat den vater genannt vater hat er den vater genannt die arabischen christen haben nicht alle gesagt was ist was ist das ist einigkeit ist einigkeit göttlich oder es wird wirklich diesmal die bibel auf arabisch und siehst du das aber du kannst ja eh kein arabisch sagen rolli pass auf rolli liest du überhaupt mal erstmal die bibel und dann können wir reden was du gerade für eine frage gestellt hast ist eine weltlich eine ganz sehr weltliche fleischige frage weil das was ist das sind dass die frage du gestellt hast ist ist vom menschlichen aber das kannst du mit menschlichen nicht erklären wer sagt es mir reden wir vom menschlichen und ihr versteht mich nicht was machst du wenn ich von himmlischen sachen rede das sagt der in der bibel rolli nimm den islam an und rette dich die hölle bei denen kommt leider jede hilfe zu spät allah wird sie nicht wegleiten okay aber manchen dann erklär mal wie der weg zur erlösung ist wie du hundertprozentig gerettet bist bei allah guck mal diejenigen die sagen sie werden ich warte immer noch auf deine ich warte immer noch auf deine quelle die du unten in die kohle sagen und sagen dem rolli auch direkt sollte aus dem islam austreten dass er geköpft wird umgebracht wird ja ich sage euch ein erkennt einfach dass wir alle geschöpfte gottes sind wir sind alle geschöpfte gottes ja da hast du recht aber wir sind nicht alle gottes kinder sind nicht alle kinder gottes natürlich sind wir alle kinder gottes nein nur die neugeborene lest die bibel bruder bruder danni kannst du bitte vorlesen weißt du den bibeltext noch was johannes 3 vers 3 dass wir das anrecht gottes kinder zu heißen sind dass wir uns johannes das ist in der aufnahme gab er das anrecht kinder gottes zu werden denen die an seinen namen glaubten amen nicht alle wir sind alle seine geschöpfte aber nicht wir sind nicht alle gottes kinder wenn du seine gnade annimmst deswegen sagen die auch nicht vater das können sie nicht wir können das rolli da geht es wirklich um viel 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 mehr wirklich rolli da geht es nicht drum der herr möchte in der bibel wenn du die offenbarung gelesen hast da steht nicht drin wir werden am ende alle kaffee und kuchen trinken und sitzen alle zusammen alle religionen der hat keine religion gebracht wirklich nein ich rede von ich rede von ich rede nicht von religion du redest vielleicht von religion und aber manchen ich rede von mein blick ist ja ist also ich kann mir nicht vorstellen dass gott sich gedacht hat dass wir uns hier im erdreich darüber streiten aber ich sag schon immer wieder abonacci tut mir leid abonacci willst du sagen was ja du wurdest so gehirn gewaschen du wurdest so gehirn gewaschen das tut mir so leid aber du wurdest leider so verführt du wurdest da raus du wurdest raus da der ist ja der sieht ja aus wie eine fusion von der sieht ja aus wie eine fusion von der sieht ja aus wie eine fusion aus von jürgen das wurde da verführt heftige fresse alter abo siehst du das nicht abo wo sind eigentlich schon viele aber jungs das ist doch guck mal so eine bilder das ist doch Hitzerei das ist doch Hetze der denny macht das immer ein kleiner denny halt aber selber doch mal ehrlich zu uns selbst so was ist doch hetze oder nicht aber das ist doch gar nicht das weiß aber so was zu aber zu behaupten dass der heilige geist und zucht so was zu behaupten ist es noch schlimmer also der abonad ist doch ein zeugnis stattgefunden oder eine erschaffung wie kam der jesus christus auf die welt wie kam er in die welt wie kam er in die welt er ist doch geboren er ist geboren wie eine ganz normale geburt und mal jungs ich wiederhole ich wiederhole das was ist was ist göttlich die einigkeit oder die zwietracht du verstehst es einfach nicht du willst es nicht verstehen du willst es einfach nicht verstehen du willst es wirklich nicht verstehen wenn ich der sage für uns gibt es keine lösung nur durch den herrn jesus christus es gibt keine lösung wenn du nicht von neun geboren bist es ist keine lösung mit dem herrn jesus christus volks was will ich jetzt da noch antworten rolli was erwartest du bei mir für eine antwort also mein jesus christus jesus christus würde nicht wollen dass die kinder jesus christus persönlich wenn ich von neun geboren der kinder ja ich habe ich habe können das ja könntest du entscheiden welches in den himmel oder in die helde kommt es ist doch gar nicht die macht habe ich doch gar nicht aber wenn du müsstest aber nicht so sehr du willst keinen runtersenden würde ich lieber keine entscheidung treffen als eine entscheidung zu treffen du würdest an ihrer stelle gehen oder und so ist es mit dem vater der uns liebt also was ist das für ein gott wenn er bei uns daher gibt aber kein gewissen gibt der der rettung verstehst du wir haben dieses versprechen was ich werde werden wenn wir auch umdrehen da können wir auch sagen was ist das für ein gott der uns vor diese wahl steht der muslim sagt ja der muslim sagt auch unsere wahl annehmen da bist du auch aber das bleibt aber ich bleibe doch die überlassen welche rolle du annimmst das ist wirklich die überlassen du musst doch das bieten aber ich habe erkannt dass hier allesamt ob jetzt muslim oder christen seid dass sie eigentlich alle denselben ziel nach euch spalten lasst das ist nicht das ziel ist das selber aber das ist nicht der gleiche gott das musst du doch gesehen haben wenn du die bücher gelesen hast es kann doch nicht sein deine deine sagte verspricht dem paradies alles wünschen kannst in dem du in dem es becher gibt mit 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 honig und alkohol in dem du in dem du ein riesen pns kriegst so groß wie eine palme 72 jungen frauen 72 jungen frauen die ständig jung fordern und wir uns haben die mannschaft zu gott bei uns geht es dass du gemeinschaft da gibt es kein sex mehr da gibt es ja genau genau dann ja genau dann zeigen aus dem ja genau warum also ich sag mal so wenn ich ein solcher bibel mitgenommen dann dass man jetzt nur kleiner gützendiener du dann dass man nicht so besser geht es wieder du wirst du stein an der stein ist allerdings das sollte davon ist was die bibel dazu sagt ich denke mal muss es bleibt das 26 gehen in der bühne steht auch in der bühne steht ganz 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 lass ich mal das bitte kurz vorlesen und guck dir mal dieses direkt an ihr seid immer weiter wird zum und eine säule sollte ja auch kein stein mit blickwerk in eurem land aufstellen dass ihr euch davor niederwerfen wenn ich der herr bin euer gott ja genau das ist das ist wie der teufel scheut das weihwasser ganz komisch da bringt die weih das ist der dämonische geist das ist der dämonische die größten satanisten die es gibt ja jetzt kommt er kommt er die bühne hier der jaytano 72 hast du ziemlich oft unter den satanisten oder du suchst ja irgendwie trotzdem dann die sagt 72 und das ist einfach eine auslegung von gelehrten die einen sagen zwei die anderen sagen mehrere alles was hier verboten ist ist euch im himmelreich erlaubt ich mache jetzt ein islamische predigt an für dich ja damit du dich wieder beruhig kommt wieder runter das stimmt nicht das stimmt nicht mit folgen ist alles nicht stimmt alles nicht ich kann alles widerlegen auf meinem profil junge ich kann arabisch du menschen anbeter und da steht nicht und er hat nicht voll busen nicht ein menschen du bist der steinkösser er wurde wie sagt man der winden getraten was casted down das ist gerichtet wir wollen wieder was anmachen damit er sich wieder beruhigt jetzt pass auf also ich weiß nicht also besser kriegen wir frauen statt statt pädophile und homosexuelle was war denn was war denn was war denn was war denn was war mit dem ich glaube ich glaube ich will kritisieren dass das selber wir sind noch keine kirche wir haben noch abo manchen folge nur den herrn jesus christus ist es denn nicht richtig und du wirst gewichtet wenn du es wachst guck auf mein profil denn islam wurde zerlegt haben die liebe zum hadith alles widerlegt du bist ein maschara du kannst gar nichts zerlegen du witzfigur du kannst nur beleidigen wir segnen dich und du beleidigst nicht nicht die junge wir alle und deine eigenen gelehrten aber manche du musst ehrlich sein wenn du hier bist und dich auskosten brauchst und uns beleidigt dann fühlst du dich doch immer viel besser deswegen kommst du mir her dass du ruhig schlafen kannst du ein paar beleidigen los geworden nein 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 so ist das nicht ich habe aber das sagen doch deine gelehrten du kannst auch deine gelehrten dann sagt nicht dass es im koran so steht weil davon habe ich noch nie was gelesen aber der koran ist doch ohne dass ihre nichts der koran kann doch nicht ohne dass ihre ausgehen oder nicht es gibt man das andere nicht das kannst du da kann ich das doch sagen ohne dieses ganze ohne diese ganzen bücher von den gelehrten könnte den koran nicht auslegen dürfte auch gar nicht die richtige meinung ist dass man zwei jungen frauen kriegt ja und ich habe schnell um für die leute aber nicht es ändert doch nichts dass es mit sex zu tun hat das ist wirklich ist das ich weiß nicht es ist das ganze leben und das war mit 1 6 leben junge ok ok dudo 6 klar bin auf der menschen anbieter sei leise ja die ganze zeit abonati warum beleidigst du ich rede mit ihm gerade und du wirst du kommst von der seite du sagst ja ich weiß dass es wehtut junge aber so wirst du die wahl ist ein schätan was soll ich vor die wahrheit und immer weg was soll ich sagen ich sage auch soll ich dir den koran was vorlesen geschwister im chat betet für den brauchst mir nix vorzunehmen betet für ja dann muss man von dem preis dann sagst du nicht bewusst wahrscheinlich von dem priester missbraucht unglaublich oder dort ist eine verstoßwarnung guter leute irgendwas wegen dir irgendwie leute ich beend den stream ich habe jeden verstoß bekommen weil er die ganze zeit beleidigt hat der wir müssen für diese arme seele beten betet für die arme seele für diese verlorene seele dass er zurückkommt zu seinen schöpfer zu den helden jesus christus ich habe doch gar nichts gemacht doch doch wegen dir ist das gekommen aber in der bibel steht auch richtung du wirst gerichtet oder nein wir wissen ja nicht was meinst du ist es nicht richtung du wirst gerichtet aber wir richten damit wir nicht gerichtet werden aber ich habe doch niemand beleidigt wurde ich habe nicht mal ich fand ich mal laut oder ich hab doch gar nichts gemacht ja ich weiß ich weiß deswegen dass die die anders gemeldet aber bitte betet für den man hat ja auch gesehen er wurde aus also beleidigen und die ganze zeit verflucht er uns wir segnen ihn also wir sehen ja auch wenn sie fluchen wir segnen sie wir lieben die am nächsten liebe wir haben feindes liebe und ich bin ehrlich wurde es mit sympathischer nämlich dass wir irgendwie sympathisch weiß ich warum das ist halt ein egal was für ihn zeigt er hat sich seinen eigenen islam aufgebaut sowie 99 prozent der muslimi hier leider auf dem tiktok wir glauben das alles nicht was ihre gelehrten sagen guck mal wenn sie nicht mal ihre eigenen gelehrten glauben dass das willst du dann auch sagen sie glauben das ja nicht was sie sagen die glauben ihre eigenen gelehrten ja nicht mal das sagen eure gelehrten die lehnen das ab also die lehnen ihre gelehrten ab stellt euch mal vor die würden in diesem land leben wo die gelehrten sind und würden sagt ich lehne das ab was zu machen was oder sagt sie würden sagen du bist ein bisschen ungläubiger eigentlich zu dem judentum wie soll man dazu stehen wie viele muslime trinken alkohol jetzt laut scharia gesetz wie viele muslime leben gar nicht nach dem islam ja was ich meine christen wie viele christen das ist ein schweinefleisch oder lasst mich ganz kurz der rolle was erklärt wo die mussten sich die dämonen die schweine kehren lassen ganz kurz haben wir ganz kurz bitte zu rolle die bibel besteht aus mehreren büchern ok aber das alte testament ist der alte bund und das neue testament ist der neue bund und diese gesetze was im alten testament sind ja die geht die gilden für uns nicht weil der herr durch die kreuzigung den alten bund erfüllt hat und wir in der verheißung den neuen bund verben verstanden wir haben teil den neuen bund und zwar der bund ist der gnade wir sind errettet aus gnade wir sind errettet nur durch nur durch ihm deswegen sollen wir einen glauben sollst du ihn kommen deswegen sagt ja die bibel hat noch eines 3 vers 3 musst du zum herrn kommen musst du wiedergeboren werden und er sagt der ist der weg die weiter in das leben keiner kommt zum vater nur durch ihn da merkst du das das ist einfach die gnade und und der ist für deine sünden gestorben weil so gerecht ist gott dass es seinen eigenen sohn gegeben hat für deine sünden und diese diese dieses akt was der herr für uns gemacht hat für unsere sünden den sollen wir annehmen von der welt absterben und den herrn folgen denn jesus christus folgen also das heißt ich darf sündigen und der herrn nein pass auf der hat uns zwei gebote zwei gebote der liebe hat uns gelassen du sollst du sollst den herrn und gott mit von der sehne lieben mit allem was du hast und sollst den nächsten lieben wie die sehren diese zwei gebote beinhalten alle anderen zehn gebote und du willst doch du willst doch wenn du mich liebst wie dich selber dann willst du mich doch nicht bestehlen dann willst du mich doch nicht beklauen du willst du nicht meine frau haben wenn ich dich liebe wenn ich dich liebe möchte ich doch nicht möchte ich doch nichts böses das sagt die bibel wenn ich dich liebe dann liebe ich doch auch deine frau oder nicht ja aber du liebst doch meine frau nicht so als ob du sie begehren möchtest verstehst du das wenn ich dich liebe wenn ich dich liebe als als bruder wenn ich dich liebe als mensch ich liebe dich dann begehr ich doch nicht das was du hast du kennst du kennst du die zehn gebote dass ich die zehn gebote runter reduzieren lassen auf ein gebot und zwar dass man nicht stehlen soll nein da unten nein da gibt es doch viel mehr wenn ich dir sage ich liebe wenn ich sage liebe dein nächstes wie dich selbst ich liebe dich wie mich selber ja ich sage ich liebe dich wie mich selber ich würde mir niemand geld klauen ich würde mir nie meine frau klauen ich würde mir mein haus klauen ich würde mir nie ich würde mich selber nicht beleidigen ich würde verstehst du das würde ich doch nie mit einem anderen menschen machen wenn ich ihn so liebe wie mich selber und das sagt der herr der sagt lieb dein feind lieb dein feind bete und segne ihn bete für ihn und segne ihn sagte das sagt der herr du weißt du sagst was du dir wünschst sagt ja der herr wie das möglich ist der sagte ganz genau und dann hast du das das finden wie in christendom an so in islam zum beispiel wäre was was anderes in suruh 9 vers 29 ja da ist es töte die schriftgelehrten ja die mit den schriften das ist ganz klar das ist ein himmelweiter unterschied du findest bei uns findest du die wahre liebe und die gnade des herrn und woanders findest du die hölle es ist eben so leute ich muss aber ich muss jetzt den stream beenden leute rolle pass auf ich folge dir und hört ihr mal an was wir so sprechen über was wir reden hörte das hörte das einfach mal an und dann reden wir noch mal drüber weißt du hörte das einfach an was wir so sprechen mit den menschen und nicht 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 da ist das ein werfen weil manchmal 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 die die leute mit absicht bis hin bis hin sagt man ein bisschen weißt du und mit und mit uns dann darüber reden weil die möchten ja nicht mal mit uns darüber reden denn weißt du wenn der bruder denn irgendeine körper macht dann macht er das ja nur um die leute zu sagen komm hoch die fühlen sich ja beleidigt kommen noch und nur so kannst du damit den reden weil du kannst uns kein gespräch mit denen anfangen wir beleidigen niemanden und niemanden angreifen dass ihr christen euch mit den muslimen streitet er hat mich immer wieder ja ich weiß aber geht um die ewigkeit rolle weißt du da geht es um die ewigkeit und wenn du das aber nicht unser ziel weißt du das ist nicht unser ziel das problem ist dass die wahrheit auch in ihren büchern so erschreckend ist dass die einfach immer beleidigen das problem ist ja das das problem sehe ich ja darin dass die muslime glauben für die ewigkeit zu kämpfen genauso wie die christen glauben für die ewigkeit zu kämpfen ja aber die kennen ja dann die schrift nicht und können nicht argumentieren und dann beleidigen sie ja ich lese dir ein vers vorher was auch gerade gesehen er ist der einzige der beleidigt hat ja sie in juden eigentlich schau mal hör kurz rolle galater 3 7 erkennt also die aus glauben leben sind söhne abrahams und da die frift vorhersah dass gott die völker aufgrund des glaubens gerecht macht hat sie dem abraham im voraus verkündet in dir sollen alle völker gesegnet werden also werden sie die glauben gesegnet mit dem glaubenden abraham weil auch schon im alttestament abraham durch den glauben gerettet wurde ja weiter bei zehn hast du diejenigen aber die aus werken des gesetzes leben stehen unter einem fluch denn geschrieben steht verflucht ist jeder der sich nicht an alles hält was im buch des gesetzes vorst du tun schreibt das heißt die zehn gebote geben uns erkenntnis dass wir sünder sind aber wir können sie nicht halten die zehn gebote sind eigentlich ein fluch über unseren verstand weil wir so nicht gerecht werden können und deswegen dann die gnade durch jesus er hat sehr viel gefasst so ist das wie steht ihr zu den juden wenn ich frage sie leben unter dem fluch des gesetzes sie versuchen noch immer die zehn gebote zu halten und auch 30 speisegebote auf eben noch mehr gebote genau wir haben noch 630 andere gebote diese halten 613 entschuldigung wir schaffen den beschreibt man aber nicht das ist unmöglich das schafft ein mensch macht kann das kein mensch ist ist so gerecht dass er das hinkriegt das sagt uns die bibel und ist und wenn wir das könnten wenn 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 wir gott zum lügner machen wenn wir die tat gottes wegschmeißen wenn wir das könnten das ist umsonst du darfst ja du darfst ja in der synagoge noch nicht mal 53 darfst du nicht lesen und wenn du die jahr wochen von david die ja den messias prophezeien wenn du die zusammenrechnen das ist ja das hat der doktor roger liebe gemacht dann kommst du exakt auf das jahr von jesus christus eins zu eins passt das wie ja also da krieg gänse auf wenn ich darüber nachdenke also und es ist ja prophezeit dass sein eigenes volk ihn verwirrt wie die propheten vor ihnen also es ganz klar ist die steht ja zu religionen die nicht sie mit ist also die nicht auf abrahamitischer basis beruhen pass auf noch mal rolle der herr hat keine religion gebracht ich halte ich halte ich halte von religionen ganz ehrlich halte nichts von religionen weil da viel menschliches menschliche traditionen immer mit beigemacht werden und deswegen halte ich von religionen wirklich nichts wirklich ist ich möchte keinen beleidigen oder so dass ich ich war in der religion und und ich das ist nichts für mich ich war katholik das das ist einfach nie was für mich gewesen und jetzt ich bin ich bin so von ich brenne von herrn ich bin noch nie von herrn so gebrannt wie jetzt ich lese die bibel das habe ich früher gemacht dass das verändert das verändert einfach einen ja rolle du musst wirklich fall auf die knie und fragt gott ob sie wirklich gibt und fragen wirklich wer das ist macht das mal bitte macht das mal aber macht das mal bitte noch mal macht das mal bitte sagt mir ich war mit beidioten im chat ich war mit beidioten im chat bitte bitte offenbare ich mir sage es mir bin ich richtig geben erkenntnis hatten die recht und dann muss ich was ob sich was ob sich was verändert ich kann nur deshalb für mich hat sich mein ganzes leben verändert ja du musst auch vorstellen dass religion eigentlich sind die religiösen führer dafür schuld dass jesus gekreuzigt wurde also man sieht ja dass gott religion ist von gott sind oder nicht gewollt sind weil sie waren so stark in ihren traditionen und ihren gesetzen verankert dass sie die liebe gottes nicht erkannt ja also jesus sind dann der religiösen führer aber wenn man zu dieser basis zurückgeht dann weiß man ja dass das judentum aus also von aus abraham heraus entstanden ist die zwölf stämme israels ja ja diesen aus dieser geschichte ist ja dann wiederum das christentum hervorgegangen nein 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 pass auf pass auf rolle bis zu der kreuzigung jesu gab es keine christentum das waren ja alles juden richtig das christentum ist ja aus dem judentum hervorgegangen ja normal ja und wir halten wir halten wir halten wir halten wir halten dürfen ja von von dieser gnade wir sind ja eigentlich heiden und und wir dürfen von dieser gnade teilhaben wir dürfen wir dürfen zur gemeinde gottes gehören wir haben ja eigentlich gar nichts mit den jungen zu tun haben wir haben nichts mit mit den anführungszeichen mit gott zu tun gehabt für mich da ich muss ganz ehrlich sagen betrachte mich ja selbst ich fühle mich da verarscht inwiefern warum nur weil ich jetzt an unten buch glaube oder an dem was da drin besteht jetzt übermächtig oder was nein aber rolli nein rolli pass auf rolli pass auf die juden sind das ausgewählte volk gottes genau sie sind dann ausgewählt und ich sage dir was ich sage die gemeinte christi und das sind wir wie auch heiden alles wir sind jetzt wir sind küsse sind küsse waren unsere vorfahren waren also soll ich sagen als das christentum entstand also die heiden haben das recht jesus auch anzuerkennen wir gehören zu gemeinde gegangen zur gemeinde gottes mehr ganze zu 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 braut gottes und wenn die höchste stelle im himmelreich haben und wir sind heide wir sind keine juden wir sind nicht dann wir sind wir sind wir sind nicht das ausgewählte volk gottes aber trotzdem werden wir eine höchste stelle im himmelreich haben weil wir die gottes sind weil wir an gott geht wir sind die wo nicht gesehen haben und dennoch glauben aber die gar wenn ich jetzt sage ich als heide ich als deutscher ich sehe mich als ausgewählter gottes dann kann ich mich doch so sehen oder nicht wenn du zum herrn kommst wenn du zum herrn kommst wenn du zum herrn kommst bist du bist bist du ein kind gottes wenn du zum herrn wenn du wenn du dich zum Herrn bekehrst, bist du ein Kind Gottes. Aber wenn du missionieren willst, dann musst du das wirklich... Er sagt ja nicht zu dir, du bist ein Deutscher, ich möchte dich nicht. Das sagt er nicht. Er möchte jeden Menschen. Er möchte keinen in der Hölle sehen. Der Herr Jesus Christus, der Gott, will keinen in der Hölle sehen. Keinen Menschen. Aber wir Menschen sind ja die, die den Herrn verwerfen. Wir sagen, wir möchten nicht. Er sagt, komm zu mir, glaub an mir, glaub an mich. Komm zu mir, ich bin deiner Rettung. Und die Menschen möchten das nicht sehen und verwerfen ihn. Entlarvt. Ich danke dir für deine... dass du mich da aufmerksam gemacht hast. Ich hab mein Profilbildschau geändert. Falls du hier bist. Also Geschwister, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und Gottes Segen. Gottes Segen, wir haben dir das. Ja, wir hören uns morgen. Gottes reichen Lenn. Ciao, ciao. Ciao. Ich bete für dich, dass du den Herrn Jesus annimmst. Tschüss im Chat. Wieder hoch. Gottes Segen im Chat, ja. Ciao, ciao. Ja, wir sind froh, sei mit euch. Gute Nacht. Gute Nacht, Olli. Denk an die Worte nach, die wir gesprochen haben. Ja, du hast so drauf gepocht, dass man nur deine Nase sieht und nicht das ein Auge. Und dann hab ich mir das mal näher angeschaut und dann hab ich dein Auge gesehen. Ui. Ich hab's nicht gesehen. Vielleicht war dein Bildchen besser. Okay, dann falls ich da was Falsches gegen dich gesagt habe, dann bin ich ein bisschen leid. Jungs, ich sag mal so, macht mich das zu einem schlechteren Menschen, wenn ich sage, ich gehe gut an. Wie meinst du, der Herr sagt schon, aber du hast keine Ausrede, du hast dann keine Ausrede für deine Taten. Du hast keinen, der dich freispricht. Du musst dir vorstellen, du studierst dein Leben lang und fällst immer durch, ja, du fällst immer durch dein Leben lang und dann kommt einer, der schreibt dir alle Noten auf eins. Und wie dankbar wärst du dann auf diesen jemanden, ja? Wenn ich mein Leben lang ein guter Mensch bin, in meinem Sinne, wenn ich mein Leben lang versuche, den Menschen um mich herum Gutes zu tun, warum macht es mich dann zu einem schlechteren Menschen, wenn ich nicht auf diesen Gott in der Bibel schwöre? Darf ich dir ein Beispiel machen? Du bist ja reich, okay? Und du tust Kindergarten bauen, Krankenhäuser, du machst ganz viele gute Taten, spendest Geld, aber du kommst nach Hause und findest deine Frau im Bett mit einem Mann und du haust ihm die Nase kaputt. In und ihr. Und du bist vor Gericht, okay? Und dann sagt der Richter zum Anwalt und sagt, Herr Anwalt, schauen Sie mal, der Rolli, das ist so ein guter Mensch, der hat so viele gute Taten gemacht, der hat Krankenhäuser gebaut, Kindergarten gebaut. Aber dann sagt der Richter, ja und, was hat das mit der Nase von dem Mann und der Frau zu tun? Sagt, ja, aber der ist doch so gut und der hat den Bett gefunden. Ja, aber keiner hat den erst recht die Nase, du wirst trotzdem verurteilt. Obwohl du so ein guter Mensch bist, weil kein Mensch, kein Mensch ist so gut, dass er in den Himmelreich kommt, ohne den Herrn. Ja, aber guck mal, ich bin so ein Mensch, ich habe meine Ex-Freundin, die ist mir fremdgegangen und bei der habe ich das akzeptiert. Das ist doch ein Beispiel, was ich dir mache. Ja, na hör mal zu bitte, weil ich jetzt genau weiß, dass kein Mensch ohne Fehler und ohne Sünde ist, weißt du? Ja, Rolly, du findest die perfekte Erklärung weiter unten in meinem Profil. Da steht, kommen gute Menschen in den Himmel und dann wirklich die beste Beschreibung, die ich je gefunden habe. Ich kann auch sagen, was die Bibel dazu sagt. Ja, aber ich sage mal, wenn ich jetzt ein Mörder bin, wenn ich jetzt ein Kriegstreiber bin, irgendein Soldat, der schon hunderte unschuldige Menschen ermordet hat, wie ungerecht wäre das dann, wenn ich trotzdem noch ins Himmelreich kommen kann, nur weil ich Jesus Christus akzeptiere, im Vergleich zu jemandem, der sein Leben lang Gutes getan hat, aber nicht Jesus Christus als Erretter akzeptiert hat. Das wäre doch unfair, oder nicht? Oh, Rolly, Rolly, Gott macht keinen Unterschied. Nee, pass mal auf, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der war im Kosovo, der ist mittlerweile auch so, aus meiner Sicht, Jesusfreak-mäßig unterwegs. Der predigt den ganzen Tag, erzählt den ganzen Tag was von Retter, von Jesus Christus, bla, 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 ich nehme diesen Mann das aber nicht ab, weil er in meinen Augen einfach nur durch die Erfahrung, die er da im Kosovo-Krieg gemacht hat, gebrochen ist. Und da seinen Halt in diesem Christentum gefunden hat. So, und genau die Frage, oder die, ja, die Frage, die ich ihm gestellt habe, die stelle ich euch hoch, inwiefern macht, also, das kann doch kein Anspruch sein, nur Jesus Christus als Retter zu akzeptieren, und dann auf ihr Zimmer wegzukommen. Darf ich kurz... Rolly, darf ich dir sagen, was die Bibel dazu sagt. Ich würde den Römer 3, 10 bis 12 vorlesen, wenn ich darf. Ich muss es nur schön aufmachen. Du kannst auch was sprechen, wenn es ist. Genau, genau. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, um es vorstellen zu können. Die Bibel bestätigt es ja dann nicht. Du musst dir vorstellen, Gott ist ein heiliger Gott, ohne Sünde, ja. Du musst denken, du betrittst so ein ganz weißes Palast und hast Dresscode ganz weiß. Ja, der steht über uns. Der Schöpfer steht über uns, ja, weiß ich schon. Ja, aber ich nenne nochmal so, okay, nennen wir ein Event, ja. Alles weiß, total weiß. Und jede Sünde in deinem Leben macht dir einen Fleck auf deinem weißen Gewand. Aber du hast nichts, womit du sie abwischst, weißt du? Und diese ganzen Sünden sammeln sich, auch wenn du gute Taten bringst. Was sie rechtfertigen, dann nicht deine schlechten Vergehen. Bafi, komm mal, was auch. Es gibt halt einen, sag ich mal, der dieses Waschmittel hat. Ja, für immer. Und das verändert dich auch natürlich auf deinem weiteren Weg. Aber es kann doch nicht so einfach sein, um ins Himmelrecht zu kommen, dass ich jetzt, nachdem ich mein ganzes Leben lang ein Aushloch war, sag ich mal so. Das ist die Liebe, die du wertschätzt, verstehst du? Ja, ich verstehe. Ich weiß ja, worauf ich hinaus will. Ich weiß ja, was ihr glaubt, was in euch vorgeht. Wally, darf ich sagen, was die Bibel dazu sagt? Die Bibel sagt, ich muss morgen auch arbeiten, ja. Das letzte, Bruder, das letzte, und dann können wir von mir aus. Aber das würde ich gerne noch vorlesen. Gottes Wort kann man immer noch vorlesen, oder, Bruder? Ja, ja. Römer 13, wie geschrieben steht, Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen. Und da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Pass auf, da geht es auch hin. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihre Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg in Frieden kennen sie nicht. Es ist keiner Gottes Wort. Ihr sprecht jedem Menschen die Rechtmäßigkeit ab, der nicht an Jesus Christus glaubt, oder wie? Das sagt die Bibel. Naja, oder das ist doch ein Fehler. Was ist daran so schlimm? Ich verstehe jetzt nicht, was daran so schlimm sein soll. Ich bin ja mit euch, aber meine persönliche Sicht der Dinge ist, dass ein Mensch genauso gut sein kann, wenn er nicht an Jesus Christus glaubt. Bruder, Bruder, Bruder. Ich kann mein Video behalten. Das ist echt, Rolli, du bist echt, Rolli ist echt schwierig, weil du dich echt vor solchen an weltlichen Sachen festhebst, wie gute Menschen oder so. Du hältst dich echt wirklich an diesen weltlichen Sachen fest. Seh einfach mein Video an, kommen gute Menschen in den Himmel. Ich verspreche dir, du hast die perfekte Antwort. Ja, weiter unten im Profil. Na gut, Leute, ich wünsche euch Gottes Segen. Gottes Segen, guten Tag. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank, der Schöpfer sehr mit euch. Macht's gut, ciao. Ja. Auf jeden Fall will ich noch ein paar Worte sagen. Auf jeden Fall, geht doch einfach mal auf eure Knie. Fragt doch mal Gott, wer bist du Gott? Und es heißt, jeder, der den Namen des Zen anruft, wer sucht, der wird finden. Wer klopft, den wird aufgetan werden. Und deswegen empfehle ich dir, geh doch einfach mal demütig auf die Knie, wenn du wirklich ein Suchender bist. Und frag doch diesen heiligen Gott. Und ja, die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 3, das sagt das Wort, Jesus antwortete und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst dich entscheiden. Entscheide dich für den Herrn Jesus Christus. Weil wenn du ohne den Herrn Jesus in den Tod gehst, gehst du in den ewigen Tod und wirst in den Feuersee landen. Hast du den Herrn Jesus, so hast du das ewige Leben. Und deswegen entscheide du dich. Du hast diesen freien Willen. Du kannst dich entscheiden. Deswegen frag doch mal nach dem, frag doch einfach mal nach Gott. Weil das ist auch eine Frage, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wohin geht der Mensch? Wohin kommt der Mensch? Gibt es einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Wie komme ich in den Himmel? Was muss ich tun? Ja, und deswegen sage ich dir, geh auf deine Knie und frag Gott. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und der Herr Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und am dritten Tag auferstanden. Also ich bin sehr müde, Leute. Gottes Segen, gute Nacht. Und ja, bis dann, Leute.